so einen wunderschönen guten abend alle zusammen liebe wir fans open beer talk 3 darf ich hier bekannt geben wir haben heute wieder drei gäste wie beim letzten mal jeder hat ungefähr eine halbe stunde zeit bis auf den letzten gast da werden wir wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten rausgehen ja wir haben heute den sebastian sauer von der freigeist bierkultur der wird uns gleich begrüßen ich hoffe er schafft es danach haben wir einen weiteren bekannten gast und zwar den chef der hans kraft und co den christian hans müller auch ein sehr interessanter gast und danach gibt es den zweiten besuch von martin vogt von probier tv der ist auch schon da hallo martin ja und da werden wir ein wenig davon erfahren wie es sich jetzt als bier song die loben lässt ob sich das besser bloggen lässt und so weiter und so fort er wird es uns mit sicherheit erzählen dazu haben wir dann auch noch einen sozusagen ein freundschaftsbier swap gemacht ja er hat mir bier geschickt und ich habe ihm bier geschickt und ein bier daraus jeweils werden wir dann nachher auch vorstellen oder gemeinsam versuchen zu verkosten und ich bin mal gespannt ob das funktioniert ja lange rede kurzer sinn ich versuche den sebastian ich habe gesehen er ist da und ich wünsche euch allen viel viel spaß ich hoffe ihr habt ein gutes bier und habe bis jetzt auch diese corona zeit gut und gesund vor allen dingen überstanden und dann würde ich jetzt mal vorschlagen ich versuche den video stream zum sebastian aufzubauen viel spaß schauen wir mal ob das klappt das sieht gut aus hallo wie geht es dir alles gut alles gut soweit bei dir auch ja wetter war heute schön und ja ich hatte gestern hochzeitstag mit meiner frau und den haben wir gestern abend noch genossen danke ja hallo an alle genau hallo an alle stell dich mal ein bisschen vor ich habe jetzt noch nicht so viel über dich erzählt aber sag mal den leuten die dich jetzt nicht kennen ich denke das werden wenige sein hoffe ich mal erzähl mal wer du bist und was du so machst ja mein name ist sebastian sauer ich habe 2009 freigeist bierkultur gegründet das ist halt damit eine der ersten wenn ich sogar die erste grafbierbrauerei in deutschland damit halt man die jetzt wirklich spezifisch solche biere halt macht und nicht nur mal so einzelne sorten und genau bin halt seit 2004 in dem thema halt drin dass ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen und wir haben es halt vor allem auch die historischen biere angetan das war so gerade in der anfangszeit sehr kennzeichnend und aber auch mittlerweile halt ungewöhnliche brauzutaten viele früchte gewürze unterschiedliche brautechniken auch und wir haben unter anderem mit dem wir spontan währung machen sehr experimentelle biere machen holzfasslager wir haben machen eigene eisböcke wir haben champagner projekte also eigentlich so was was zu der geschmack zulässt gut hört sich sehr interessant an wo du schon dabei bist der name freigeist wie kommst du da drauf ich habe mal hier mir aufgeschrieben du hast ja gerade schon selber gesagt du erwächst alte braustiere also wirklich auch ganz alte die jetzt fast keiner kennt noch mal zum leben bist du sowas wie der freigeist der der wir jesus für alte fraustiere naja gut mit jesus und der religion habe ich es jetzt nicht so um die grätschen frage schon mal zu beantworten vorab aber es geht halt konkret darum dass halt freigeist der name grundsätzlich halt natürlich für was steht das ist einfach sachen auch vielfach unkonventionell zu denken zu arbeiten und so weiter und das ist halt spiegelt sich in sehr sehr vielen bereichen wieder das ist einerseits diese die bier auswahl die ich halt mache das ist halt auch das allererste bier was damals mal kam war das abaxas das du ja dann auch in der liste aufgenommen hattest und was halt ein lichtenhainer ist also ein alter bierstil der um den ersten weltkrieg herinnen ausgestorben ist und halt als säuerliches rauchiges weizenbier beschrieben wurde und halt sehr sehr spannend das ist halt so das erste bier und war halt nicht so diese klassische oh wir machen jetzt ein PLA und die nummer die natürlich auch super ist aber das war halt nicht der ansatz das war zu dem zeitpunkt schon dass man das in europa halt sehr sehr viel bekam und ich wollte halt andere ansätze und gerade halt aus deutschland stammen ist natürlich der freigeist in bezüglich auf wir nochmal so dass man vieles mehr in fragen stellt und auch gerade diese sachen nicht nach einem reinheitsgebot zu bauen das bezieht sich alles da auch mit rein ja dann erzähl schon mal ein bisschen mehr über die über den lichtenhainer ist ja mit sicherheit ein bisschen was anderes wie die normale berliner weiße sage ich jetzt mal so und vor allen dingen was sehr interessant klingt ist das rauchige also quasi ein bisschen rauchbier ansatz mit einem sauerbier es sind ja mit sicherheit zwei bierstile die jetzt nicht vielleicht jeder so gerne oder direkt zugreifen würde aber ich habe dich auch extra eingeladen weil jetzt ganz ganz viel hier in meinem kreis herumkommen ja sauerbier und so weiter und so fort und ich habe gesagt ja seid doch mal offen dafür oder schmeckt mal rein vielleicht gibt es ja dann doch ein paar stile die euch ganz gut schmecken und ja wie gesagt ich ich rieche mal dran aber du kannst ja mal in der zeit ein bisschen was zu dem bier erzählen genau ja es ist natürlich man muss sich mit einer thematik beschäftigen und sich dann auch rein testen halt und das ist es zum einen seiten traurigen bieren da gibt es ganz viele leute die da nichts mit anfangen können und halt auch wenn man zum ersten mal probiert dass man sagt das ist lustiger schinken oder was auch immer und das heißt man muss sich da halt ein bisschen mehr mit beschäftigen gleich ist natürlich auch mit sauren bieren wir haben halt gerade in nordeuropa relativ wenig saure sachen heutzutage noch und dann guckst du vielfach sauerknot was man kriegt was gesüßt ist yoghurt wer ist das wirklich naturjoghurt jetzt original naturjoghurt und so das sind halt sehr sehr viele sachen wo einfach eine säure drin vorkommt die ganz normal ist und halt auch einfach ein ganz elementarer bestandteil halt unseres geschmacksvolumen ist wenn ich dann halt mich vor dieser kompletten faszination von säure verschließe dann wird mir natürlich auch irgendwo was flöten und deswegen ist es halt interessant einfach auch teilweise ein bisschen ja sich ranzutasten und zu sagen okay ich probiere es also es ist immer so dass mein vergleich ist wenn du halt nur traubensaft trinkst und trinkst dann erst mal rickrotwein dann schmeckt dir die auch nicht automatisch und das heißt du musst erstmal so ein bisschen deinen gusto dann da hinkriegen dass du sagst okay passt oder passt nicht es gibt auch immer nach wie vor noch leute die ganz ganz viel raufbio getrunken haben und mögen es trotzdem nicht das kann man ja auch akzeptieren bei sauren bieren natürlich auch aber diese kombination von beidem fand ich schon sehr sehr spannend ja und das war halt 2009 hat die schulter als brauerei in berlin hat berliner kindel gekauft und haben dann daraufhin die schulter als weiß habe eingestellt weil die berliner kindel weißen die populärer sind und das ist halt aus meiner sicht eine sehr sehr fragwürdige berliner weiße also kein toller repräsentant des deals und das ist halt für mich eigentlich ein bisschen der anlass wenn alle anderen aufhören sauber bier zu machen das ist halt spannend daher kommt auch wahrscheinlich der name berliner scheiße ne das ist etliche jahre später also viele jahre später das war 2015 vielleicht 2015 2016 war aber tatsächlich dann auch eine berliner weiße die du da gemacht hast ein berliner braunbier ein berliner braunbier ein berliner braunbier das ist ein alter historischer bierstil gewesen hat es auch sehr sehr lange parallel zur weiße gegeben die es halt immer über Jahrhunderte halt gab und das berliner braunbier gibt es halt keine kommerziellen dele mehr heutzutage halt von also dass man es standardmäßig bekommt aber man hat das noch vor ein paar Jahrzehnten konnte man noch auch alte Rezepturen und so weiter davon finden da das war eine Rekreation mit berliner braunbieres also ein bisschen kräftiger und natürlich dunkler als berliner weiß und wir hatten es halt noch mit Waldbierbier mit rausgekommen Also doch auch mit ein bisschen was anderem drin wo du dann auch wie fast bei deinen meisten Bieren die Grenzen des Reinheitsgebots etwas überschreitest? Ja, wir sind natürlich außerhalb Bayerns und haben natürlich da jetzt nicht den Bezug zum Reinheitsgebot, was das Historische betrachtet angeht. Das Reinheitsgebot gab es halt auch in der Form erstmal nur ein paar Jahrzehnte, dass das gültig war und dann halt auch nur in einem Bereich Bayerns. Und wir sind dann halt das restliche Deutschland, das wir es 1906 übernommen hatten, also auch erst im 19. Jahrhundert hat man sich wieder mit dem Reinheitsgebot beschäftigt und im restlichen Teil Deutschlands erst seit 1906, das heißt in unseren historischen Rezepturen, selbst 19. Jahrhundert Rezepturen, sind dann voll mit Gewürzen und Früchten. Ja, dazu hatten wir hier auch bei meinem ersten Talk den Markus Vohr von der Lahnsteiner, der die Honigbiere und Grutbiere wieder auferlebt und die auch richtig richtig gut sind. da konnte man von ihm auch einiges einiges dazu lernen. Ja, aber zurück zum Abraxas. Es ist schon so ein bisschen Gose ähnlich, Leipziger Gose ähnlich, aber ja, mit diesem Gewissen, tatsächlich mit diesem gewissen Körper, der an tatsächlich an Rauchbier erinnert. Finde ich gut. Auch in der Nase hat man hat man schon so dieses fruchtig-frische, so eine frische Säure, aber dann auch tatsächlich da das Grillfleisch könnte tatsächlich auch dabei sein oder der Speck. Ja, es ist halt auch von der Komplexität her halt ziemlich spannend, weil die Rauchigkeit nochmal sehr viel mehr Geschmack reinbringt und dass den Bierstil sehr viel leichter braunen kann. Also die allererste kommerzielle Variante, die wir gemacht hatten, waren dann halt zwei verschiedene Alkoholausrichtungen. Das eine war eine dreiprozentige Version, das andere die sechsprozentige. Die sechsprozentige hat sich durchgesetzt, das ist jetzt auch das, was du vor dir hast, aber man, also auch die dreiprozentige, der mangelt es auch nicht an den Charakter. Also eigentlich ist es genau wie bei einer Berliner Weiße oder auch Gose kann man sehr, sehr leicht einbrauen und ist halt umso erfrichtender nochmal und wirklich, ja, sehr komplex trotzdem. Ja, also definitiv gut trinkbar. Der Alkohol ist jetzt, ja, der ist jetzt nicht allgegenwärtig oder irgendwo vielleicht am Ende, dass man so eine leichte Wärme hat beim Abgang, aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wäre es wahrscheinlich relativ egal, ob es jetzt die drei Prozent oder die sechs Prozent geworden sind. Ja, das ist halt ein sehr, sehr spannender Stil. Also es gab halt historisch natürlich sehr viele rauchige Stile. Heutzutage ist dann halt das, was es konsequent immer gegeben hat, sind halt die Bamberger Vertreter. Aber ansonsten gab es halt früher mehr rauchige Bierstile. Berlin beispielsweise hatte auch ziemlich einen Anteil an rauchige Bieren. Ansonsten, was man noch so kennt, eher in jüngerer Zeit, ist das Gretzlau, beziehungsweise im polnischen heißes Kurodziski. Das ist halt aus der Kante von Posen im heutigen Polen halt. Und das war natürlich dann teils zu Polen gehörig in der Historie, teilweise auch zu Deutschland. Dementsprechend hat es halt beide sowohl in deutschen als auch in polnischen Namen. Und das ist halt bis 1993 gegeben und wurde halt mit 100 Prozent geräuchertem Weizenmalz gebaut. Da wurde aber Eichenholz verwendet. Dann bei den meisten anderen hier in Bamberg hat es nur Kuro verwendet. Und das gibt es halt heutzutage auch wieder. Das wurde, wir hatten es 2012 das erste Mal wieder rekreiert. Und mittlerweile wird es auch wieder in der originalen Gretzlau-Stadt wieder ganz normal gebraut und auch in den alten Flaschen abgebaut. Du wirst gerade gefragt, ob du kein Bier hast. Ich habe tatsächlich kein Bier. Ich hatte gestern einiges an Bier. Dann ist heutzutage heute wieder eine kleine Pause. Gut, die Pause durfte ich nicht machen. Ich hatte gestern tatsächlich auch einige Biere. Mir ging es auch tatsächlich nicht so gut heute Morgen, aber nutzt ja nichts. Mit gehangen, mit gefangen. Termin ist halt so fertig ab. Aber läuft auf jeden Fall schon wieder. Definitiv. Also gerade auch mit dem jetzt hier am Start ist natürlich interessant. Aber ich hatte tatsächlich gestern auch eine Barcelona-Weiße von der Garage und Wizard Brewing. Irgendwo da. Da steht es da. Ja, aus dieser Pojon, die die Katalonia da nutzen, teilweise um auch Rotwein zu trinken. Die hat mir hier der Biond Beer, haben mir die tatsächlich zur Verfügung gestellt. Ich habe die gewonnen beim Alex, beim Craft Beer Bayer. Und gestern haben wir es tatsächlich mal hier mit zwei oder drei Mann ausprobiert. Ich habe Gott sei Dank den Bart gewaschen. Die Katalaner haben da immer ganz viel Spaß dran. Die machen das auch ganz viel mit Bier. Da wurde es zwischendurch mal eine ganze Zeit auch international, dass die Leute damit auch rumgelaufen sind und die ganze Zeit ihre Späße mitmachen. Es ist ganz nett wegen der Kultur dahinter. Ich bin jetzt nicht der größte Verfechter von dem Thema. Ja, es war sehr witzig gestern Abend, das muss ich sagen. Ja, ob es jetzt für das Bier trinken so gut geeignet ist, um vor allen Dingen für ein Bier an der Sensorik zu testen, weiß ich nicht. Ja, gut, es ist, es läuft auf Spaß raus, ist natürlich dann aber auch in vielerlei Hinsicht, ja, klingt jetzt ein bisschen spaßbremsig, aber dass es halt natürlich auch ein bisschen Verschwendung ist, wenn man dann irgendwo rumkippt und so weiter und die Leute dann teilweise, selbst was in den Mund gelandet ist, aber sich dann nachher trotzdem das ausspucken müssen, weil sie dann irgendwie sich verschluckt haben oder was. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ging tatsächlich gestern. Also es wurde nicht so viel verschüttet, es sind ein paar Tropfen daneben gelandet, aber es ging nachher tatsächlich, weil ich habe es schon vorher mal mit Wasser probiert, deswegen ging es. Ja, ganz interessant für mich auch vielleicht, weil ich bin ja wie du auch in der Nähe der belgischen Grenze und du hast ja sogar noch zwei Grenzen bei dir direkt um die Ecke, die niederländische und die belgische, bei mir ist es die luxemburgische und die belgische, aber erzähl uns mal ein bisschen was, beziehungsweise erzähl uns mal einfach was zu den unterschiedlichen Sauerbierstilen, weil wenn ich dich schon hier habe, ich glaube die Leute haben bis jetzt relativ wenig von Gose-Göse, Krieg-Lambik-Farmhaus-Ails und so weiter gehört und was hältst du zu von Bier-Wein-Hybriden? Ja gut, es gibt natürlich eine riesen Auswahl von verschiedenen Sauerbieren und das ist natürlich auch ein sehr, sehr oberflächlicher und allgemeiner Begriff, der wird häufig auch kritisiert, weil er halt eigentlich nicht aussagt, als dass es halt sauer ist, aber wo die Säure herkommt, das kann auch eine Säure kann auch durch die Frucht, durch eine Frucht beispielsweise kommen, die Säure kann halt auch durch andere Zutaten halt hinzukommen, deswegen ist das ja so ein bisschen allgemein, das ist so, als würde man sagen, was hältst du denn von Bitterbieren und das kann ein Pilz sein, kann aber auch ein IPA sein, also immer ein bisschen schwierig für viele Leute, aber wie gesagt, mit den sauren Bieren hast du halt natürlich viele deutsche Vertreter in der Historie noch mal viel mehr als heutzutage, du hast ja eben schon gesagt, so ein bisschen, dass du diese Verwandtschaft zwischen den Lichtenheiner und jetzt der Gose zum Beispiel siehst, es gab ja gerade in Norddeutschland sehr, sehr viele verschiedene Vertreter, die halt so ein bisschen in die Richtung gehen, denn in der Weiße hast du schon einen anderen genannt, Reuhand ja noch ein weiterer zum Beispiel, die halt alle so säuerliche Weizenbiertypen waren. Ja, heutzutage kannst du halt das irgendwie so ein bisschen grob unterscheiden zwischen einigen Bieren, die halt mit einem Kettelsauer, sprich mit einer Milchsäuregierung hergestellt werden, das kann auf unterschiedliche Arten gemacht werden, aber es geht einfach darum, den pH-Wert des Bieres, oder beziehungsweise der Wirt ist es ja noch zu dem Zeitpunkt, entsprechend zu senken, um so eine Säure zu bekommen. Sehr, sehr aus bautechnischer Sicht ein sehr sicherer Weg, eine Säure reinzubekommen, ohne jetzt wirklich Gefahr zu laufen, eine Infektion in die Brauerei zu bekommen. Das ist halt vielfach diese ganzen deutschen sauren Biere, die so hergestellt werden, die einfach schon fruchtige, aber halt eine sehr einfache, süffige Säure dann halt haben. Das ist halt so, dass was du jetzt gerade vor dir hast, das ist so ein bisschen noch etwas leichter und ziemlich klar einzuordnen, während dann halt bei vielfach zum Beispiel bei belgischen Bieren, die dann in Holzwässern ausgebaut werden, nochmal ganz andere Bakterien da eine Rolle spielen, die auch einfach vielfach eine ganz andere Komplexität reinbringen. Das ist dann teilweise, dass das Bretterne Münze ist, Mediocorpus und so weiter, die da noch eine Rolle spielen, wo dann auch teilweise eine Muffigkeit durch die Holzfasslagerung verschiedenster Holzaromen durchkommt. Dieser Pferde-Decke-Geschmack, den man beim Brett zum Beispiel klassisch kennt, das ist halt sehr, sehr vielschichtig. Es ist ein Riesenspektrum, das da halt immer möglich ist. Das ist halt das Thema Lambeck, Goes. Ich weiß nicht, ob du wolltest, dass ich das erkläre im Allgemeinen halten, aber diese Stile würden da halt reinfallen. Ansonsten natürlich auch das Outbräunen aus Flandern, aus Westflandern und West- und Ostflandern. Da hast du halt zwei unterschiedliche Ausrichtungen. Einmal eine rötlichere, einmal eine bräunlichere Variante, was am Ende wird dann halt auch gebraut und dann halt in Holzfesten ausgebaut werden, wo es halt sehr darauf ankommt, dass da zum Beispiel mehr Essigsäule durchkommt. Die werden auch teilweise halt nachher wieder gesüßt. Man kennt auch der Berliner Weiße so, dass halt Sierum, die nochmal hinzugeben ist wurde. In Belgien wird dann teilweise entweder Kandessucker hinzugegeben oder halt teilweise auch irgendwelche, ja, die Originalvarianten mit echten Früchten halt. Teilweise die kommerzielleren Varianten, dann mit ein bisschen Fruchtsirupsorten und so weiter halt, um das Bier einfach auszusüßen und damit auch ein bisschen dem Massengeschmack mehr anzupassen. Ja, dann gibt es natürlich das ganze moderne Spektrum von sauren Bieren halt. Wir machen halt sowohl als auch, und wir haben einerseits diese ganzen Meelsäuregeborenen, denen wir eigentlich seit, du hast es vorher seit Anfang an halt wirklich das machen und seit 2016, also auch mittlerweile über vier Jahre, dass wir halt das Kühlschiff-Thema und dann halt die unterschiedlichsten Techniken da verwenden und dann halt auch in Holzfesten einfach mit, dass man viele Methoden da halt hat und mitarbeitet, die vielfach einfach nicht so direkt bestimmt sind. Wenn man klassische Bierbrauen, da kann man halt die Rheinhochzuchthebe hinzugeben und sagt, okay, ich kann hervorsagen, was das Aroma ist, wenn ich entsprechend nur die Temperatur halt einhalte, und das natürlich einen wesentlich lokaleren, regionaleren Geschmack und Charakter halt aufbaut, weil man weiß nicht, welche Temperatur man gerade hat, und das ist sehr wetterabhängig, das ist wirklich, das spielt eine Rolle, wo man das macht, sagen wir mal, zu gleichen Zeiten, die Biere in Barcelona gemacht würden dann halt nachher anders schmecken, was natürlich auch die Wärme eine ganz andere Rolle spielt, und so ist man da so ein bisschen von abhängig auch bei den Bautagen, wir haben da halt keine Temperaturkontrollen, die sonst sehr, sehr essentiell sind natürlich beim Bauen, und da ist es halt sehr, sehr spannend zu sehen, was dabei rauskommt, und da spielt natürlich der Faktor Zeit einen ungemeinen Einfluss, und da muss man einfach wirklich ganz, ganz viel Geduld haben, und da in diese Kategorie fallen ja auch die Wein-Bier-Hybride halt rein, die da angesprochen haben, und das wurde halt in den letzten Jahren mit verschiedenen Weingütern aus Deutschland, auch aus Österreich zusammengearbeitet haben, um halt entsprechend von denen Most, beziehungsweise teilweise Trauben zu bekommen, und da halt entsprechend Hybride zu machen. Wir haben die Würze gebaut und haben dann mit dem Most zusammen auch ein Kühlschiff verbohrt und dann für über zwei Jahre ein Holzfässer ausgebaut. Sehr, sehr interessant. Ich denke, du könntest da ein ganzes Buch von füllen, von diesen Themen, auch mit deinen Reisen und so weiter. Ja, ich habe schon gesehen, die Zeit läuft jetzt ein bisschen weg. Wir kommen noch zu deinem zweiten Bier. Dazu passt vielleicht die Geschichte, ja, du hast schon Sachen mit vielen verschiedenen Zutaten gemacht, unter anderem dann auch ein Cola-Bier mit dem David, den ich beim letzten hatte, ja, und Straßenbräu mit Mohn. Erzähl uns mal ein bisschen was. Soll ich kürzer antworten, um möglichst mehr Fragen durchzugehen? Nee, alles gut. Nee, alles gut. Wenn man nicht durchkommt... Ich mache gerne Informationen, aber es ist halt die Frage, was deine Programmatik ist. Okay, bei dem Bier, ja, wir haben halt jedes Jahr ein anderes Room-Bier, nennen wir das immer, also ein anderer Raum, und das war halt im Endeffekt das vierte Mal, das ist immer einmal im Jahr das Brauen, und immer lade ich zwei verschiedene Brauereien ein aus Deutschland, um das halt mit mir zu brauen. Jedes Mal sehr ungewöhnliche Zutaten. Am ersten Mal hatten wir Eukalyptus und Pfefferminze als Gerüst, dann hatten wir als nächstes ein Tomatenbier mit schwarzem Pfeffer und Salz. Das dritte war ein Trüffelbier, das war auch schon mit David gebaut, und dann habe ich David auch wieder fürs vierte eingeladen, und das war im Endeffekt dann halt Mohn. Also die Idee kam mir vorletztes Jahr in einer Cocktailbar in Brno, in Tschechien, wo es halt einen Cocktail mit Mohn gab, und das fand ich total spannend, weil ich Mohn gerne mag, aber Getränken kriegst du es normalerweise nie. Und dann halt ein Cocktail mit Mohn, ungewöhnlich, und dann sagt sich, ja, wäre eigentlich mal spannend, wirklich was im Bier zu machen. Ich kenne halt keinen Bier, wo jetzt wirklich Mohn eine tragende Rolle spielt in Bieren, und deswegen war das so der Ansatz, und die Überlegung, wie kann man es machen, diese Gewürzigkeit, andererseits auch diese Bittere einzubauen, und da haben wir halt so ein bisschen gesagt, lass uns da einfach einen Milksdau drumbauen, dass wir einerseits diesen Laktosecharakter, diesen Milchzucker, süße halt haben, die Röstlichkeit, andererseits bringt der Mohn dann halt auch da wieder mehr Bitter rein, die dann wieder eher so Dry Stout Richtung gehen, ein bisschen dann so als Hybrid, und dann halt einfach einen gewürzigen Touch, und man merkt den Mohn einfach sehr deutlich. Ja, vor allen Dingen auch schon dieser Körper, wie du gerade auch sagst, diese so ein bisschen cremige, milchige, und dann kommt Brut, man meint eigentlich, ja, es könnte ja eventuell auch vom Hopfen kommen, aber in dem Fall, in der Art kannte ich das noch nicht. Ich habe das ja bei David auch schon zusammen getrunken, da war ich auch schon überrascht, und auch hier im Haus, meine Frau, die sagte, oh, das ist ja super, und gerade auch diese Säure, die passt so schön zu dieser Espresso-Schokoladen-Note, also es ist richtig gut, richtig gut gemacht, deswegen wollte ich es eigentlich auch, es war auch sehr schwer, deine Biere zu bekommen, muss ich sagen, auch die Bierothek, wo du ja teilweise vertreibst, hatte nicht mehr viele, Gott sei Dank hatten sie tatsächlich noch den Abraxas gehabt, war glaube ich noch eins, Methusalem, meine ich, hatten sie noch da, aber dann hat es schon aufgehört, und du hast sonst, hast du ja im Bierladen in Köln, habe ich schon gehört, da warst du ja auch schon zu Gast, bei deren Talk, der auch sehr, sehr gut ist, ich weiß gar nicht, ob die auch wieder Konkurrenz laufen, aber ich glaube, die machen auch Freitag sehr. Ich weiß nicht genau, in welchem Rhythmus die das machen, das war auch schon ein paar Wochen her, dass ich in der Abraxas, ja, ja, es ist halt, wie gesagt, immer, wenn Leute Interesse halt haben, in Biblias, der Bezug hat dann eigentlich kein Problem, aber es ist, wie gesagt, es gibt halt, es sind halt erklärungsbedürftige Produkte, es ist halt spannend, wenn man sagt, man möchte eine Reise durch die Geschmackswelt halt machen, um Sachen zu probieren, das ist halt auf Vielfalt, dass die Leute das auch gar nicht so kennen, weil, sagen wir mal, Brunnen kennt man eigentlich immer nur in Verbindung mit Süßspeisen, und dann denkst du, wie schmeckt jetzt Mohn so, du gehst ja nicht zum Schrank, packst ja was Blaumohn auf die Hand und rein in den Mund, sondern, ja, nee, es ist dann halt viele Leute, die dann denken, Mohn wird jetzt auch eine Süße mitbringen und dann schon automatisch was vollkommen Falsches eigentlich damit assoziieren, so kann man eigentlich das kennenlernen, dass man sagt, nee, das ist gar nichts in der Richtung, und das ist bei dir in anderen Sachen auch, dass man sagt, man verwendet einfach auch unheimlich gute Qualitäten, die wir hier verbrauchen, um zu zeigen, was man eigentlich damit machen kann, und das auch in einer Getränkeform, das mal zu zeigen, ne? Also, eine absolute Empfehlung, wenn, äh, ihr da draußen mal etwas Spezielles, äh, testen wollt, also Mohn ist wirklich eine sehr interessante Sache in diesem Bier, also, Hut ab, vor diesem Room, äh, zuhören. Das ist man auch sonst nicht, Also, das ist, wenn man es wirklich probieren will, muss man es probieren, das ist einmal im Jahr, dass es gemacht wird, ne? und, das ist jedes Mal was anderes, ne? Also, ich weiß nicht, äh, wann die nächste Chance kommt, nochmal ein Bier mit Mohn zu trinken, ne? Also, deswegen, äh, auf jeden Fall, äh, ist es eine Erfahrung wert, aus meiner Sicht. Also, das hier hätte auf jeden Fall auch Charakter für, äh, dauerhaft irgendwo, äh, da zu sein, weil es ist, ja gut, ich weiß nicht, es wird jetzt auch, fällt jetzt auch nicht in die Kategorie, wo ich sagen würde, dass da, äh, gibt vielleicht schon natürlich jemanden, der, äh, natürlich Stouts nicht so mag, äh, und so weiter, aber gerade in der, äh, in der Hinsicht, wenn man da so ein bisschen, äh, äh, aufgeschlossen gegenüber dunkleren Bieren, äh, kräftigeren Bieren ist, dann ist das hier eine absolute Empfehlung. Nur mal so, äh, äh, du bist sehr beliebt in den USA. Sag mal kurz, warum, äh, ich habe auch schon gehört, äh, auch in Leipzig, als ich da war, ähm, im Bayerischen Bahnhof, die sagten mir auch, das meiste, äh, exportieren wir rüber, äh, in die USA. Warum mögen die so gerne Sauerbiere dort? die sind halt einfach in dieser kompletten Geschmacksentwicklung, das ist ja nicht Crafty, ist ja dann wieder nur ein Teil dieser kompletten, äh, Lebensmittelbewegung sozusagen, ne? Und, äh, die sind halt uns da einfach entsprechend, äh, Jahrzehnte voraus. Das sind halt viele andere Produkte, andere Bereiche, wenn du dir das anguckst, dass wir eigentlich, ähm, alle hinterher hinken. Alle Entwicklungen, ähm, die in vielen verschiedenen Bereichen stattfinden, sind halt USA vorgegeben, ne? Und dann kommt das immer so, wie schon seit Jahrzehnten, äh, musikalische Trends, oder halt auch, ähm, Kleidungstrends und so weiter, viele andere Geschichten, die einfach mit so einer entsprechenden Verzögerung kommen, halt, erst mal USA, dann Großbritannien, Niederlande, Deutschland, also das ist so dieser klassische Weg, und, äh, wenn du das halt anguckst, das ist, äh, die ganze Kaffee-Geschichte, ne? Was ist halt in USA? Oh, Cold Brew, bla, bla, bla. Irgendwann kam es dann halt noch hier rüber, ne? Ähm, das Barbecue-Thema, ähm, das, äh, Hamburger-Thema, ähm, Poki, ne? Diese ganzen Essensgeschichten, das alles, äh, USA, äh, macht es bekannt und bringt es rüber, und genauso ist es ja auch mit den sauren Bieren gewesen, ne? Was führt, dass wir jetzt eigentlich, äh, ähm, ja, so eine Renaissance von sauren Bieren, auch so ein bisschen in Deutschland haben? Also es ist halt immer noch sehr, sehr nischend beraftet, aber, ähm, was es halt überhaupt ist, ist dadurch gekommen, dass es in USA bekannt wurde, ne? Also, ich habe Gose sehr, sehr früh gemacht, ähm, und zur anderen Zeit kriegt es es wirklich nur in Leipzig, die säuerlichen Gosenheim, und, ähm, sonst kriegt es es eigentlich außerhalb quasi gar nicht. Ich habe dann auch, äh, äh, etliche Jahre sehr viel mit Gose experimentiert, ähm, war dann halt, äh, soweit, äh, okay, die Leute mochten es, hat es interessiert, aber es war jetzt nichts, wo du sagst, du sagst jetzt, dass sich da andere Leute drauf stürzen, und dann ist das halt erst, das, was in den USA quasi, äh, äh, vorgestellt dann haben, ne? Also, ähm, meine Gosen gab es auch vor dem Rittergutsgose zum Beispiel in den USA schon, wo das Leute, die fanden zum ersten Mal Gose tragen, sagten, boah, super, da wurde es groß, ne? Und irgendwann, dann ein paar Jahre später, hat man dann so, im Deutschen so, oh, das ist jetzt der heiße Scheiß, okay, machen wir jetzt auch, auch in Europa überhaupt, in Italien und Skandinavien, obwohl die Eigenschreuer ja schon dann halt, äh, teilweise die, äh, meine Gosen kannten, oder andere Gosen, ähm, aber dann halt eigentlich, ähm, erst, äh, wenn es in den USA groß ist, dann müssen wir es ja auch machen, ne? Du siehst das ja mit allen anderen Stilen halt auch, ne? Diese ganzen ITE-Themen, ne? Das ist erst mal, USA sagt, äh, jetzt muss es filtriert sein. Okay, alle filtrieren, jetzt muss es drin sein. Okay, alle drüben, alle machen es. Hasi überall, ne? Sozusagen. Ja, ja, sehr cool. So, äh, Sebastian, ähm, ähm, wir haben, äh, theoretisch noch zwei Minuten, ähm, ich hätte da noch so ein paar Fragen. So kleine Fragen. Aber machen wir mal erst mal zum, äh, einfach zum Beginn, äh, eine Frage, die ein bisschen länger ist, weil das andere werden dann einfach, da schießt du einfach aus der Pistole raus. Das hier ist aber jetzt noch eine Frage, ist, finde ich jetzt ganz wichtig. Welches ist dein, äh, äh, favorisiertes Kölsch? Welches ist dein favorisiertes Pilz? Ich weiß schon, dass du, äh, bei den Kollegen von Lager, Sails und Fairy Tales, da auch schon einen rausgehauen hast. Bei mir, äh, musst du nicht unbedingt Bitburger sagen. Äh, ich denke ja, dass es bei dir auch, äh, ziemlich, äh, Bitburger lastig, äh, äh, was denn Ausschrank ist, ist, also du musst nicht Bitburger lassen. Äh, und vor allen Dingen jetzt, welches alt? So, jetzt bin ich gespannt. Ja gut, die Pilzfrage wurde ja schon, äh, bei Lager und Fairy Tales, äh, Lager, Sails und Fairy Tales eigentlich schon geklärt. Also, äh, das wäre jetzt so als regionaleres Pilz, mit Sicherheit Moritz Fiege. Jetzt hier so, wenn man so von NRW, äh, äh, spricht. Wenn du, äh, mehr an der Luxemburger Grenze bist, dann bist du ja auch dann näher Rheinland-Pfalz. Gehe ich schon aus, ne? Ja, Eifel, Midburg. Deswegen sage ich nicht. Also, du bist in Midburg. Ich bin jetzt zwei Kilometer weg von der Brauerei, also. Verstehe, verstehe. Wusste ich nicht. Ne, gut, aber, äh, wie gesagt, das wäre jetzt in der Kante, ähm, ähm, ansonsten denke ich mal, so eines der, äh, äh, besseren Pils, also was ich sehr, sehr gerne trinke, ist das Tipo-Pils von Biritisio Italiano. Das ist ein sehr, sehr hervorragendes, ähm, äh, Pils, was dann halt letztendlich, ähm, auch sehr früh gebraut wurde. Das ist ein guter Freund von mir, äh, der es entwickelt hat. Und auf dem mittlerweile halt, wenn in den USA von Italien Pilsen mal die Rede ist, dann sind das immer halt hochfengestopfte Pilsen. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut. Aber es ist halt auch jetzt nicht das Parade-Pils, weil es dafür eigentlich auch wieder nicht, äh, schlank genug vom Malz und, äh, so brachial hopfig dann vergleichsweise ist, also als klassisches Pils sehe ich eigentlich immer noch eher so die norddeutsche Ausrichtung halt an. Ja. Bestes Pilsch. Bitte? Ja, sehe ich, ich wollte gerade sagen, sehe ich eigentlich auch so. Für mich ist, wenn, assoziiere ich, äh, mit Pils schon eher was, was hopfigeres, also so in die Richtung 30 bis 40 IBUs von mir aus. Irgendwo, da sind wir natürlich schon an einer, ich glaube, Bitburger hat 35, ich weiß es nicht so ganz genau, ähm, oder Jewa und sowas, ist ja auch ein, äh, sehr, sehr, äh, bitteres Industriepilz. Ähm, die bayerischen Sachen, oder wenn man ein bisschen süddeutscher geht, die sind ja auch eher, eher schon ein bisschen in die Richtung, eher helles, äh, oder malzhaltiger, und nicht so auf dem Augen mehr Kopf, was nicht schlecht sein muss. Aber ich denke, die Bayern trinken das halt eben lieber so. Ne, das hat mal ein, äh, ein befreundeter Brauer gesagt, ähm, die, äh, Bayern sind die größten Hopfenallergiker, die es gibt. Und, äh, das ist halt vielfach, also umso südlicher du kommst, weil umso südlicher in Bayern, äh, wird es halt sehr, sehr schwierig, wirklich hopfige Biere zu finden, ne, also teilweise was dann, wenn ein Pilz auf dem Etikett steht, da ist das beileibe kein Pilz. Und dann ist es dann sehr, sehr viel, einfach wie du schon sagst, sehr Münchner Helles und so weiter, halt sehr malz ausgebaut. Wie gesagt, keine schlechten Biere, aber nicht das, was man als Klassik als Pilz versteht. Ähm, ja, dann eine Kölsch-Frage zu beantworten, ist, äh, äh, relativ leicht. Ähm, also es gäbe halt zwei, äh, Favoriten, aber Kölsch gehört natürlich auch wirklich aus dem Stichflass gezapft, ne, im Idealfall, ne, und, ähm, sehr, sehr entscheidend, äh, im Genuss von, äh, Kölsch. Und damit ist dann halt einfach Malzmühle und Päfken, wären so die Favoriten, ne, also, wenn sie gut sind, sind sie richtig gut, ne, Päfken hat manchmal ein bisschen eine Schwankung drin, ne, dann, äh, aber, äh, beides gute Adressen, man muss natürlich aber auch die, äh, richtigen Lokale finden, wo man entsprechende Qualität bekommt, das wäre dann die Malzmühle selber am Reumarkt und, äh, ansonsten auch hier direkt Päfken im eigenen Ausschank an der Friesenstraße, wären so die Kölsch zu trinken. Altbier, ja gut, natürlich definitiv Düsseldorf, äh, klarer Fall, ähm, grundsätzlich großer Fan vom Üringen, wobei ich in letzter Zeit, was jetzt, äh, was weiß ich, ich glaube, in den letzten zwei Jahren, ich auch sehr viel Spaß am Schumacher habe, also, ähm, wo ich teilweise auch nicht mehr die Notwendigkeit sehe, zwangsläufig noch zum Üringen zu gehen, was früher immer auf jeden Fall war, aber teilweise, ich habe es auch schon mal gesagt, mein Gott, wir sitzen hier und es ist super, ich habe es teilweise gehabt, dass wir dann, äh, mit Gästen noch die Runde gemacht haben und wir dann halt umgelaufen und haben dann halt beim Schumacher halt auf der Richtung, wo ich meistens komme, am praktischsten in der Oststraße halt da zu starten und dann halt einmal umzulaufen und, äh, dass wir dann halt da gekommen sind, und alle anderen kommen zum Schluss zum Üringen und beim Üringen war dann das ziemlich enttäuschend, sodass wir dann noch mal wieder zurück zur Oststraße gehen mussten und zumindest ein vernünftiges Abschlussbier zu haben, ne, und, ähm, also Schumacher hat mich lange nicht enttäuscht und war eigentlich früher mein Least Favorite von Düsseldorf vor über zehn Jahren. Sehr gut beantwortet, kann ich absolut mitgehen, äh, bei mir war es auch immer eher erst mal Ürige, weil man auch schön, schön eigentlich die Nähe zum Rhein hatte und, äh, nicht unbedingt unten an den Kasematten sitzen sollte, weil das ist ja ziemlich touristisch dort, oder, finde ich, finde ich jetzt zwar schön zu sitzen im Sommer, aber da ist dann natürlich auch die Hölle los und dann, dann doch lieber, äh, ein bisschen gedegener in der Altstadt und dann war ich auch beim Schumacher, vor allen Dingen auch wegen dem Essen, nur zu empfehlen. Ja, gut, Sebastian, dann ganz kurz fünf Fragen, eine hast du schon beantwortet, Alemania oder FC? Ich bin kein Fußballfan, vollkommen wumpe. Gut, alles klar, Whisky oder Gin? Whisky. Ja, Früh oder Mühlenkölsch? Jetzt einfach nur aus der Touristik. Also, die Frage kann man gar nicht anders bewerten. Das ist auch eher eine Nachfrage. Über mich mag lässt sich nicht streiten, aber die Frage schon. Gut, Belgien oder die Niederlande? Biertechnisch oder allgemein? Biertechnisch. Belgien. Gut. Jetzt geht es so ein bisschen ums bloggen, was ich mache. Reviews lesen oder tatsächlich nur Bildchen klicken in Instagram? Ja, ich bin ein ganz schlechter Social Media Mensch, also so viel, wie ich seit Corona-Zeiten jetzt mit Instagram verfügbar bin, habe ich die ganzen Jahre, wo ich angemeldet bin, Also, es ist tatsächlich eher dann mal zu gucken, was andere posten manchmal, aber es ist jetzt nicht der große Schwerpunkt bei mir. Es geht bei mir technisch darum, weil ich versuche, ich mache ja eine ziemlich ausführliche Review immer zu den Bieren, nee, ist halt nicht in Instagram. In Instagram sieht man halt das Bild, ah, kann man ja schön und schnell draufklicken, weil die Leute lassen sich ja eher mehr berieseln. nachher habe ich ja auch den bekanntesten deutschsprachigen Videoblogger mal wieder hier mit dem Martin und er sagt ja auch ganz klar, das Video ist halt eben das Medium, ja, man muss halt nicht viel tun dabei, man muss sich nur berieseln lassen, aber das ist halt, ich bin da im Moment so ein bisschen mit mir am, ja, mit mir selber am diskutieren, was besser ist oder was mein Weg sein wird. Definitiv, deswegen. man muss halt gucken, wie sich das Ganze natürlich verändert im Nachgang, wie fern die Leute sagen, sie wollen sich das angucken halt oder nicht. Also ich muss sagen, ich persönlich tue mich schwer, dann relativ lange mir irgendwie solche Sachen halt anzugucken, das ist, dann müsste es dann schon irgendwo um was wesentlich essenzielleres gehen halt, um dann halt auch die entsprechende Aufmerksamkeit zusammenzukriegen für die Zeit. Also mir jetzt ich weiß nicht, also es gibt tolle Interviews natürlich mit entsprechenden Leuten, aber ja, müsste es dann schon so entsprechend geführt sein, dass man sagt, mein Gott, man hängt an den Lippen der Sprechenden und das habe ich jetzt in der Form eigentlich beim Bierthema noch keinmal gesehen, dass ich jetzt da habe, ich kann es kaum erwarten zu hören, was die Person jetzt dazu und dazu sagt. Okay Sebastian, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, ich hoffe, du bleibst gesund und machst danach dann wieder auf Messen, wir sehen uns dann bestimmt mal auf einer Messe und können dann mal im Real Life eines deiner Biere testen, da bin ich sehr gerne dabei und ja, wie gesagt, bleib gesund und vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Abend, ist nicht selbstverständlich, vor allen Dingen auch am Samstagabend zur Primetime sozusagen, wir haben jetzt ein bisschen länger gemacht, aber das ist auch in Ordnung, und ich denke, dass der Christian da gleich auch dementsprechend die Zeit hinten raus kriegt, weil ich weiß, dass der Martin damit auch kein Problem hat hinten raus, deswegen alles gut, nur als Schlusswort noch zu sagen, für die Leute, schaut euch mal die Tourberichte mit dem Sebastian an, zum Beispiel Nordkorea ist da sehr interessant. Die Ruhe war auch sehr spannend, danke auf jeden Fall für die Einladung und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, danke auch an alle Zuschauer und ja, bleibt gesund und hoffentlich bald mal wieder am Getisch. Genau, mach's gut, bis dann, Dankeschön. Tschö, tschö, tschö. So, dann schaue ich mal, ob der Christian Hans-Müller auch noch da ist und uns zuschaut, das sieht gut aus, dann versuchen wir direkt die Verbindung vermutlich nach Aschrockenburg an der Grenze zu Hessen aufzubauen und hören mal, was er uns da zu berichten hat. Er ist jetzt ein bisschen später dran, das tut mir leid, aber ich glaube, das Gespräch mit dem Sebastian war auch dementsprechend ausführlich und auch interessant. Das sieht gut aus. Hallo, guten Abend. Ich hoffe, ich habe deine Zeitspanne jetzt nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Ich wollte gerade ins Bett gehen. Alles klar. Wie gesagt, tut mir leid, aber der Sebastian war da mit seinem Sauerbier-Thema auf jeden Fall in seinem Element und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass du auch direkt zugesagt hast beziehungsweise ihr direkt zugesagt hattest. Finde ich super und auch super interessant. Du wurdest auch teilweise gefordert von der Community und ja, dann, du hast schon das richtige Trikot an, sehe ich. Ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du, was machst du und woher kennt man dich? Ach, es gibt Leute, die kennen mich schon über 30 Jahre. Nein, ich bin Christian Hans-Müller, ich bin mit Under, Head Brewer, Chef von Hanspracht & Co. aus ursprünglich Aschaffenburg, inzwischen Niedernberg und mal sehen, wo die Reise hingeht. Wir operieren seit 2012, also sind jetzt im achten Jahr und seit dieser Zeit versuchen wir den Leuten so ein bisschen den Feierabend zu bespaßen. Sehr schön. Ich habe dir versprochen, ich gehe nicht auf das zahnmedizinische Thema ein und wir gehen einfach direkt mal zum bierigen Thema vor. Warum Hans... Das zahnmedizinische Werkzeug, ich habe auch ein Exemplar. Ja, warum Hanskraft, also dein zweiter Vorname hat mit Sicherheit nicht wenig damit zu tun, würde ich jetzt mal annehmen. Nicht wenig, nicht wirklich wenig. Also grundsätzlich ist ja die, das ist aber auch schon lange her, wie war das damals? Also wir haben klar uns auf das versucht zu reduzieren, was wir tatsächlich machen, wenn wir in unseren Händen arbeiten und aus diesem Wortspiel des englischen Handwerks, sprich Handcraft, in Kombination mit meinem Vornamen hat es eigentlich nur eines Buchstaben bedarft, den zu ändern und so. Ja, war eigentlich ein Name entstanden, den jeder cool fand. Ich habe am Anfang so ein bisschen, wo ich dachte, muss es sein? Ja, doch, doch, ist cool, ist cool, machen wir so. Also wir sind ja jetzt auch schon sehr, sehr lange dabei und ja, deine Braustätte ist jetzt fertig, ne? Da habt ihr euch jetzt was Schönes hingestellt, auch mit Gastronomie und so weiter. Moment, Moment, da kam ein bisschen, der hier gerade hier noch so rumschwirrt. Also wir waren ja jetzt im Prinzip kurz davor tatsächlich anzufangen und haben jetzt dank der jetzigen Situation das Ganze nochmal rausgestellt. Also es wäre schön, es wäre schon so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, gut, aber wie gesagt, wenn wir jetzt neu starten dürfen, ich weiß nicht, wie du es machst ab nächster Woche, ich weiß nicht, wie es in Hessen aussieht oder in Bayern aussieht mit Restaurants beziehungsweise Gastroöffnungen, Bars ist ja so ein Thema, das geht ja noch nicht, aber... Hessen hat, soweit ich das jetzt verstanden habe, noch keinen konkreten Plan oder hat zumindest noch keinen öffentlich gemacht. In Bayern wird es noch eine Weile dauern, also in Bayern fängt, also ist jetzt die nächste Woche noch tot und ab übernächsten Montag, ab dem 18. darf auch Gastronomie öffnen und ab dem 25. Innengastronomie. Also wir haben jetzt hier tatsächlich noch über 14 Tage Ruhe. In Hessen denke ich, dass man da auch schrittweise irgendwelche Pläne umsetzen wird. Ja, wo wir einfach mal schauen, was dann passieren wird. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich ab Mittwoch Innen- und Außengastronomie heutiger Corona Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz dürfen Gastronomien ab nächsten Mittwoch innen- und sowie Außengastronomie aufmachen unter strengsten Hygieneregeln, also das heißt Mund- und Lausenschutz bis hin zum Tisch. Da natürlich, da nicht, würde ja auch keinen Sinn machen. Wie die Gastronomen es regeln, auch mit Hygieneregeln auf der Toilette und so weiter. Ja, wahrscheinlich mit Pissoirs abkleben zwischendrin. Ja, man wird es sehen. Man wird es sehen. Ja, ich glaube, dass wir uns gerade alle freuen, wird uns am Ende, glaube ich, noch nicht so viel Spaß machen, wie wir uns gerade noch alle wünschen. Das ist richtig, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt zum Beispiel in dieser Zeit, das sind ja jetzt neun Wochen, glaube ich, fast jede Woche einmal mindestens irgendwo auch Essen bestellt habe, ich habe viel mehr Bier bestellt, einfach, wie gesagt, um halt da auch ein bisschen zu unterstützen, das ist das, was ich machen kann. Wenn ich jetzt am Wochenende sonst irgendwo das Geld in der Gastro lasse oder im Pub lasse, dann kann ich das halt eben so dann auch von zu Hause machen und das ist ja auch ein bisschen was Abwechslungsreiches für zu Hause. Ja, so ist es. Aber wirst du dann, werdet ihr dann aufmachen schon direkt oder? Nein, 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 wie gesagt, bei uns hat sich ja der komplette Bauch verschoben dadurch und deswegen sind wir ja noch gar nicht in der Situation, dass wir dann was vorweisen können. Wir werden dann wieder, ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, diese Situation, die ist, und gerade für Gastronomie sowieso, aber dann eben auch für das nächste geht in der Kette, also sprich Gastronomie Lieferanten, nicht einfach. Das heißt, wir werden, wenn es wieder weiter geht, mit Sicherheit auch erstmal neu Anlauf nehmen müssen, um dann das Ganze so umzusetzen, wie es eigentlich jetzt bis zu fertigen Verträgen geplant war, unterschriftsreif war und jetzt einfach nicht umgesetzt werden konnte und jetzt diese Zeit, diese Zwischenzeit trotz Förderung aber so viel Geld gekostet hat, dass jetzt dann einfach erst wieder mal wie gesagt Anlauf genommen werden muss. Okay, ich würde sagen, ich bücke mich mal ganz kurz und nehme mal dein erstes Bier für heute Abend vor. Ich habe es schön gekühlt, also es war bis eben in Kühlschrank, nicht wundern, ich habe hier unterm Tisch keinen Kühlschrank. Genau. Dann erzähl mal ein bisschen was dazu. Du hattest damit tatsächlich auch ein bisschen Disput mit unserem lieben Staat beziehungsweise dem Rechtsstaat. Warum und wieso? Also das Ganze nennt sich Bayerisch Schnitzer. Richtig, genau, aber wir stoßen erst mal an bevor die auch sagen. Der Sebastian hat ja eben kein Bier gehabt, da durfte ich dann alleine trinken, aber sei ihm gegönnt in den letzten Tagen. Ich habe auch ein schönes Glas von euch bekommen. Ich hatte vorher auch immer Apfelwein, aber regional, ich komme ja hier und jetzt Bier. Zum Wohl. Ja, das ist ein absoluter Klassiker, erzähl mal ein bisschen was. Genau, also Bayerisch Schnitzer ist im Prinzip auch, wenn man so will, unser erstes Bier, unser Flaggschiff Bier, das ist im Prinzip das Bier, mit dem wir mehr oder weniger unseren Weg begonnen haben. Es ist, ja, wir waren ja auch anfangs der Meinung, als wir unser ganzes Vorhaben gegründet haben, dass wir eine regionale Brauerei werden. Daraus wurde nichts, wir sind eine überregionale Brauerei geworden inzwischen, was nicht schlecht ist, aber was halt einfach auch der Situation geschuld war, dass wir auch von Anfang an einfach zu speziell für unsere Region waren. Unsere Region ist zwar eine bierlastige Region, grenzt aber auch ganz hart ins fränkische Weinland und auch ans Apfelweingebiet aus Hessen. Also wir sind da echt im Dreiländereck und biertechnisch sind die Leute natürlich nicht so mutig wie in den Großstädten oder in Metropolregionen und wir waren also für den regionalen Anspruch einfach zu speziell. Sei es drum, Bayerisch Mitzah war aber vom Ursprung her unsere Idee quasi unsere Stadt zu interpretieren, die Stadt Aschaffenburg, weil die Stadt Aschaffenburg eben auch als das Bayerische Mitzah bezeichnet wird, aufgrund klimatischer Bedingungen und so weiter. Wir haben einfach Wetterglück im Vergleich zum West von Bayern, muss man sagen und ja, das war halt einfach die Idee, diese Wortschöpfung, die aus Zeiten von König wirklich dem Ersten noch stammen, diese Wortschöpfung in ein Bier zu bringen und dieses Bier musste natürlich dann einen bayerischen Anspruch erfüllen und einen mediterranen Anspruch, weil Mitzah hat ja mit Bayern an sich erstmal nichts zu tun, außer dass man da halt einen Zusammenhang herstellt und deshalb war es meine Idee, beide Attribute brautechnisch zu vereinen und zwar habe ich das dann so gemacht, dass ich mehr oder weniger von der Malzzusammensetzung her mich sehr bayerisch verhalten habe, also mit einer 50%igen Weizenmalzschüttung, rassisches Weißbier, bayerisch, aber dann, das war zu den Zeiten, da war Pale Ale war der Shit und da haben natürlich dann auch gesagt, gut, wir wollen auch auf dem Level zeigen, was wir können und haben dann gesagt, okay, dieses zunächst aus der Schüttung stammende Weizenbier soll wie ein Pale Ale gebraut werden, also Hopfen betont, statt eher Hopfen zurückhalten, was ja für ein Weizenbier eher normal ist und auch am Ende eine mediterrane Ausstrahlung haben, über die Aromatik durch die Kalthopfen dann erzielt und dann ging es dann da los, welche Hopfen nehmen wir da, was kommt am ehesten in typische mediterrane Richtung, was ist eigentlich mediterrane, Zitrusaromen, Pinie, Thymian, solche Sachen, Gewürze, dann wiederum in Bayern nicht die Möglichkeit mit Gewürzen zu arbeiten, also Hopfen, Hopfen stopfen, aufeinander abstimmen, gucken, was bildet genau dieses Aromaprofil ab, was am ehesten kommt und wir haben Versuche gemacht, da waren halt auch Sachen dabei, die gar nicht gehen, ich habe zum Beispiel in dieser Zeit meine heute noch anhaltende Ablehnung gegenüber Polaris Hopfen entdeckt, das war auch eine Idee, aber am Ende blieb es dann bei Citra, Chinook, ursprünglich noch Centennial, den haben wir nochmal substituiert durch den Summit und das hat beim Bayerischen Bauerbund für wenig Begeisterung gesorgt, zunächst hat es erstmal bei vielen anderen aber für Begeisterung gesorgt, wir waren ruckzuck überregional interessant, haben das Bier dann verkauft nach Hamburg, nach München, nach Berlin und dann ging es los und wir, super, klasse, haben genau das gemacht, worauf die Leute sich gefreut haben oder was die Leute sich gewünscht haben und dann kam der Bayerische Brauerbund und hat diesen ganzen oder hat uns quasi auch ein Glückwunschreiben geschickt, vom Anwalt formuliert, mit der Bitte, das Ganze doch bitte sein zu lassen, nachdem wir dann die Strafe in Höhe von bezahlen mussten und hatten dann Produktionsstopp, Vertriebsstopp, durften gar nichts mehr machen und das war gerade in der Phase, frisch gegründet, du hast investiert, du hast Kosten, du hast irgendwie Miete, Gehälter zu zahlen, war halt doof, konntest da kein Bier verkaufen derzeit, also das hat uns dann nach nicht mal einem Jahr tatsächlich an den Rand der Pleite getrieben, also das war schon, das war so der Punkt, wo ich dann auch nachts nicht geschlafen habe, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, ja, so leid es mir tut, aber wir werden jetzt einen Schritt gehen müssen, den willst du eigentlich nicht gehen als Start-up, weil es war ja unser einziges Produkt, es war quasi, und jetzt auch gleich der Geldhahn zugedrängt und Geldhahn heißt aber in der Phase nicht Geld verdienen, sondern Kosten decken, das ist eigentlich das, konnten unsere Kosten nicht mehr decken und dann ging es los und dann habe ich mir gedacht, ja, aber du kannst dir jetzt nicht einfach so einen Verein kommen lassen, der dich jetzt platt macht, geht nicht, also habe ich versucht, was kann ich machen, was muss ich machen und habe mir Hilfe gesucht, habe auch Rechtsberatung in Anspruch genommen und dann ging es los und dann haben wir geguckt und getan, haben wir dann rausgefunden, warum der Bayerische Brauerbund so sensibel reagiert hat, klar, weil dem Bayerischen Brauerbund das zunächst mal irgendwie ein Dorn im Auge war, weil ein Bier, was für sich in Anspruch nimmt, bayerisches Bier zu sein, aber so untypisch bayerisch, also so minder traditionell ist, viel zu modern, und dann haben wir halt überlegt, ja, aber an sich, was haben wir denn eigentlich falsch gemacht? Es gibt dann einen Anforderungskatalog an bayerisches Bier, was definiert bayerisches Bier? Weißt du, was bayerisches Bier definiert? Das Malz, erzähl mal genauer, das Reinheitsgebot von 1516. Alles, alles, also klar, Reinheitsgebot, sowieso Maßgabe in Bayern, über allem, dann definiert bayerisches Bier, dass es natürlich in Bayern produziert sein muss, die ersten beiden Dinge waren unserer Meinung nach erfüllt. Das Dritte ist, es muss natürlich ein typisch bayerischer Bierstil irgendwo sein, also er muss den Stilinterpretationen entsprechen. Was gibt es für bayerische Bierstile? Helles, Weißbier, Bock, Doppelbock, Weizenbock, bla bla bla, was nicht einfach. Zum Beispiel keine Berliner Weise. Überwiegend heimische Rohstoffe ist auch eine Maßgabe des Ganzen, um dann am Ende als bayerisches Bier durchzugehen, sich so nennen zu dürfen, auch sich so vermarkten zu dürfen. Es geht ja auch viel darum, wie darf etwas vermarktet werden, weil das ist ja gerade, wenn man jetzt in den größeren, industriellen Bereich reindenkt, ist ja Marketing ein sehr starkes Tool, was jetzt bei uns Kleinen in Ermangelung an Ausübbarkeit nicht so vordergründig ist, aber gerade, ich denke mal, wenn sich jetzt eine Bitburger Brauerei noch mit bayerischem Bier schmücken dürfte, dann wäre das natürlich super verschwommen und in dem Punkt verstehe ich das Ganze auch. Aber wir haben im Prinzip aus unserer Sicht alle Regeln befolgt. Dann kam noch dazu, dass es dann ein Institut gibt, was dafür die Freigabe erteilt. Wenn das dann auch wirklich prüft, hast du diese Regeln erfüllt? Wenn ja, dann bist du berechnet. 10 Sekunden drauf. Pass auf, Christian. 10 Sekunden haben wir. Ich mache gerade den neuen Stream. Ja. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, dass ihr bis jetzt Spaß hattet und den sehr interessanten Anekdoten der beiden unterschiedlichen Brauer gefolgt seid. Der Christian ist wieder da. Ich nehme ihn direkt mal wieder mit dazu. Auch wenn jetzt die Leute noch nicht so weit da sind, aber diejenigen, die folgen, weil das ist eine sehr, sehr interessante Frage zu diesem Bier. So, hallo, zurück. Sorry, eine Stunde, ne? Ja, genau. Sorry, dass ich mich unterbrechen musste, beziehungsweise ich habe nicht unterbrochen, sondern der Instagram-Google-Konzern hat uns. Die machen das gern. Du hast dann diesen Anforderungskatalog zu entsprechen, um dann dieses Schmucke-Teil tragen zu dürfen hier. Wo haben wir es? Genau. Kennt vielleicht nicht jeder, aber ist das biografische Herkunftssymbol. Schmückt, wenn man es so sagen darf, jede unserer Flaschen. So, das Schöne ist, wer entscheidet jetzt, was bayerisches Bier sein darf? Ein Institut in Baden-Württemberg. Ah, ja. Und diese Firma hat dann uns auch gesagt, ja, ist doch alles gut. Ihr könnt, das entspricht allem. Also, unserer Meinung nach ist das als bayerisches Bier deklarierbar, weil es wurde ja zunächst behauptet, das ist ja gar keinem bayerischen Bierstil entsprechend. Und dann war nämlich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, dass wir es genau so von Anfang an gemacht haben, wie wir es gemacht haben, weil wir haben dann diese Kategorien durchgeschaut und haben geschaut, okay, es gibt die Kategorie Weizenbier. Ja. Was wird von Weizenbier erfordert? Weizenbier, ganz klar, mindestens 50% Weizenmalz in der Schüttung. Dann war ein Anforderungsintervall im Bereich der Stammwürze, Anforderungsintervall im Bereich des Alkoholgehalts. Ich glaube, Farbe war noch irgendwie, dem haben wir komplett entsprochen, waren also unsere Biere komplett drin. Und war unser Bier komplett drin. Und dann war noch so eine, so eine, ja, jetzt nicht messbare Formulierung, die bei jedem Bierstil Ländlose dabei ist, aber dann muss den biertypisch fruchtigen Charakter aufweisen. So, meiner Meinung nach mehr als erfüllt. Absolut. Ja, ihr? Ja, aber es sind ja lauter amerikanische Opfen. Was macht ihr denn mit den amerikanischen Opfen? Wir haben doch, wir haben doch, irgendwie, in unserem Anforderungsprofil stehen überwiegend, überwiegend heimische Rohstoffe. Und 96 Prozent Aschaffenburger Leitungswasser sind natürlich heimischer Rohstoff. Und insofern war die Sache dann erledigt, die Sache war dann gut. Und ich sage mal, für damalige Verhältnisse, ich meine, wir waren ja so eine Mini-Keimzelle auf diesem Markt 2013 oder wann das war. Das ist ja ewig her, da hat ja mit Spezialbieren noch nicht wirklich viel angefangen zu passieren. Aber zu der Zeit hat das schon solche Wellen geschlagen, dass wir diese, diese Zeit des Nicht-Verkaufen-Dürfens und so weiter über diese gesteigerte Nachfrage nach diesem Skandal, die wir dann Gott sei Dank kompensieren konnten, irgendwie noch die Kurve gekriegt haben und ja, Gott sei Dank irgendwie immer noch da sind. Warum auch immer? Keine Ahnung. Ja, jetzt kommt jetzt kommt meine Sichtweise dazu. Ich bin ja derjenige, der jetzt dein Bier hier sozusagen ein bisschen betreiben muss. Also, was wir hier haben, du sagst Weizen habe ich definitiv von der Farbe ja, habe ich definitiv im Glas und ein bisschen trüben, aber ist ja beim Weizen wie auch so. Von daher ist halt so gold, genau, ist halt so goldgelb. Ja, von der Narbe her würde ich jetzt sagen, ist richtig schön fruchtig, floral, also da, wenn du sagst mediterran, ich stelle mir das gerade tatsächlich so vor, so ein bisschen an der Côte d'Azur rumzuschlendern mit diesem Ding im Frühsommer vielleicht, wenn es jetzt noch nicht so ganz knackig warm ist, aber schon so, dass man vielleicht ein bisschen ins Schwitzen kommt und ich habe sogar ein bisschen Erfrischung, die habe ich eher auch vom Mundgefühl eher tatsächlich leicht süß, blumig, ja und dann der Hopf kommt natürlich raus, also Grapefruit und wo du sagtest, eben Thymian, also definitiv, also ein paar von meinen Leuten haben sich das Bier auf jeden Fall geholt, das weiß ich, weil ich kriege es auch tatsächlich hier in einem gut sortierten Laden und sogar in Wittburg bei uns und muss ich sagen, wenn ihr dazu kommt, probiert es mal, es ist ein absoluter Klassiker und wenn ich jetzt, ja, wenn ich vorher ein Weizenbier gerne gemocht habe oder ein helles gerne gemocht habe und dann auf einen fruchtigen Obstkorb stehe, dann bin ich da mit einer schönen Würze und so weiter dabei. Ich hoffe, du kannst dem folgen, was ich jetzt dazu gesagt habe, du kannst dem zustimmen. Ja, ich als Kommatörer. Nein, absolut. Genau das, deswegen, ich freue mich unheimlich, was du dazu sagst, weil das beschreibt sogar jetzt auch sechs Jahre später noch die Grundidee des Spiels und das ist schön und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass es sich in der Tat wohl auch zu einem Evergreen entwickelt hat. auf dem Markt, ich meine, natürlich ist es nicht das abgefahrenste Bier, es ist nicht das gehypteste Bier, aber es ist ein solides Bier, es ist ein Bier mit einer gewissen Konstanz und das ist eben auch so ein Punkt, der mich auch ein bisschen stolz macht. Ich glaube, dass wir mit diesem Bier auch unter Beweis stellen können, dass wir in der Lage sind, Biere wieder und wieder und wieder in der gleichen Qualität zu machen. Das ist heute auch nicht selbstverständlich, weshalb eben auch die Nachfrage nach immer was Neuem, immer was Neuem, immer was Neuem eben auch eine ganz deutliche Wichtigkeit bekommen hat im Markt. Wunderbar. Also, wie gesagt, für mich gibt nicht viel Auszusetzen beziehungsweise im Moment fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde in der Kategorie Weizen-TL-Ele. Das ist okay, das ist super. Ja. Was verbindet dich mit Namibia? Ich habe da ein bisschen was gehört und auch ein paar von, also ein bisschen bei deiner Instagram-Reise-Story da was gesehen. Was verbindet dich dahin? Wie ist die Bierszene vor Ort und was können vor allen Dingen, was können wir Deutsche von dort mitnehmen und dort lernen? Die Bierszene ist relativ einfach zu umschreiben. Also es gibt in Namibia, ich meine, man muss sich Namibia vorstellen als Land, die meisten kennen vielleicht noch die eine oder andere Anekdote des Landes aus dem Geschichtsunterricht. Wir haben ja im Prinzip geschichtlich einen gewissen Zusammenhang zueinander und es ist ein Land, was flächenmäßig doppelt so groß ist wie die heutige Bundesrepublik und was aber von der Einwohnerzahl her insgesamt die Hälfte der Population Berlins abbildet. Also wir reden von einem zweimal so großen Land mit zwei Millionen Einwohnern. Es ist ein großes Flächenland. Es ist das am zweitesten dicht besiedelte Land der Welt. Kann man das umsetzen? Ja. Und da hast du natürlich biertechnisch bei sagen wir mal auch über 90 Prozent Landesfläche in Wüste natürlich ganz andere Anforderungen als jetzt in einem Land wie hier. Also das meistgetrunkene Bier dort ist ein Lagerbier mit 4 Prozent Alkohol und das ist halt das wäre was was du hier wahrscheinlich eher als zu dünn zu wenig charismatisch zu ja einfach zu profan beschreiben würdest aber halt für da unten genau richtig. Deswegen ist die Bierszene geprägt von einer großen Brauerei die sitzt in Windhock in der Hauptstadt das ist eine Brauerei in der ich auch schon sehr oft war und eine Brauerei in der ich sehr sehr viele Leute kenne mit vielen Leuten auch in freundschaftlicher Verbindung stehe also super nette Leute und die brauen mehr oder weniger man kann sagen fast ausschließlich das gesamte Bier fürs ganze Land und darüber hinaus exportieren dann noch in die anderen südafrikanischen Länder wie Botswana Mosambik Südafrika ist 50% Heineken Tochter und die machen halt mehr oder weniger mit den klassischen Lagerbieren den charakteristischen Bier Absatz des Jahres des Landes und darüber hinaus haben sie in Swakodmund an der Küste also am Atlantik gibt es nochmal eine Stadt die ein komplett anderes Klima hat wenn sie an der Küste lebt aber eine Wüstenstadt ist weil dort geht Dynamikwüste halt direkt ins Meer und da gibt es einen dünnen Streifen und da ist diese Stadt die heißt Swakodmund und in Swakodmund haben sie in einem Hotel nochmal eine Gaststättenbrauerei das ist die Swakodmund Brewing Company im Strandhotel und auch da habe ich schon ein Bier gebraut auch eine interessante Sache und ja man muss sich das so vorstellen die Brauerei ist ja so um 1880 rum ist sie gegründet worden von deutschen Auswanderern damals und diese diese Brauerei hat sich halt dann auch aufgrund dessen dass es halt damals dort keine Brauerei gab entsprechend so vergrößern können dass sie halt dieses Monopol da unten haben und ist halt über die Zeit hinweg immer in unter deutscher oder deutschstämmiger Führung gewesen was eben heißt dass dort auch immer unter unter den ursprünglich aus dem Heimatland mitgebrachten Aspekten gearbeitet wurde also jetzt nicht nur gebraut wurde sondern auch gearbeitet wurde das heißt also auch organisiert wurde Logistik betrieben wurde also das ist eine Brauerei die würde so wie sie organisiert ist so wie sie geführt ist in Deutschland genauso gut funktionieren weil eigentlich weil die gleichen Gene drin stecken würde übrigens von der Ausstoßmenge in Deutschland die dritte oder vierte größte Brauerei sein also die werden größer als die als die Warsteiner auf jeden Fall okay und ja so und deswegen denke ich es ist auch heute noch so dass die ganzen ich sag mal verantwortungsvollen Brauer diejenigen die da wirklich also auch Verantwortung haben die Braumeister die auf jeden Fall ihren Braumeister in Deutschland machen die also auch in Deutschland ausgebildet sind die zum Teil auch in Deutschland gearbeitet haben von einem Braumeister weiß ich zum Beispiel auch dass er eine Zeit lang bei Kasper Schulz international unterwegs war und Anlagen in Betrieb genommen also die wissen was sie machen was können wir davon lernen ich sag mal das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage weil es eben zwei unterschiedliche Bereiche sind aber ich denke ein reger Austausch schadet ja sowieso keinem ob man jetzt am Ende sagen kann der eine lernt vom anderen der eine und der andere partizipiert mit Sicherheit von den Erfahrungen desjenigen mit dem er sich unterhält wir haben unheimlich viel Spaß es wird immer viel getrunken in so einem Land hatten wir halt auch einfach Burst und ich wäre jetzt eigentlich vor kurzem wieder unten gewesen auch wieder um Bier zu brauen aber zwei Tage bevor der Flug ging gab es unten zwei Fälle und dann haben die halt gleich das Richtige gemacht gleich das Richtige gemacht und deswegen ist es da ich glaube die sind insgesamt nicht über 16 Fälle gekommen keine Toten und so weiter hat funktioniert ja aber ja es ist eine schöne Sache und ja macht Spaß also ich werde da noch ein paar Mal unten sein und Bier brauen definitiv hört sich sehr sehr interessant an und ja macht mit Sicherheit sehr viel Spaß auch und auch dein Vorredner hat ja auch schon viele internationale Brauchversuche gemacht und so weiter also finde ich als Reisetourist der auch sehr gerne neues und auch so ein bisschen geschichtliche Sachen finde ich das sehr sehr interessant ja ganz kurz Aschaffenburg wäre jetzt regional nicht so oder beziehungsweise wäre erdkundetechnisch nicht so wandert ist also es liegt ja tatsächlich an der Landesgrenze zu Hessen ordnest du dich jetzt eher als vielleicht auch biertechnisch eher als Franke ein oder nimmt dir auch Einfluss dann von der ja wie du eben sagtest Region ja in Hessen also der Weinregion eher oder der ja Äppel Äppel Region Das ist jetzt eine gute und schwere Frage also wenn du mich fragst wo ich mich persönlich einkategorisiere ist es ganz klar die Sides der Grenze logisch also wobei wir wir sind zwar unter Franken aber ich weiß nicht ob du jemals in Aschaffenburg warst Aschaffenburg ist jetzt ja Aschaffenburg strahlt jetzt nicht typisches Franken aus Aschaffenburg strahlt nicht typisches Bayern aus Aschaffenburg strahlt aber auch nicht typisches Hessen aus also Aschaffenburg ist so eine Welt für sich deswegen ist es wir fühlen uns hier nicht als Franken oder als Bayern so in dem Sinne wie du jetzt wenn du jetzt jemanden in Nürnberg fragst oder so der sagt ja ich bin ja Franke weil die ja absolut nichts mit den Bayern zu tun haben wollen wenn du nach München gehst und sagst was ist denn mit den Franken die verfluchen ja die Franken aber die fluchen auch nur über Nürnberg hinaus dahinter ist wieder egal bei uns fragen wenn sie noch zu Deutschland gehören das ist ja das ist also wir haben so unser Eigenleben so ein bisschen wir sind politisch Bayern wir sind auch biertechnisch Bayern wir haben natürlich auch wenn es um die Regeln geht das zu befolgen was in Bayern gilt da können wir sagen was wir wollen und wenn es mal irgendwann es gab es nicht mal vor ein paar Jahren oder es ist schon vor ein paar Legislaturperioden gab es mal einen bayerischen Ministerpräsidenten der irgendwie Aschaffenburg nach Hessen gezählt hat selbst das reicht nicht aus um zu sagen ja aber dann können wir doch vielleicht auch in Hessen eine Sondergenehmigung erstellen oder so das funktioniert nicht was die Grenzregionen angeht mit Wein und Apfelwein ich trinke unheimlich gerne Wein bin aber was den Wein angeht eher auf deiner Seite da bevorzuge ich den den Pfälzer Wein also ich ja ich habe meine Liebe zum Pfälzer Wein ich trinke auch Frankenwein ich trinke auch regionalen Wein wir haben hier Schlösser die haben eigene Weinberge wir haben hier direkt wenn ich bei mir zur Tür rausfalle und ein bisschen den Berg runterfahre da gibt es einen Weinberg da gibt es einen Ausschank drauf der hat es normalerweise offen jetzt nicht aber auch da trinke ich unheimlich gerne Wein aber wenn ich mir Wein für zu Hause besorge dann ist das überwiegend Pfälzer Wein und Apfelwein lustigerweise hole ich mir nicht aus Hessen Apfelwein haben wir hier bei uns in Hösbach haben wir eine Kellerei die macht mit Abstand mein Lieblings Apfelwein das ist der Stänger und ja den trinke ich auch von mir aber ich bin in allen in allen Bereichen fühle ich mich beheimatet habe mich aber was das Herstellen angeht halt das Bier eingeschossen ich hätte aber auch mit Sicherheit alles andere gerne und gut gemacht ok kurz zum Wein wir sind ja hier nordwärts der Mosel also das heißt wir haben hier eher tatsächlich noch die Moselweine aber der Pfälzerwein natürlich ist mir auch bekannt weil ich tatsächlich da diverse Male Fußball gucken fahre ich will es nicht zu laut sagen aber wenn wir das Fußballthema gleich sowieso noch haben dann bist du ein Teufel ja ja definitiv das ist hier in einer Region wo es eher ja ein paar Kilometer hier bei uns ist es noch gemischt aber ein paar Kilometer weiter oben ist halt 1. FC Köln und so weiter und so fort ist halt da aber ja bei mir liegt das so ein bisschen in der Familie weil mein Vater damals die Weltmeisterschaft mitbekommen hat 54 und davon kommt das so ein bisschen da hatten wir auch einen Weltmeister damals 54 ja korrekt ja gut dann machen wir dann machen wir direkt weiter mit Fußball Viktoria Aschaffenburg Regionalliga Bayern jetzt wenn es nicht abgebrochen worden wäre wäre natürlich der Blick nach oben ist glaube ich Türkgücü München hätte wahrscheinlich den Aufstieg souverän durchgezogen aber sagen wir mal auf vielleicht eine weitere Saison gesehen ist es vorstellbar dass Viktoria Aschaffenburg in Profifußball mit Hansgraf auf dem Trikot dann vielleicht sogar auf dem Betzenberg zu Gast sein wird das heißt wenn ihr nicht aufsteigt also im Moment glaube ich eher dass wir froh sind wenn die Saison jetzt weitergeführt wird dass wir drin bleiben aber wenn ihr absteigt seid ihr aber trotzdem hier in der Region dann bei Bayern Alzenau als Gast ne also ich erzähl mal ein bisschen was dazu also Viktoria Aschaffenburg ist ein Verein der mir auch schon seit meiner Kindheit am Herzen liegt 31 Jahre her mein allererstes Spiel im Stadion DFB-Pokal Achtelfinale gegen den damals ungeschlagenen Tabellenführer der Bundesliga 1. FC Köln Udo Lattec Pullover Aktion ja sagt mir ein bisschen was Viktoria Aschaffenburg hat 1 zu 0 gewonnen gegen den FC Köln die haben damals noch gespielt mit Ilkner, Kohler Lipparski Hessler also das war noch eine gute Kölner Mannschaft haben wir die nach Hause geschickt und dann war das ja diese Sache Udo Lattec hat gesagt den Pullover tag ich so lange bis ich mal verliere und hat ewig nicht verloren und dann hat er dieses Spiel verloren hat sich aber geweigert den Pullover auszuziehen mit der Begründung ja Pokal zählt nicht seitdem bin ich halt auch mit diesem Verein verwurzelt und war oft im Stadion ich habe dann noch lange Zeit im Ausland gelebt und da habe ich das natürlich nicht so verfolgen können aber bin jetzt auch regelmäßig da wenn gespielt wird und ich es hinbekomme und was ich eigentlich sagen wollte wir stehen natürlich auch in Kontakt mit dem Verein wir haben mit dem Verein schon einige Gespräche geführt und es gibt von dem Verein auch sehr wohlwollende Feedbacks die gerne mit uns arbeiten wollen in dem Bereich und es allerdings ein Problem gibt dass es einen vorhandenen Bierpartner gibt der das Ganze aber nicht nicht so gerne sieht die recht unflexibel sind und die nicht verstehen dass diese Sache das Ganze nur noch bereichern kann weil ich weiß zum Beispiel von einer ganzen Reihe an Leuten die in dem Stadion einfach kein Bier trinken weil dieses Bier ich weiß sogar von Leuten die gar nicht erst ins Stadion gehen weil dieses Bier sollten um dem Verein was Gutes zu tun um mehr Leute ins Stadion zu kriegen wäre natürlich eine Kooperation mit uns nicht doof auch aus Sicht der anderen Traumerei aber ja warten wir mal ab was passiert ich habe gerade gesehen da kam gerade ein interessanter Gast zu diesem Thema dazu ich weiß nicht ob du es auch gesehen hast habe ich nicht gesehen aber ich kann dir mal scrollen ja schau mal schau mal einfach ein bisschen wo ach ja hier der Bier Andi ja ok ja doch sehe ich ja oh mein Gott schaut zu aber was soll ich denn machen ist halt so und ich meine diese Situation ja man redet halt drüber und wenn man dann ich winke mal zurück kann ich ja auch winken du kannst ja so ein Wink Wink Symbol aber ich winke dann immer dann winke ich auch mal einfach aber es ist halt einfach so es ist halt schade weil auch der Verein natürlich so ein bisschen den Wunsch hat und man muss jetzt auch mal keine Illusionen machen wir reden jetzt nicht von einem Bundesligisten oder wir reden jetzt nicht von einem Champions League Teilnehmer die sich von ihren Sponsoren aussuchen können sondern wir reden von einem Regionalligisten die natürlich auch irgendwo froh um jede Unterstützung sind und da sind wir natürlich gerne bereit unseren Beitrag zu leisten weil auch aus meiner persönlichen Sicht natürlich den Verein zu unterstützen eine gute Sache ist und weil es natürlich nicht reicht mit den Eintrittsgeldern die ich jedem jedes Heimspiel bezahle oder meine Freunde bezahlen dem Verein langfristig zu unterstützen weil wir sind wir machen natürlich nicht das Stadion voll aber ja so und dann ist das natürlich eine Frage ob man da nicht einfach den Verein als Partizipanten sieht um dem einfach das Bestmögliche zugedeihen zu lassen und nicht einfach den Verein ab einem gewissen Punkt abschneiden und sagt so bis hierhin und nicht weiter alles was dir danach gutes zuteil kommen wollen wir nicht ja finde ich kann man besser machen okay Annik absolut du musst es nicht kommentieren nein nein werde ich jetzt auch nicht alles gesagt von dir ich gehe lieber zu deinem nächsten Bier weil ich glaube das sollte jetzt nicht zu wenig Zeit ich sehe auch schon wieder dass wir auch wieder zeitmäßig drüber sein werden aber so war es so war es mit der Martin der kennt das Thema bei mir rausschmeißer sozusagen zu sein und ich glaube er hat auch gar kein Problem damit umso spaßiger wird gleich die Runde dann auch wieder mit ihm weil wir haben wir haben da auch noch ein cooles Thema weil wir haben uns gegenseitig ja genau erzähl mal was weil das ist dann doch was sehr interessantes ja jetzt weg vom Standard und gutem soliden bayerischen Weizen Pale Ale und zwar ins Fass genau hätte ich jetzt gerade gesagt also Vintage wie ja jeder weiß steht für Jahrgang und das führen wir halt ehrlich fort also das ist jetzt der Jahrgang 2019 wir hatten da schon vor einiger Zeit angefangen und das geht auch dann haben wir genauso weiter Vintage sind immer Starkbiere die auf eine besondere Art und Weise gefinisht werden boah du hast es aber schön voll gemacht ja dann mach ich doch gleich mal mit ähm ei 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 ich hab zumindest das hab ich wenigstens mal ein bisschen Schaum gesehen ja ich hoffe du hast es nicht zu kalt also das ist kein nein 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 definitiv nicht das war nicht im Kühlschrank ähm lassen so ein bisschen 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 äh kenne ich die Materie dann doch ja aber ich hab jetzt ja dann einfach zum Wohl na erstmal ja ich wollte gerade erzählen ich hab ähm oh ja also ich hab er checkt die Farbe also ich mein der kann sich beim Zoll bewerben und kann durch Koffer am Flughafen gucken es ist äh definitiv ähm mindestens mein Mahogoni ja wenn nicht gar Rabenschwarz ja ähm könnte man auch so sagen ja äh äh aber ich hab dich unterbrochen entschuldige bitte ne ich wollte nur ganz ganz kurz erzählen ich hab ähm äh zwei Freunde äh in den letzten Wochen so ein bisschen zum ähm wenn sie zuschauen der Miguel schaut glaube ich noch zu äh zum Aroma Bier beziehungsweise zu spezialisierteren Bieren äh hinzugefügt und die sagten vorher boah dieses Staul und sowas oh Gott schmeckt überhaupt nicht dann hab ich gefragt hattet ihr das im Kühlschrank ja klar wir hatten das Kühlstehen ja macht mal raus und äh lasst mal stehen lasst mal Zimmertemperatur drauf werden macht euch einen schönen Abend vor dem Fernseher gemütlich und schenkt das mal ein und dann guckt er noch mal und dann sagt er mir bitte noch mal was ja und jetzt ah du hast uns eine Berührenbäche verpasst ähm ja fand ich so witzig und ja jetzt glaube ich bist du dran du hast schon gesagt es ist ein Jahrgangsbier er macht das jedes Jahr und immer ein bisschen anders in dem Fall ist es ein Vanilla äh Imperial Stout geworden was in äh Weinbrand oder Portweinfässern drin war ich glaube das kriegt man auch relativ gut hier raus äh die Wahrheit liegt im Und also das ist ein Bier also das Imperial Stout das Vanilla Stout was äh tatsächlich elf Monate lang in ähm Weinbrand und Portweinfässern gelegen hat und dann vor der Abfüllung nochmal zusammengeführt wurde also die sind unterschiedlich gereift äh vielleicht nochmal kurz äh das Ganze ein bisschen weiter ausholen ähm wenn ich da hab ähm Martin Martin schick ruhig mal Herzchen wenn ich das noch zu Ende führen darf also dieses Bier ähm oder sagen wir die Fässer mit den Fässern das ist eben auch eine interessante Sache diese Fässer sind äh auch rein regional das heißt wir beschaffen uns da keine Jack Daniels Fässer oder 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 ähm irgendwelche äh spanischen Cognac Fässer oder was auch immer sondern wir beschaffen uns Fässer aus dem Spessart ähm aus Alzenau weil ein befreundeter oder ein Freund von mir ist Winzer dort der hat äh ein Weingut und hat vor Jahren hat er sich eine eine Brennerei dort noch eingerichtet und hat angefangen Weinbrand zu machen Whisky zu machen macht Gin und so weiter und der hat halt immer mal interessante Fässer und von dem sind die Trockweinfässer und die die Weinbrandfässer die dann eben auch wirklich und das ist eben auch das Schöne daran erstens regionalen Ursprungs sind zweitens direkt nach deren Entleerung für uns zur Verfügung stehen also frischer kann dieses Fass nicht sein und dann das Schöne ist oder nicht das Allerschönste die Sache ist die die Fässer müssen aber halt bei ihm bleiben und der ist zwar jetzt nicht so weit weg aber wir müssen dann immer erst mal das Bier in Keks abfüllen und mit dem Keks dann zu ihm fahren dann aus dem Keks dann in die Holzfässer dann lagern die da erst mal dann fahren wir dann schauen wir mal hin entweder der Christian oder ich und dann gucken wir und dann schauen wir was was passiert und nach einer gewissen Zeit wenn wir denken jetzt ist es soweit dann füllen wir es halt ab das heißt dann fahren wir wieder mit Keks hin hauen das wieder in die Keks rein geben noch ein bisschen CO2 drauf dass wir wieder das was wir halt eben auch spüren was normalerweise nach elf Monaten im Fass völlig weg ist dass wir das wieder haben und ja dann wird es ganz normal auf den Flaschenfüller genommen und dann haben wir es eben in diesen schönen Flaschen verfügbar und in dem Fall ist es eben Vanilla Stout mit Portwein und Weinbrand im letzten Jahr war es Imperial Stout mit Whisky und Weinbrand und ja der Vintage 2020 ist auch schon dann fertig werden so langsam darfst du dazu schon was sagen? ich bin derjenige der es mir erlauben dürfte aber ne lasst euch überraschen lasst euch überraschen ist was anderes gut ich bin da ganz ohr ich werde das beobachten weil ja jetzt da nochmal von der von der Bloggersicht zu so einem Bier es hat natürlich diese diese Schokoladengeschichte wie so eine ja vielleicht eher wie so eine schmelzende Schokolade jetzt nicht unbedingt hochgradige Bitter Schokolade weil dieses Bittere kommt eher so so ein bisschen mehr hinten am Gaumen was eher dann aber vielleicht auch von dem Alkohol so ein bisschen so Brandy mäßig würde ich jetzt sagen könnte könnte man also ja also vom 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 Halsabgang her jetzt da da kommt dann so ein bisschen mehr Alkohol aber ansonsten ist der da auch sehr gut versteckt gefährlich versteckt weil ich finde es sehr sehr süffig ja wir sind ja also ladies and gentlemen wir reden hier von satten 10,5% Alkohol und die sauber einzubinden ist natürlich auch eine Sache wobei man hier aber auch dazu sagen muss das Bier bevor es ins Holzfass kam war niedriger vom Alkoholgehalt her das war bei 9 9,1 ungefähr das ist oder die Tatsache dass wir jetzt hier bei 10,5% sind ist natürlich schon ein interessanter Aspekt der dem Holzfass geschuldet ist also ein Bier was in dem Holzfass liegt nimmt immens viel Alkohol noch zu sich oder auf und das unterschätzt man oft also man frustert das Bier quasi noch mal ein bisschen dadurch vermute ich auch gerade wenn du sagst dass dieses Fass da sehr sehr frisch erst quasi mit dem Vorgänger Getränk entleert worden ist dann wirst du ja dann da doch noch mehr Bestandteil drin haben als wenn das Ding da jetzt schon 10 Jahre da liegt oder klar zum einen du hast löslichere Alkohol noch aber du hast ja ohnehin schon über die Lagerzeit des Vorgängerproduktes unheimlich viel im Holz aufgesaugt und dann kommt noch dazu und das ist eigentlich der Holzfass Geometrie geschuldet du stellst dir so ein Barrick vor und das Barrick hat ja dadurch dass es eine Röhrenform hat dass es zylindrisch ist hat es ja die größtmögliche Oberfläche nach innen zu bieten mit der das Bier in Kontakt geraten kann dazu kommen die beiden Deckel du hast ja das Fass liegt du hast rechts und links mehrere wieder den oberen und unteren Deckel die in Summe ja auch schon mal ein Viertel der Kontaktfläche ausmachen also du hast schon einen ordentlichen Oberflächenkontakt und dadurch nimmt es dir natürlich auch über die Zeit hinweg das auf ja also es ist wunderbar ich finde es vor allen Dingen gefährlich gefährlich gut trinkbar für so einen Imperium Stout wenn ich jetzt mal so sagen darf viele sind mir teilweise wenn ich dann wirklich einen Imperium Stout habe ich mag das mittlerweile sehr sehr gerne aber viele sind mir dann doch zu süß weil ich finde eigentlich diese diese Mokka oder oder Kakaobohnengeschichte finde ich wesentlich interessanter als diese Schokoladennote und hier habe ich dann doch ich habe das ist die Süße ist natürlich da aber allein auch wenn du sagst Vanille ja auch so ein paar würzige Noten aber vor allen Dingen auch so ein richtig volumenvoller Körper es ist schon anspruchsvoll und komplex aber mir gefällt es und ich finde es tatsächlich furchtbar gut trinkbar sonst würde ich jetzt auch nicht ja ich glaube ich bin die ganze Zeit am nippen aber das war eben beim beim Bayerisch Nizza auch schon so also wie gesagt deine Biere sind für alle anderen da draußen meiner Ansicht nach sehr gut trinkbar das freut mich zu hören und ich bin auch gerade als du mit Sebastian gesprochen hast auch so ein bisschen auf dieser Mondthematik auch hängen das ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema ich habe es leider nicht geschafft das Bier über das ihr gesprochen habt vorhin jemals getrunken zu haben aber ich habe das super nachvollziehen können was ihr gesagt habt weil ich hatte vor einiger Zeit in Schweden mal ein Omnipolo Bier getrunken ja das hatte 14% Alkohol gehabt war mit Cold Smoked Bacon und Poppy Seed also mit Mohn gebraut und ich glaube da waren noch Haselnüsse also Hazelnut Poppy Seed Cold Smoked Bacon sensationell also ja ja also sky's the limit jetzt mal gerade wo du sagst voluminös und so weiter und 14% Alkohol wie viel wie viel Stammwürze hatten das kann man das kannst du das betiteln weißt du also das Grundbier was was ins Holzpass kommt ist mit gemessenen 22 Plato Stammwürze gebraut gut ich habe tatsächlich mal bei Prudoc in Berlin ein 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 Imperial Stout getrunken also da konnte mir tatsächlich keiner zu sagen hatte auch glaube ich 15 oder 16% Alkohol das lag dann tatsächlich im Glas oben am Glasrand und ist nicht mehr zurückgegangen so richtig so wie Honig wie Sirup und aber ja das war auch sehr sehr interessant das war natürlich total prägend aber wie gesagt was wahrscheinlich für Einsteiger nicht unbedingt geeignetes Bier weil es ist doch schon sehr komplex aber wenn man so ein bisschen in dieser Aromaten wenn man es mag ist das ein richtig gutes Ding was man sich vielleicht auch ein bisschen länger nochmal irgendwo unbedingt ins Regal stellen kann und ich würde mal würde mal wirklich interessieren ich weiß nicht ob du es machst du hast glaube ich schon mal so Sachen mit MHD und so weiter gemacht wie es dann wird diese diese Vintage Bier also das wäre ja noch sehr interessant auch bei diesem hier zu sehen wie sieht denn das Ganze in 3, 4, 5 Jahren aus das ist die Idee hinter dem ganzen Konzept also das Vintage Konzept baut ja darauf auf dass du dir ja auch diese Biere wirklich in den Keller legen sollst du sollst dir dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt oder zu irgendeinem Anlass mal ruhig 3 verschiedene Kreuz verkosten können dass du mal 18, 19, 20 im Keller hast oder 19, 20, 21 und was auch immer und dann einfach mal darauf zugreifen kannst das ist die Idee dahinter deswegen haben die auch alle über 10% Alkohol weil Bier was mehr als 10% Alkohol hat unterliegt keiner MHD-Verpflichtung mehr das heißt in dem Fall kannst du dann das MHD einfach wie in unserem Fall ich weiß gar nicht wir haben es irgendwie lustig drauf wie alt bist du eigentlich ich ich werde in 2 Monaten 35 da bist du 10 Jahre jünger als ich das heißt du siehst noch um einiges besser vielleicht kannst du es hinten auf dem Rückenetikett entziffern ich habe jetzt hier auch nicht gerade das Beste nicht irgendwo steht mindestens haltbar bis ewig oder so über Jahre hinweg finde ich mal sehr gut weil es einfach so ist und weil du gerade das Thema MHD angesprochen hast wir hatten ja letzte Woche war das habe ich mit Kolja Gickler von der Meshsee Brauerei aus Bremen haben wir zusammen hier auf Instagram ein MHD Tasting gemacht und da war zum Beispiel das normale Imperial Start was wir bisher immer im Programm hatten unser Lecknitzer Motoröl das hatten wir dabei das war abgelaufen im Dezember 2019 das heißt zu dem Zeitpunkt war es aber schon dann eineinhalb Jahre alt es war so fast zwei Jahre alt vom Tag des Brauens bis zum Tag an dem wir es getrunken haben und dieses Bier das entwickelt sich mehr und mehr positiv das ist halt einfach bei dunklen starken Bieren so dass das immer es wird einfach runder und ja und ich meine ich habe mir das auch schon während wir dieses Bier im Angebot haben immer so schon gedacht also frisch nach der Abfüllung finde ich es okay klar finde ich gut sonst hätten wir es nicht abgefüllt aber danach wird es eigentlich immer besser und ja und das ist halt einfach schade dass aber so ein Bier trotzdem irgendwann ein MHD hat und die meisten Leute die natürlich jetzt nicht so tief in der Materie stecken um wissen zu können dass so ein Bier aber eher besser wird als schlechter die kommen gar nicht in diesen Genuss weil sie dann sehen oh ist abgelaufen trinke ich nicht ja und deswegen haben wir auch dieses Tasting gemacht um einfach den Leuten zu erklären woran Alterungsprozesse sich eigentlich zu erkennen geben und wie sie eigentlich auch im Rahmen gehalten werden können ich meine es steht und fällt alles über die Sauerstoffaufnahme das das beginnt bei sauberem Arbeiten im Sudhaus weil alles was du dir zu dem Zeitpunkt schon über die Art und Weise wie du deine Maische rührst was auch immer schon an Sauerstoff ins Bier holst das ziehst du dir bis in die letzte Instanz mit und dann selbst wenn du aber über modernste Technik so sauerstoffarm oder bis zu sauerstofffrei arbeiten kannst kannst du dir über eine miese Abfüllung dein ganzes Bier nochmal kaputt machen und das das sind halt einfach die die A's und die O's dieser dieser Technik dass du hier auch nicht an der falschen Ecke sparst und sagst okay dann hole ich mir halt irgendwie eine billige Abfüllanlage aus China ohne ohne sagen zu wollen dass jede Abfüllanlage in China schlecht ist um Gottes Willen aber wenn du wenn du da an der falschen Seite eben sparen willst kann es passieren dass du dir dann vieles wo du dir vorhin oder zuvor Mühe gegeben hast einfach kaputt machst Martin schreibt gerade Oaris war auch ein legendäres Bier ja stimmt das war das war übrigens mein allererster Colette mit Horst und Schoppe aus Berlin da haben wir in Berlin haben wir Oaris gemacht und haben das glaube ich Martin du warst dabei wir haben es an der Brauchunst Live 14 oder 15 15? 15 glaube ich haben wir es dann öffentlich gemacht war eine coole Sache war in einem Bierbrand fast gereist hört sich auch sehr interessant an habe ich tatsächlich da noch nicht mitbekommen war ja meine Anfangszeit sage ich ja immer so 15 habe ich ja so ein bisschen angefangen 12 eigentlich kam ich auch auf Craft Biere wenn man das jetzt so nennen darf durch ein Tasting in Köln sage ich immer wieder gerne bei meinem Schwager und ja was mich dazu bewogen hat etwas mehr über diese Sachen zu erfahren ja hört sich aber auch sehr interessant an ja wir sind schon wieder zeitmäßig natürlich aber ich weiß ja Martin hat ja gar kein Problem damit was haben wir noch Regionalität wenn wir da noch ein bisschen zurückschweifen ich habe es schon mal öfter erwähnt wie gesagt die Wittburger ich kenne ganz ganz viele und bin auch sehr gut befreundet mit den meisten auch vor allem die Craftberg Schiene ist auch sehr interessant aber es ist halt hier tatsächlich regional so Craft Beer kriegst du hier nicht gut platziert weil es ist halt eben dieses Pilz Imperium wo dann halt eben ich sage mal jetzt vielleicht kriegst du die unter 40 Jährigen noch dazu bewogen und so ein bisschen habe ich mir das auch als Aufgabe erlebt dass ich dann auch so ein bisschen so Leute guck mal hier da kann man auch ein bisschen mehr machen aber du kriegst es hier sehr sehr schwer platziert wie wirkst du dagegen oder bei euch ich weiß nicht mit Sicherheit ist ja auch wie du sagst auch schon Apfelwein und ja fränkische Biere oder normale Lagerhelle Biere wahrscheinlich auch eher so das Credo aber wie kriegst du es hin mit dem Bayerisch Schnitzer hast du ja mit Sicherheit auch überregional den Erfolg gemacht aber wie machst du es sagen wir mal jetzt einfach aus der regionalen Schiene ja also das ist ja das was uns seit Beginn an so ein bisschen prägt das ist ja die Überregionalität also überwiegend basiert unser Erfolg hier auf dem überregionalen Absatz das heißt unser regionaler Markt der es ist nicht dass er nicht stattfindet aber die Region um unseren Standort herum ist eigentlich fast auch unsere schwächste Region weil sie eben dann auch zum Beispiel und das meine ich jetzt auch ernst wenn ich das jetzt nach all dem was ich vorhin gesagt habe vielleicht sage aber das meine ich wirklich ernst wenn sie von Schlappesäppel schon gut bedient ist und Schlappesäppel ja hier in der Region wirklich einen guten Job macht und wirklich auch vom Vermarktungstechnischen bis hin zum Präsenz alle möglichen die Region ja auch wirklich gut betreut bedient und ja das macht es uns natürlich nicht leichter aber das macht es uns das das macht uns das dann leichter dass wir uns halt überregional mehr oder weniger versuchen aufzustellen und dann eben mit unseren Partnern landesweit agieren das heißt wir betreiben jetzt auch keinen sonderlich starken Vertrieb in der Region wir haben im Dezember muss man ganz ehrlich sagen erst angefangen mit einem eigenen Vertriebsmitarbeiter in der Region zu arbeiten was wo man dann natürlich sofort gemerkt hat wow da passiert was die Leute sind offen die Leute sind interessiert die Leute finden das super spannend und jeder wartet auf unsere Brauerei und haben einfach sofort als hätten sie nur darauf gewartet dass wir mal jemanden hinschicken was wir halt in der ganzen Vergangenheit nie getan haben und jetzt ist natürlich wiederum die Zeit gewesen dass im Dezember angefangen und drei Monate hier was gemacht und dann waren natürlich alle Absatzquellen mehr oder weniger erst mal wieder verschlossen das hat es dann für unseren Vertriebler auch nicht so leicht gemacht aber das wird sich ja jetzt alles wieder ein bisschen ändern und dann werden wir auch regional wieder was machen ein bisschen was tun vertrieblich und was es jetzt zum Jahreswechsel uns gezeigt hat das wird auf jeden Fall funktionieren und wir werden natürlich nicht den Durchsatz bringen den jetzt ein schlappesäppel macht um Gottes Willen das maßen wir uns einerseits gar nicht an und zweitens wollen wir das auch gar nicht wir sind eine kleine Firma wir werden eine kleine Firma bleiben und versuchen einfach die Nische abzudecken die jetzt von einer Brauerei wie Schlappesäppel in unserer Region nicht gemacht werden will und gemacht werden kann gemacht werden soll und das ist halt das was ich meine man bedingt nicht eins zu eins den gleichen Markt weshalb man auch in dem Fall niemandem schadet indem man dann eben so agiert und dass wir auch noch einen Vertriebler ins Rennen schicken also das sehe ich jetzt unproblematisch ich finde es gut dass wir hier in der Region jemanden haben wie Schlappesäppel weil der einfach das ganze Bierbewusstsein fördert guckt ihr die Eifel an die Eifel ohne Bitburger was wäre da biertechnisch los nichts nicht viel demnachin dann werdet ihr wahrscheinlich tatsächlich eine komplette Moselweinregion ja kann gut sein ja und hätten wir einen Schlappesäppel dann wären wir eine Eppelweinregion ja und so sind wir eine Bierregion und das kommt uns doch auch zugute also wunderbar wenn das jetzt vielleicht vorhin falsch verstanden wurde dass ich was dagegen haben könnte dem ist nicht so ich bin dann einfach nur die eine oder andere Aktion vielleicht optimierungswürdig aber trotz allem sind wir ja am Ende vom Tag trotzdem Freunde genau und das ist ja auch das Wichtige um das auch nochmal jetzt hier rauszustellen es soll keiner irgendwo da sich hintergangen fühlen und so weiter darum geht es ja auch gar nicht es geht einfach ja Gott sei Dank in unserer Szene so dass es eher ein Miteinander ist und kein Gegeneinander ob jemand dann in unserer ja Bierliebhaber Szene ein Industriebier fragwürdiger hinstellt oder halt eben mit mehr Hektoliter Ausfluss darum geht es gar nicht die machen auch super gute Qualität deswegen weiß ich auch über Bitburger ich weiß genau wie die Qualität ja ja genau da habe ich auch schon gesehen es kam auch noch eine Frage an dich von meinem Kollegen Axel der halt eben fragte ob man das irgendwo so zahlentechnisch wahrscheinlich sagen kann wie viel ihr verkauft oder beziehungsweise auch aufs Bayerisch Nizza sagt er auch gerade ist ein absolutes Bier für die Gastronomie sehe ich auch so weil es ein Bier ist wo man auch mal die Leute so ein bisschen ranbringen kann es ist nicht mega überkomplex das wird keinen jetzt wie hier zum Beispiel das Vintage würde keinen jetzt extrem an irgendwelche Geschmacksgrenzen bringen sondern eher mal dann sehen ja wie kann denn auch mal ein Bier sein was jetzt craftiger eingebraut worden ist ja klar da geht es ja auch um die Reproduzierbarkeit und so weiter also da wollen die Leute ja dann wenn es gastronomie tauglich sein soll dann will ja auch jeder wissen worauf er sich einlässt zumindest die die wiederkommen wie viel produzieren wir dieses Jahr ist es jetzt schwer zu sagen natürlich haben wir immer so ein paar Prognosen die sind heuer schwer zu greifen wir haben letztes Jahr haben wir knapp die 2000 Hektometer verfehlt die wir im vorletzten Jahr hatten dieses Jahr werden wir die wieder verfehlen das ist völlig klar da fehlt uns jetzt einfach zu viel Frühjahr was nicht stattgefunden hat aber das ist so die Größenordnung in der wir uns bewegen okay ja dann sind wir wieder beim Thema früher hast du was ausreichend was ne alles gut du hast vor allen Dingen gerade einen Daumen hoch von der Brauerei Schlappesettel bekommen also ich glaube die sind da d'accord mit dem was wir jetzt hier gesagt haben und alles ist gut zurück jetzt kommt gleich ein Daumen von mir und der ist stellvertretend für alle hier im Raum aber auch für die Schlappesettel definitiv also jeder muss kämpfen im Moment und ja wo wir wieder beim Thema sind noch ganz kurz bevor wir dann doch mal in Richtung Abschlussfragen kommen ja Hanskraft in der Corona-Krise was macht ihr womit haltet ihr euch über Wasser du hast schon gesagt so ein bisschen was zum Online-Shop den ihr jetzt habt was macht eurer Vertriebler im Moment oder ihr habt ihr habt da so ein paar Sachen auch ins Leben gerufen die Hanskraft Academy finde ich ganz interessant worüber auch dieses Tasting mit dem MHD auch lief glaube ich und dann habt ihr noch irgendwie mit Wertpapieren und dem Lieferdienst weiß ich nicht erzähl mal also die Academy und die Wertpapiere die stammen eigentlich schon vor der Corona-Zeit soll ich jetzt erst erzählen wie wir uns aktuell über Wasser halten oder zu den beiden anderen Sachen versuchst du einfach so ein bisschen einen Zusammenhang zu bringen weil das sind ja so Dinge die du auch ohne direkten persönlichen Kontakt herstellen kannst also wir haben in der Anfang dieses Jahres haben wir ein Wertpapier rausgebracht das ist ein Genussschein also das ist mehr oder weniger eine Art Anleihe das heißt die Leute leihen uns Geld kriegen dieses Geld verzinst und kriegen das Geld wieder zurück das ist wie ein Bankdarlehen zum Beispiel nur mit einem wesentlich besseren Zins für denjenigen der das Geld gibt also für uns ein schlechterer Zins die Finanzierung für die Brauerei zum Beispiel haben wir ja mit einem 2% Zins bekommen wir geben aber jetzt 4% an die Leute die uns Geld leihen weil wir haben die Finanzierung für die neue Brauerei die stand also die ist durch über die Bank das ist komplett komplett gesichert wir haben aber dann gesagt okay wenn wir diesen neuen Standort errichten brauchen wir einen weiteren Mitarbeiter der diesen Standort auch vermarktet also wirklich ein Profi jemand der dann auch die Academy in diesen Standort integriert weil die Academy die haben wir noch länger die hat nur ihres Daseins gefrönt die hat nicht viel gemacht weil wir halt ein Tagesgeschäft hatten was uns alle an die Grenzen fordert tagtäglich und da war für die Academy die es dann irgendwann mal gab aber nicht weiter groß gepflegt wurde halt keine Zeit die Zeit kam jetzt deswegen hat die Academy so eine kleine Renaissance erlebt weil wir die Academy ohne große ohne große Aufwände jetzt auch online stattfinden lassen können und zwar mit wesentlich mehr Attention als offline und das Wertpapier war aber dafür da um die Anlaufphase eines neuen Mitarbeiters der sich bei uns schon beworben hatte der kommt auch von der Brauerei der kommt aus dem Marketing der wollte unbedingt bei uns arbeiten das haben wir jetzt erstmal nicht umsetzen können weil der Bau nicht stattfand aber den zu finanzieren oder dessen Anlaufphase zu finanzieren also die ersten drei, vier, fünf, sechs Monatsgehälter also das erste halbe Jahr dafür haben wir mehr oder weniger unsere Fans ins Boot geholt und haben gesagt hier besorgt euch eine Anleihe gebt uns ein bisschen Geld da haben wir für 100.000 Euro haben wir Genussscheine freigesetzt und haben die Leute diese Genussscheine den Leuten diese Genussscheine angeboten und die sind auch wirklich gut angenommen worden bis zum Lockdown und dann halt nicht mehr weil klar dann die Leute aufpassen wohin mit dem Geld und langfristige Anlagen vielleicht eher nicht weil das Geld das leiden die Leute uns drei Jahre lang kriegen aber dreimal vier Prozent sind sie und dann kriegen sie ihr Geld zurück komplett also es ist ja nicht dass wir das Geld verballern so wie bei einem Crowdfunding oder so wo es das Geld nicht zurückgibt sondern wir nutzen das Geld um jemanden zu bezahlen oder jemanden oder die ersten Gehälter eines neuen Mitarbeiters zu bezahlen dessen Aufgabe es sein wird dass das Unternehmen mehr Geld verdient und von dem mehr verdienten Geld die Anlagen zurückbezahlt werden sollen also schon eine wohl überlegte Sache aktuell ist es so dass wir den Anlegern die es bisher gemacht haben sehr dankbar dafür sind weil wir dadurch jetzt natürlich auch die Möglichkeit haben diese Zeit mit zu überbrücken was nicht heißt dass wir das Geld jetzt verballern um zu überleben sondern wir haben dieses Geld jetzt erstmal als Puffer und werden unser Projekt ja trotzdem umsetzen und es dann auch zielgerecht einsetzen wir haben halt dann einfach nur weniger Zeit jetzt mit dem Geld so zu arbeiten bevor wir es wieder zurückzahlen müssen aber deswegen hat jeder auch die Möglichkeit auch das Ganze zu verlängern und vielleicht nochmal ein Jahr Zinsen abzugreifen bevor das Geld dann zurückgezahlt wird und das ist die das ist die Geschichte mit dem Wertpapier also unter hansfracht-wertpapier.de ist da auch nochmal eine Erklärbroschüre es gibt auch ein Video auf unserer Facebook-Seite irgendwo muss man ein Stück scrollen da ist das alles erklärt und ich denke weil Crowdfunding habe ich in letzter Zeit das Gefühl gehabt funktioniert nicht mehr so es gab einige Brauereien die versucht haben irgendwo nochmal Geld zu generieren die haben auch alle was bekommen aber nicht das was sie sich vorgestellt haben und deswegen haben wir gesagt es ist vielleicht für die Leute interessanter nur Geld zu verleihen und es dann wieder zu bekommen und jeder der das macht der wird auch auf dem Stahlträger in der Brauerei natürlich verewigt als Stütze der Brauerei und wenn du sagst Genussscheine dann gibt es ja dann auch dementsprechend dann auch noch was bei euch sowieso immer ja für das leibnische Wohn wenn ich es so nennen darf ja okay lieber Christian wir haben eine sehr sehr lange Gesprächszeit jetzt schon und ich finde es trotzdem noch sehr interessant wir könnten auch jetzt wahrscheinlich gleich wenn wir so ein Splitscreen wie in Facebook oder was weiß ich machen könnten könnten wir den Martin auch dazu holen und wir hätten Spaß ohne Ende denke ich mal weil ich auch wenn du gesagt hast du musst gleich ins Bett weiß ich jetzt nicht ob ich dir das so abkaufe an einem Samstag das habe ich nur gesagt weil du mir Sebastian so lange gebraucht hast ja mit dir habe ich jetzt tatsächlich noch länger gebraucht Mareike ist auch gerade hat auch gerade zugeschaut mit der hast du ja dein MHD Tasting da gemacht und mit dem Kolja also das war ein war eine sehr interessante Sache ich habe leider nicht alles hören können weil ich nur so zwischendurch mal reingeswitcht habe aber das war ein sehr sehr interessantes Thema das habe ich auch tatsächlich schon überlegt sowas mal zu machen weil ich habe unten auch eine eine Kiste mit MHD abgelaufenen belgischen Bieren und da bin ich wenn die mal ein MHD mal draufschreiben aber das sind tatsächlich schon ein paar ältertübliche Schätzchen von 2015 2016 wäre auch auf jeden Fall mal ein Thema ja wir machen noch kurz unsere kleine Fragerunde die ich eigentlich mit jedem mache wir fangen einfach mal an du antwortest dann einfach ganz kurz und muss nicht weiter dazu zu beigeben Rauchbier oder Helles Deutschland oder Namibia Deutschland Whisky oder Gin Gin Rotwein oder Rosé Steak oder Burger Steak gut lieber Christian ich bedanke mich bei dir für deine lange Zeit dass du auch ein bisschen gewartet hast wegen dem Sebastian der zu viel über seine Sauerbiere erzählt hat dafür haben wir bei dir viel mehr erfahren über auch logistische Dinge was jetzt so in der Zeit so auch angeht und auch mal wie sowas funktioniert bei einem zwar auch Brauer aber auch trotzdem auch Firmenchef und ich bin sehr gespannt wie es aussehen wird wenn wir diese Zeit mal vorbei haben und wie schnell dann diverse Gastronomen oder oder auch Brauer wieder auf die also wirklich auch auf die Füße kommen und du auch gerade mit deinem Projekt wäre dann auf jeden Fall ein eine absolute Geschichte für Aschaffenburg dann mal zu suchen du hast vorhin gesagt du weißt noch nicht wie oft ich da war ich war tatsächlich in Aschaffenburg selber noch nicht aber ich habe es halt immer tatsächlich mal auf der Autobahn in Richtung Franken ja gestreift durch den Spessert aber das ist tatsächlich nochmal so eine Sache ich weiß nicht ob du geplant hast in Frankfurt auf der Messe die ja abgesagt worden ist vertreten zu sein also da wollten wir auf jeden Fall hinfahren wir haben auch tatsächlich noch die Karten und da werden wir auch zugeben sein ich hoffe dass das dann eine Möglichkeit ist dir dann auch mal persönlich ganz sicher wenn du mal auf dem Weg nach Franken bist dann fahr einfach mal ab und komm vorbei das ist ja auch kein Problem ich danke dir ganz herzlich auch für den Abend heute und vor allen Dingen sollten wir beide uns jetzt erst mal bei Martin bedanken dass er echt ausdauernd gewartet hat und bei allen die auch dabei waren ich fand es großartig und Axel hat auch noch mal eine Frage gestellt das Vintage selbstverständlich also das kannst du ruhig nochmal leben lassen und in Jahren nochmal verkosten kein Thema wollte ich auch dazu sagen habe ich ja auch noch was unten lasse ich jetzt auch stehen kommt genau in diesen Bereich dass es mal oben irgendwo in meinem Bereich der interessanteren Biere steht und dann da jetzt auch mal noch ein bisschen nachgären darf oder nacharomatisieren darf wie gesagt ich wissen wie es war mache ich auf jeden Fall wir werden uns auf jeden Fall sehen und ich hoffe auch dass wir uns im Oktober dann sehen dass die Messe nicht abgesagt wird und dass der Nachholtermin dann passt und dann werden wir uns definitiv sehen und dann hoffe ich dass wir auch ein paar Takte mal in Real und ein paar Biere in Real dann zusammen testen vielen vielen Dank für deine Zeit bleib gesund viel viel Erfolg für deine Projekte mach's gut und dann hoffe ich dass der Martin gleich noch Zeit hat weil unser Stream wird ja sowieso in zwei Minuten das glaube ich nicht mach's gut mach's gut schönen Abend noch schönes Restwochenende und alles Gute danke danke ciao ja wie gesagt tut mir leid für alle die sich an einen Zeitplan gehalten haben der bis jetzt beim Open Beer Talk deswegen ist es aber auch ein Open Beer Talk nicht eingehalten wurde aber so ein bisschen ja kann man es verstehen weil es ist für mich auch super interessant es macht riesen Spaß immer noch auch wenn heute jetzt auch nicht so viele Zuschauer da sind wie aber die Konkurrenz ist halt eben auch immer stark der Stream wird sowieso gleich getrennt deswegen würde ich sagen der Martin kommt gleich im dritten Stream dann dran dann haben wir auch Zeit genug die wir sowieso beplant hatten und ja wir holen jetzt unsere Pinkelpause falls sie bei dem einen oder anderen noch nötig ist nach und dann würde ich sagen ich lade gleich einfach einen letzten vielleicht letzten wer weiß wie viel Spaß das gleich noch mit dem Martin macht letzten Stream ein und dann werden wir ein bisschen was zu dem Thema Bier Sommelier Online Kurs erfahren und natürlich auch wie es ihm so geht und was jetzt in den letzten ja es sind jetzt glaube ich vier Wochen her dass wir uns getroffen haben und wir haben wie gesagt einen Bier Svap gemacht das wird nochmal ganz lustig wir haben noch zwei super interessante Biere ich bin sehr sehr gespannt auf seine Meinung zu dem Bier was ich ihm geschickt habe und dann schauen wir mal wir sehen uns so dann willkommen zurück zu Teil 3 ich weiß wir sind im Teilplan hinten dran aber ich hoffe die beiden Gäste vorher waren für euch genauso interessant wie für mich weil es hat riesengroßen Spaß gemacht mit dem Sebastian und mit dem Christian zu sprechen vor allen Dingen Dinge auch wieder erfahren die man so als Otto Normalbürger oder als Amateur Bier Blogger wie ich das jetzt bin nicht so erfährt ansonsten ja vielleicht sind noch ein paar Leute da die noch ein bisschen Spaß haben ich sehe schon Christian ist auch noch dabei und geht also nicht so früh ins Bett ich werde dann sofort jetzt den Martin von ProbierTV dazunehmen und wie gesagt wir haben uns vor vier Wochen das letzte Mal quasi live gesehen bei meinem ersten Open Beer Talk und wir schauen mal was sich in dieser Zeit alles entwickelt hat wir gucken mal ob er da ist und auch Zeit hat für uns immer noch oder ob er schon an seinem Biertisch eingeschlafen ist nein 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 Hallo Martin vielen Dank für deine Zeit dass du auch zur späten Stunde auch noch bei mir wieder dabei bist und ich habe schon gerade überlegt als ich zur Toilette ging ich mache ja fast den Karl-Zusar-Konkurrenz was Zeitplan angeht es ist ein gutes Zeichen wenn es einfach viel zu reden gibt und spannend bleibt und das ist auch der Grund warum ich noch hier bin und noch nicht im Bett liegt weil Sebastian war spannend Christian sowieso und ich habe jetzt durch euch wieder erfahren die Craft in Frankfurt hat einen zweiten Termin jetzt im Jahr in diesem Jahr bekommen korrekt und zwar am 3. Oktober also einem Samstag und wir sollten jetzt ursprünglich hin jetzt musst du mich nageln ich weiß den Termin das war irgendwo im April wären wir da hingefahren und natürlich logischerweise abgesagt wie so viele Messen unter anderem auch ja die größeren und ja ich hoffe doch dass dann im Oktober das möglich ist ich kann es jetzt noch man kann es halt eben noch nicht einschätzen weil ja das ist halt natürlich auch schon so ein Ding was irgendwo Indoor stattfindet und also ich meine ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mit den Jungs vom Craft Beer Fest hier in Wien geredet das ist Ende November die sind relativ optimistisch im Augenblick aber so den den letzten Stempel den wird es wahrscheinlich erst in ein paar Wochen geben und das wird die Zeit zeigen aber ja also ich denke Oktober ist zumindest mal jetzt nicht so dass man sagen muss das wird ziemlich sicher nichts werden ja also im Moment ich will es auch nicht irgendwo voraussagen oder vorwegnehmen und so weiter ich hoffe es weil es ist für uns glaube ich wir waren das letzte Mal halt eben vor zwei Jahren tatsächlich auf einer Messe auf der Mainzer Craft Beer Messe die ich auch schon jetzt öfters angesprochen habe als familiäre und noch nicht so große Geschichte wie jetzt zum Beispiel die Braubiviale oder die in München die Geschichte und so weiter ja ich würde gerne mal was anderes sehen und dann fällt halt diese Geschichte in Frankfurt dann jetzt auch mal denk an Wien denk an Wien ja das hast du schon gesagt da bin ich auch definitiv am überlegen weil wie gesagt Wien fehlt mir ja auch als als Städtetour noch und man kommt ja ganz gut hin wenn dann die Flüge Flüge der Lux eher dann wieder starten dürfen was im Moment noch nicht der Fall ist also die sind das ist alles rum also die Lufträume wieder geöffnet werden also ich habe ich habe noch einen gebuchten Flug ich hätte nämlich Abi Treffen Ende Juni am 20. Juni ja und das ist auch schon ich weiß nicht wie viele Monate ist das bekannt und was ich ja immer mache jetzt will ich sofort den Flug buchen weil Flüge von Wien nach Frankfurt die kennen nur einen Preis und das ist je näher der Flugdatum kommt desto teurer werden sie jetzt habe ich das Ticket noch bin mal gespannt also ich bin ziemlich pessimistisch dass das Abi Treffen stattfindet mit ein bisschen Glück findet der Flug statt dann besuche ich meine Eltern und trinke Apfelwein und ja also ich bin sehr gespannt im Augenblick aber vorsichtig was was Termine angeht Sommerurlaub ist ja auch ja ist bei mir auch noch ein aktuelles Thema weil wir sollten am 28. Juli tatsächlich nach Kreta fliegen ich weiß es nicht ich habe noch natürlich noch keine Anstalten gemacht irgendwas zu buchen weil wie gesagt diese Reisewarnung hier in Deutschland ist ja bis zum 14. Juni jetzt erstmal und keine Ahnung ich habe wirklich gar keine Ahnung in Griechenland sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus oder auch da ist auch glaube ich noch relativ die Grenzen sind glaube ich noch offen weiß ich nicht der Flugverkehr ist glaube ich auch noch offen so wie ich das gehört habe man weiß es nicht nur was halt eben wirklich ein Problem werden könnte wenn man dann regierungsmäßig sagt so wenn du jetzt da in Urlaub warst irgendwo 14 Tage Quarantäne danach das macht glaube ich kein Arbeitgeber mit noch einen verlängerten Urlaub Es ist auch vor Ort glaube ich nicht ganz so lustig ich habe leider das Pech gehabt ich war früher häufig in Ägypten und habe zweimal das Pech gehabt tatsächlich in Ägypten zu sein einmal während einem Anschlag und einmal direkt nach diesen Anschlägen also entspannter Urlaub sieht anders aus insofern muss man sich das auch mal ein bisschen überlegen wie ist die Situation vor Ort und kann man den Urlaub halt so machen wie man es machen will und dann gibt es halt irgendwo so eine Grenze wo ich glaube dann macht es auch einfach wenig Sinn mehr und wenn du dann nur auf deinem Hotelzimmer eingesperrt bist und Griechen dann Mythos trinken musst dann ja also wie gesagt das ist auch aktuell halt eben so die Frage wie wie viel kann man machen weil wenn ich jetzt auch auf Kreta bin dann würde ich auch gerne die Insel dann auch erkunden ich bin halt eben auch nicht so wir machen natürlich einen Familienurlaub aber trotzdem auch mit mit Sightseeing und ich war noch nie in Griechenland und das wäre für mich halt eben auch so ein Ding wo ich dann halt auch ein bisschen Kultur mitnehmen muss also das gehört bei mir für einen Urlaub auf jeden Fall dabei und das ist halt eben so das Thema wenn ich das nicht machen kann das ist ja schon eine ganz schöne Stange Geld wenn die Familie in der Hauptsaison fliegt und ja das ist ich dann wirklich überlegen aber wenn wenn es halt so ist wenn diese Reisewaren aufgehoben wird dann ist es natürlich auch schwierig mit kostenloser Stornierung weil dann werden die Reiseunternehmen da mit Sicherheit auch ihre ihre Dinge durchdrücken wollen oder oder müssen vielleicht sogar weil es wenn ich mir jetzt überlege dann müssen weiß ich noch wieder eine Viertelmillion ich weiß nicht wie viel haben sie jetzt zurückgeholt aus Deutschland also aus keine Ahnung das war die letzte Woche genannt haben ja ich habe eine ganz dringende Bitte wir müssen ein Bier aufmachen ich habe mein letztes Bier ist schon eine Weile her und das war das lustigerweise auch das Vintage das habe ich mir zusammen mit euch aufgerissen aber ich brauche mal was hier zum ja 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 bitte welchen wollen wir anfangen wir haben ja zwei ich würde ja ich würde sagen wir ziehen deins tatsächlich vor also ich habe mir deins jetzt mal angeschaut vom Alkoholgehalt hätte ich das jetzt auch gesagt deswegen weil das andere ist eher so dass ja das Ding für das Ende wobei wir ja vorher schon das 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 Vintage hatten was ja da nicht viel weniger auf der auf der haben Seite hatte ja ich war sehr froh über die Sachen die du mir zugeschickt hast weil da sind Dinge dabei auch egal auch diese Otterkringer Geschichte ich fand dieses Zwickel zum Beispiel super genial also hallo wie hast du es genannt in einem deiner Videos mit diesen ich will jetzt nicht sagen Ejakulationsfäden nein das hast du nicht gesagt aber ich sage jetzt einfach mal also diese ja diese Hefe die dann noch so dieses Hazy diese Geschichte die dann noch nach unten schwebt das sieht man jetzt glaube ich gar nicht so in diesem Licht wie hast du es genannt ich versuche die ganze Zeit versuche ich auf dieses Wort zu kommen was du gesagt hast in dem einen Video ich weiß nicht ob es ein polnisches Bier war ach wir trinken ja das Alphatier von Buage also eine Brauerei in Wien oder aus Wien die in Wahrheit in Salzburg trauen beim Brauers Gußberg muss ich sagen ist so ich glaube da übertreibt man nicht so unter den Top 3 Craftbeer Brauereien in Österreich mit dabei und mit denen verbindet mich eine gemeinsame Historie fast ein bisschen lass uns erst mal trinken kurz ja ich muss einen Schluck nehmen zum Wohl es war nämlich 2013 bin ich durch die USA gefahren haben so eine große Tour gemacht den Klassiker San Francisco durch die Nationalparks bis Las Vegas über den Grand Canyon zurück nach L.A. und dann wieder hoch Richtung San Francisco und naja ich habe damals einen Blog schon gehabt und habe ein bisschen ich weiß es nicht also 2013 2014 war es wahrscheinlich und habe so ein bisschen geschrieben über meine Tour jeden Abend versucht ein Bier zu bekommen und was dazu zu schreiben und dann bekam ich auf einmal eine E-Mail am Abend und sagte ja hallo servus ich bin der Johannes komme auch aus Wien und mache hier gerade in den USA mein Praktikum von meinem Studium und wenn du zufällig in der Nähe bist dann schau mal vorbei und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und gesagt servus ich bin jetzt gerade also wir waren lustigerweise wirklich gerade in L.A. und wir sind jetzt drei Tage in L.A. und fahren dann den Highway Number One Richtung San Francisco hoch wenn da eine Brauerei am Weg ist dann wo müssen wir hin und der Johannes also Braumeister von Rurage hat zu dem Zeitpunkt gerade ein Praktikum bei Firestone Walker gemacht ja und das liegt so 50 Kilometer im Landesinneren von dem berühmten Highway Number One der so an der Küste da hoch geht und ich habe damals zu meiner Freundin gesagt pass auf wir fahren da jetzt ein paar Kilometer hoch und dann biegen wir rechts ab und fahren 50 Kilometer ins Landesinnere und sie mich gefragt wieso denn wir treffen meinen alten Freund Johannes da der arbeitet an der Brauerei und ja also wir haben ihn dann da besucht er war gerade in den letzten Tagen glaube ich dann ins Praktikum haben eine super Führung gekriegt in der Brauerei und ich bin ein bisschen unterhalten was machst du jetzt und was ist so dein was ist so dein deine Idee nach dem Studium er sagt ja er überlegt halt in Lien eine Brauerei aufzumachen dann dann lass uns mal in Kontakt bleiben vielleicht wird es ja was und tatsächlich so drei vier Monate später ist der Michael sein jetziger Vertriebsmitarbeiter im ziemlich tiefen Winter bei mir mit dem ersten Test-Soup vor der Haustür gestanden und hat gesagt hier probier mal haben wir testweise eingebraut und in Wahrheit hat so der Blog und Blue Age die sind so zum selben Zeitpunkt wie die gestartet und insofern wir haben uns gemeinsam begleitet auf der Craft-Bier-Reise und mit den Jungs ist es extrem witzig abends einfach mal ein Bier zu trinken und Blödsinn zu reden das geht mit denen hervorragend gut und vor allem der Johannes und jetzt kommen wir wieder zu ihm zurück ist einer der akribischsten Braumeister den ich kenne also ich habe noch nie einen erlebt der also der ist nicht mit 98% zufrieden bei 99% fängt er an ein freundliches Gesicht zu kriegen und wenn es dann auf 100% ist dann ist alles okay aber der ist wirklich einer der weiß was er tut der weiß wie er es tut der hat also über sein Studium halt auch die wirklich Ahnung dazu und das sind so die Leute wegen denen ich eigentlich nicht mehr so gerne heimbraue weil die wissen einfach wie es geht und die können gutes Bier machen und das werde ich nie schaffen und es macht mir zwar immer noch Spaß nach und zu den Kessel anzulassen aber das sind eben Leute die und jetzt kommen wir zum Alphatier zurück es ist eines der ersten New England IPAs gewesen sein die es in Österreich gegeben hat und das ist sicherlich das Freakigste New England IPA das ist nicht das fruchtigste das abgefahrenste aber das ist so als Gesamtbild ist das für mich für ich überlege jetzt glaube ich Europa sagen kann weil ich da den Überblick habe aber für den deutschsprachigen Raum auf jeden Fall so ein Referenzbier für New England IPAs wie gesagt das ist nicht das abgedrehteste abgefahrenste frinkigste Bier aber das ist so das das solideste New England IPA das ich kenne wo ich sage wenn du jemandem den Stil erklären willst dann sagen wir damit fangen wir mal an dann ist das ein echter Favorit und das ist kein Bier wo ich sage naja ist das jetzt hazy oder ist das jetzt trüb oder nee das ist genau so wie es ist das schaut aus wie ein Milchchake wenn du in die Nase dranhängst das ist fruchtig ja und was mir auch ganz wichtig ist das ist nicht so super bitter also viele New England IPAs übertreiben es dann ja auch noch mit der Bittere und das Ding hat 45 Bittereinheiten und glaubst du das echte New England IPA das hat noch viel weniger also die müssen gar nicht so bitter sein muss auch nicht sein ich wollte gerade sagen da macht man nichts verkehrt und ich war echt überrascht als du gesagt hast dass du das in Bitburg bei dir im Laden auch gesehen hast ja das zeigt schon dass die Jungs richtig gut sind und dass die es jetzt auch überregional am schaffen sind ja also es ist tatsächlich sehr überraschend gewesen ich habe das ja schon ein paar mal gesehen ich habe nicht dazu gegriffen ich habe aber unten noch tatsächlich ein Cola Brew mit der Jopen das wollte ich jetzt immer mal das habe ich immer mal wieder hinten angestellt das ist in den Tests in den Weed Weizen IPA oder sowas 100% Weizen 100% Weizen ja genau ja und da bin ich auch sehr drauf gespannt ich glaube das wird auch gut das habe ich mir tatsächlich mal in Holland gekauft und ja und ich war dann auch sehr überrascht wie gesagt es ist sehr sehr schwer bei uns was adäquates was Craft Beer angeht und da sind halt eben diese zwei Läden in Bitburg die sind ganz gut einmal der Rewe wo du auch schon sagtest der bei euch ja auch gut sortiert ist oder auch in Deutschland in der Grenzregion genau die sind da teilweise wirklich gut ausgestattet da kann man also auch hingehen also auch in Bitburg und wir haben halt eben einen Getränkeladen der Getränkelacher der ja ich weiß nicht ob da einer zuschaut von denen oder zugeschaut hat ja die Kollegen sind da auch ganz gut sortiert aber ich habe auch schon ein paar mal angefragt ob ich nicht da vielleicht da mal gerade in diese Sparte da vielleicht ein bisschen in beratender Funktion eingreifen könnte kam jetzt noch nichts zurück aber die sind tatsächlich die haben dieses dieses Bier gehabt und deswegen habe ich es mir auch genommen ich habe jetzt aber tatsächlich die Flasche von dir weil das ist die ohne die deutsche Fund Badge da steht dann tatsächlich auch noch auf entdecke das Tier in dir fand ich ganz super und bei mir steht irgendwas ich habe jetzt gekauft man kann es nicht sehen das ist da steht irgendwas finnisch das das kann man nicht sehen oder ne leider irgendwie vom Licht her also ich glaube es ist finnisch Johannes hat mal erzählt wir haben ja diesen 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 mhd Drucker da und da steht immer irgendein blöder Spruch unten dran und wie gesagt jetzt bei mir steht jetzt hier irgendein finnischer Spruch und dann hat mir einer gefragt warum macht ihr das und dann sagt man der Drucker der kann noch zwei Zeilen drucken und bevor der leerläuft sozusagen drucken wir halt irgendwas drauf was uns Spaß macht super deswegen also es ist immer lustig die die Blu-Ape-Slaschen zu sehen weil sie müssen nur das mhd drauf drucken und dann machen sie noch irgendwas anderes drauf das ist meistens irgendwas lustiges oder was zum Bier passend ist wie ich entdecke das Tier in dir kann man fast so sehen definitiv das Alphatier in dem Sinne wo du sagst so ein bisschen Genre Lehrbuch New England IPA kann man sagen Alphatier passt der Name definitiv auch dazu wobei das ist ja was ist das ist das ein Murmeltier nee das ist ein Lemurenaffe ich glaube also habe ich noch nie gefragt hätte ich gesagt aber ich glaube es ist ein Affe also das das Alphamännchen ja aber es ist es ist sie sind ja jetzt mal wieder weggekommen kurz von den Tieren aber es gab ja eine Zeit lang wo Bruehage sich an dieser Tierwelt festgehalten hat da gab es den Affenkönig ja und riesen riesen Erfolg gewesen haben sie damals zum ersten Geburtstag gestartet dann zwischendrin mal den Fructosaurus das waren was war es glaube ich ein Himbeer hinter das Sauerbier jetzt das Alphatier und das Spannende und das spricht irgendwie auch ein bisschen dafür auf der einen Seite für den Erfolg und auf der anderen Seite für die Qualität kann es ja ganz normal im Sparmarkt kaufen also das ist im Bücher in der der Ecke wo halt eben so diese 4-5-6 Craftbeere stehen die die haben aber das gibt es ganz normal im Supermarkt zu kaufen und daher kennen die Leute das auch die bekommen auch wenn viele Leute das vielleicht noch nicht selber gekauft haben aber so im Vorbeigehen sehen sie dann die Flasche da stehen und sagen was ist denn das das schaut ja lustig aus die kenne ich die haben das mit den lustigen Tieren drauf und auch eine Art Bier zu verkaufen definitiv ja also vom Design her und vom Geschmack her also es ist überraschend wenn ich jetzt eine New England IPAs hier so im Kopf habe es ist jetzt ja es ist nicht so fordernd wenn ich wenn ich da an manche Dinge denke die dann auch wirklich vom Körper her da irgendwelche Dinger von dir abverlangen mit mit Grat mit mit ja so milchig und so das ist es das ist es jetzt eher weniger ich finde was vor allen Dingen richtig gut ist es hinten dieser Abgang der dann nochmal so ein bisschen hinten raus dich ja genau dich dann nochmal ein bisschen so kitzelt ja drei Malzsorten habe ich gesehen sind drin ja also Haferflocken sind drin genau und das ist auch wieder was was das Ruage kennzeichnet wir haben im Prinzip haben wir zwei Produktlinien auch wenn sie das wahrscheinlich selber sagen würden aber auf der einen Seite sind so die Standard vier angefangen bei einem Wiener Lager Pale Ale das ist Imperial IPA Oatmeal Stout das ist so ihre Core Range die es auch das ganze Jahr über immer gibt und da kann man echt sagen die sind im Stil sind das nie die freakigsten Biere aber die sind unpackbar solide und nicht nur solide sondern auch unfassbar trinkbar also kannst hingreifen und kannst ein Glas einschenken es sind keine Biere über die du jetzt natürlich kannst darüber philosophieren und lang drüber nachdenken musst aber nicht und jetzt haben sie gerade noch ein helles rausgebracht es gibt aber nur ein Fass was ich sehr bedauere weil ich finde das ist eines der richtig guten Craft Bier hellen und dann haben sie auf der anderen Seite eben diese freakigen Geschichten und da wollte ich vorhin ich hoffe der Christian noch zuschaut weil ihr vorhin über Fassgreifung geredet habt die haben jetzt zusammen mit dem Otterkringer Brauwerk ein Projekt gehabt das läuft auch nach wie vor und da gibt auch wieder eine neue Edition aber das war so Mitte November haben sie das released das waren vier fast gereifte Biere also das war ein also es waren fünf Flaschen einmal das Basisbier also ganz normal aus dem Tank und dann das Basisbier in vier verschiedene Fässer das war ein Whisky Fass ein Rum Fass ein Rotwein Fass ein Brand Fass ein Wein Brand Fass ein Bier Brand Fass Entschuldigung und du hast die einzeln kaufen können aber richtig Spaß gemacht hat es eigentlich nur wenn du dir alle fünf Flaschen gekauft hast ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut das sind hier hinten noch eine stehen die ist zwar leer aber 375 also das ist ein bisschen größer aber wenn man die sich zu dritt teilt oder auch zu viert langt das locker und das ist wenn man mal Lust hat mal zu erleben was aus einem Bier werden kann nur durch Holzfass Reifung kosten 42 Euro die fünf Flaschen plus ein Verkostungsglas für das was man kriegt ist das wirklich großes Kino ich habe das mehreren Leuten schon empfohlen und es hat auch keiner gesagt war ein Reinfall sondern du hast fünf verschiedene Biere auch was der Christian von erzählt hat das Basis Bier liegt glaube ich irgendwo 8-9% wenn mich jetzt nicht mehr alles täuscht und das schärfste Bier ist glaube ich mit 12 oder 13 Prozent eben weil es eben den Alkohol aus dem aus nimmt sind und also das ist auch harter Stoff in Wahrheit die fünf Flaschen allein an einem Arm sind Spaß ja ja kann aber ja aber das ist das ist unter diesem Aspekt schaut euch mal an was was bei von kann die gibt es noch zu kaufen also wenn jemand das interessiert im Otterkringer shop die verschicken das auch 42 Euro so eine 6er Box fünf Flaschen plus ein Glas ist echt würde ich sofort sagen sein Geld wert zu empfehlen ja ich hab das da bei dir ein bisschen beobachtet du warst ja auch nicht so begeistert von allen Bieren aber du hast so auch dein Favorit und auch dein Ding wo du gesagt hast ja okay kann man mal machen aber es ist und da mache ich auch kein Geheimnis draus ich bin ja kein Spirit Trinker Cola Rump brauche ich nicht Whisky trinke ich nicht also es ist bei mir schwierig mit Spirituosen und dann muss das Bier schon richtig gut sein und darf eben nicht zu viel von dem Spirit annehmen und da war tatsächlich bei dieser vier Fässern war das Rotweinfast also ich bin dann wieder bei dir und dem Christian wenn ich Wein trinke dann trinke ich gerne Rotwein und das war wirklich ein ganz großes Kino und das andere war okay also das sind tolle Biere wenn ich jetzt gefragt werde welches von den Vieren ich halt am liebsten habe dann ist das Rotweinfast weil ich eben die anderen mag dann diese starken Biere auch nicht so gerne aber eben um dieses Erlebnis zu haben was kann was kann man Fassreifung machen wie schmeckt das dann wow das ist auch gerade wie der Christian noch sagte für so irgendeinen Anlass stell es dir mal weg und mach es dann auch wenn es irgendwas zu feiern gibt oder wo du eine Stunde hast und das ist auch tatsächlich so bei diesen Dingen egal wenn da Barrel Ales draufsteht dann sehe ich das auch so als besonderes Bier und stelle mir das nicht unbedingt direkt dass ich das dann ja ich sauf das jetzt mal so da muss man dann auch so sehen ist mir jetzt mit zwei Kisten Bier passiert also Kisten im Sinne von Pappschachtel da habe ich Bier in den Kenner tatsächlich mal gedacht ja das sind ja Böcke und das tust mal hinten in die Ecke und dann räumst irgendwas davor und dann vergisst du dass da die Kiste war also ich im Keller gefunden so aus 2013 2014 wo ich sagen muss da freue ich mich richtig drauf und da sind Sachen dabei wo ich gar nicht weiß ob das das überlebt hat aber die hätte ich nie so lange im Keller liegen lassen wenn ich sie nicht vergessen hätte und zum Beispiel auch wieder von hier vom von Breach die haben ein Barley Wine gemacht zum Craft Craft Beer Fest also das war 2014 war eine Kollaboration mit einer kleinen Brauerei und warum immer ich habe mir sechs Flaschen gekauft eine getrunken und den Rest im Keller ja ja das bringst du dann irgendwann mal und die habe ich jetzt ausgegraben und man hat mir gesagt wenn man das Ding in Frieden lässt was ich gemacht habe dann ist das ein sensationelles Spiel ich freue mich jetzt darauf wenn jetzt die Corona Zeit vorbei ist wir haben so einen kleinen Kreis mit vier fünf Leuten die sich immer mal treffen und jeder bringt so das mit was er gerade an heißem Scheiß zu Hause hat da werde ich sicher zwei Flaschen auf den Tisch stellen und sagen kommen lasst uns mal schauen was daraus geworden ist sehr cool ja wie gesagt deswegen habe ich auch mein Regal an den Spezialitäten ich sage immer das ist das Spezialitäten Bierregal und das bleibt dann da auch mal stehen und ja ab und zu wird dazu gegriffen jetzt gestern zum Hochzeitstag hatte ich eigentlich vorgehabt was zu holen was raus zu holen aber es wurde dann nachher dann doch bei den ja es ist dann nachher bei normaleren Sachen geblieben mit einem Staud was für Beginner auch in Ordnung ist die da jetzt nicht so den Hang hatten deswegen war das aber auch ja aber normal ist das auch so ein Anlass wo ich sage vielleicht jetzt zu meinem Geburtstag was ich da nochmal ja ich mache die halbe siebzig dann voll dass ich dann auch mal vielleicht so was raus hole wo ich sage okay das da hat jetzt ein bisschen gestanden das darf dann jetzt auch mal ins Glas ja Aromenentwicklung genau der Achsel nach dem MHD das ist wirklich ein christian christian hat hat ich gesehen mit diesem thema das war ja gut dunkle biere genau damit würde ich es auch oder auch vielleicht bei böcken wo du dann vielleicht auch nicht so weißt wie entwickelt sich sowas also ich würde jetzt auch sagen bei stärker eingebrauten bierstilen ich glaube es gibt so ein alkoholgehalt unter dem macht es einfach keinen Sinn weil jemand hat mal siebeneinhalb prozent gesagt das solltest bier halt schon haben das ist wahrscheinlich auch eine fließende grenze und klar wenn es ein hopfiges bier ist dann bringt lagern halt meistens auch nichts weil die hoffen aromen dann halt irgendwann kaputt gehen aber wenn das ein schöner Badewine ist zum Beispiel dann macht man sicherlich verkehrt und es Stout Porter sind ja auch eher malz lastigere Biere und ich bin die Hopfen Aromatik bekannt also von daher mit denen kann man es mal versuchen und am Ende des Tages kann einem eh keiner sagen was passiert ich habe schon Biere gehabt bei da war ich total sicher dass das Granaten Bier wird in zwei Jahren und nach zwei Jahren aufgemacht und hey aber dann habe jetzt mit Karl Zusager auch wieder neulich geredet und er hat auch gesagt naja das Problem ist es gibt viele Biere die sind so nach zwei drei Jahren die machen so eine Kurve also du hast das Bier wie Christian gesagt hat wenn es abgefüllt ist es okay okay und dann kippen die so langsam nach unten weg und nach zwei drei Jahren und dann kommen sie aus dem Tal raus und dann also er sagt auch so vier fünf sechs sieben Jahre das ist das Fenster und danach macht es meistens dann wohl auch keinen ganz großen Sinn mehr also man muss sich da vielleicht auch manchmal selber ein bisschen rantasten und dann ist es gescheit wenn man vielleicht wirklich fünf sechs Flaschen da stehen hat dass man mal gucken kann wenn man jetzt zuhause zwickeln könnte dann mach ich mal nach zwei Jahren auf und dann naja ne gut kommen wir noch mal im Jahr wieder ja das ist so ich hatte das Vergnügen in den USA die machen ganz wenig Export aber hin und wieder doch Cascade Brewing die sind bekannt für Versauerbiere kommen aus Portland und irgendjemand hat mir gesagt du musst da unbedingt hin musst dir das anschauen und die haben drei Standorte die haben so Tasting Room in der Stadt da haben sie ihre Brauerei und das Blending Haus und das ist auch räumlich ziemlich weit voneinander getrennt und in dem Blending Haus das ist nichts anderes als eine riesengroße Lagerhalle wo Holzfässer drinstehen und sie sagen selber sie spielen da immer Fass Tetris sie haben also einen Gabelstapler Fahrer der die Fässer durch die Gegend fährt weil sie brauchen jetzt das dritte Fass von unten aber in den mittelsten Stapel und das steht alles total eng du kommst da neben voran aber die wissen genau wo die Fässer sind und dann blenden die aus unterschiedlichsten Jahrgängen von den unterschiedlichsten Bieren blenden die das dann zusammen und machen dann ihre neuen Kreationen und ich hatte einen wirklich netten Führer der mich da mit hingenommen hat gibt es auch ein Video sogar bei mir auf dem Kanal und die haben mich dann da tatsächlich die Nägel raus um halt dann aus dem Holzpass eine Kostprobe abzufüllen und da waren wir an einer Reihe von Festern die haben ausgeschaut als sie wären auf einem Piratenschiff runter gefallen also richtig abgefuckt und da waren dann alle Biere die da schon mal drin gelegen sind da waren da draußen drauf geschrieben und das was ich da getrunken hatte war angeblich ein 18 jahre alt das hat mit dem was normaler sterblicher Mensch als Bier kennt hat nichts mehr zu tun das ist einfach nur noch irgendwas Wein ähnlich ist das ist da schon richtig geil und weiß ich ja auch nicht der würdigste Mensch das zu würdigen dort aber das sind immer so diese Momente wo die Augen aufgehen da ist noch viel zu lernen und da ist noch viel was man irgendwie über Bier sich antrinken kann antrinken ist du hast jetzt das richtige Stichwort wir kommen jetzt einfach mal zu so einem kleinen Thema was ich angesprochen du bist ja jetzt mittlerweile bist du tatsächlich seit wir uns jetzt vor vier Wochen glaube ich haben wir gesehen im Talk im ersten Talk du bist jetzt tatsächlich Bier Sommelier ich bin Bier Sommelier eigentlich hast du ja auch gedacht naja du musst es nicht machen hast was heißt du hast es aber schon auch so manchmal so rausspringen lassen dass du sagst du brauchst als Bier Vlogger ja Vlogger was du ja jetzt mittlerweile bist brauchst das nicht unbedingt ich bin es ja auch nicht und ich mache das ja auch jetzt schon so ein bisschen und ja aber was sagst du die Vielfalt hat dir natürlich schon jetzt klar was gebracht denke ich mal und aber was sagst du dazu oder was hilft es dir jetzt wirklich speziell in deinem Alltag als Bier Vlogger ob mir das in meinem Alltag als Bier Vlogger ob mich das viel weiterbringt weiß ich gar nicht wo es mir auf jeden Fall weiterbringt ist in meinem Alltag als Bier Trinker also man du gehst mit vielen Dingen vielleicht ein bisschen anders um du hast ein breit gefächelteres Wissen also du machst natürlich keine 180 Grad Wendung und das war mir die Frage die ich mir gestellt habe warum soll ich das eigentlich machen weil ich glaube so ganz grün hinter den Ohren bin ich jetzt nicht mehr ich habe schon mal Bier gebraut schon eine Brauerei von innen gesehen habe auch schon mal ein Buch über Bier Geschichte gelesen und Bier auf einem Fest habe ich auch schon mal gezapft also du hast überall ein bisschen reingeschnuppert und dann ist immer die Frage warum sollst du es dann nachher tatsächlich machen und es hat sich jetzt tatsächlich durch die Corona Zeit eben die Möglichkeit ergeben ich konnte es online machen ich hatte Zeit ich hatte Lust und dann habe ich es tatsächlich einfach gemacht und war nachher wirklich überrascht wie viel du aus diesem Kurs mitnimmst nicht so sehr dass du so viel Neues lernst natürlich lernst du einiges Neue auch Dinge wo ich jetzt persönlich sage wäre ich wahrscheinlich auch ausgekommen ohne das jetzt zu wissen aber was was für mich so den wirklichen Kick gegeben hat war dass man viele Zusammenhänge viel besser versteht also ich habe diese Geschichte mal erzählt mit diesem historischen Zusammenhang wie das mit Antondrea Josef Kohl und der Kältemaschine war dass ich das einfach zeitlich überhaupt nicht auf dem Stirn hatte mikrobiologische Zusammenhänge waren auch nicht so viele Sachen dabei die ich 100% hätte beschreiben können und du bist dann natürlich häufiger schon gefragt warum ist das so wie funktioniert das das kannst jetzt einfach locker flockig erklären und es erweitert das Wissen halt einfach enorm und macht dich ein bisschen breiter aufgestellt und insofern glaube ich war es keine vertane Zeit gut investiertes Geld das muss man selber individuell entscheiden geschenkt ist das ganze nicht und da ich beruflich nichts damit machen werde ja ist es dann doch viel Geld aber ja hat sich die Gelegenheit ergeben und ich habe das einfach mal gemacht und die Zeit war gut investiert und es öffnet lustigerweise dann nachher doch die ein oder andere Tür weil man gerade was Wettbewerber angeht ich war zwar schon bei internationalen Wettbewerben auch als Juror eingeladen aber wenn du dann so ganz ohne Titel da bist und das echt wie Bier blogger ich habe schon viel Bier getrunken es macht einfach sicherer also das was ich früher mal gehabt habe war du verkostest ein Bier riefst dran und bist da nicht so sicher ist das jetzt wirklich was könnte das für ein Problem sein gerade wenn irgendwelche Fehler drin sind und jetzt kann man sagen das ist es du kriegst da einfach nochmal so ein bisschen einen Feinschliff das ist glaube ich das was die Leute mit denen ich geredet habe auch gesagt haben also diese Mittelstufe die ich jetzt abgeschlossen habe das ist so wenn du ein fundiertes Wissen hast dann wird das nochmal richtig schön auf Hochglanz poliert und jetzt habe ich die Möglichkeit kann mich bis nächsten April entscheiden da wäre dann mein Aufbau Kurs da könnte ich den Dornbier Sommelier drauf setzen der geht aber nicht mehr online sondern da muss ich dann eine Woche nach Obertrunk sicher auch nicht ganz unlustig mit ein paar Leuten da so einen Kurs zu besuchen ob ich das jetzt mache oder nicht da habe ich jetzt noch elf Monate Zeit mir das zu überlegen und vielleicht ist da schon wieder Corona oder Covid 21 keine Ahnung also so weit plane ich lange nicht geplant und so weit plane ich jetzt im Augenblick bin ich ganz zufrieden mit dem was ich schaue mal was die Zeit zu bringen ja aber ist ein sehr guter Ansatz weil das Ganze interessiert mich natürlich auch weil ich ja auch so ganz ohne irgendwas Papiermäßiges das so mache nebenbei und ja man überlegt sich dann halt auch immer so ja kannst du jetzt schon irgendwo ein Tasting anbieten für Freunde oder irgendwo was nur weil du halt eben ein bisschen mehr verstehst weiß ich nicht das ist ich weiß nicht wie du es vorher gehalten hast mit mit so Sachen im Bekanntenkreis oder dass du es dann auch mal so gemacht hast oder also ich habe Pracetings gemacht sogar im relativ großen Stil aber das waren immer Leute die ich also nicht die ich gekannt habe aber die mich jetzt nicht auf der freien Windbahn angesprochen haben sondern da gab es immer irgendwie eine persönliche Beziehung hin also ich habe bei einer Studentenverbindung habe ich das mal jetzt drei vier fünf Mal gemacht und da kannte ich halt ein paar Leute und da ist es aber genau das mir passiert was du jetzt auch vermutlich angesprochen hast du sitzt dann da drin und auf einmal guckst du so ins Publikum und siehst auf einmal da hinten sitzt der Braumeister von der Otterklinger Brauerei und denkst so fuck wer hat das schon jetzt aber Vorsicht bevor du jetzt irgendeinen Blödsinn erzählst und naja also ich habe das immer so verkauft wie ich bin ich habe das von mir kriegt die information so wie ich sie mir angelesen angeeignet und wie meine erfahrung ist bin Karpiers familie habe da auch keine aber du redest ja mit leuten die in wahrheit also wenn du hier bist dann sind die leute da vom wissen meistens da unten irgendwo ja also die überfordert du schon mit so ein bisschen Glückwissen und insofern wenn man so Bier tastings dann anlegt und ich habe auch überlegt wie mache ich es und meine ersten tastings waren wirklich so dass ich gesagt hier komm Leute wir fangen jetzt einfach mal an hier haben wir ein Bier das arbeitet über das Malz hier haben wir ein Bier das arbeitet über die Hefe und hier haben wir ein Bier das arbeitet über den Hopfen und dann haben wir erstmal die drei Grundparameter erklärt und damit hast du die ersten drei Biere durch und dann machst du noch keine Ahnung bringst ein IPA ins Spiel weil du hast ein hopfiges Bier gehabt und dann sagst du jetzt gehen wir mal hopfenmäßig eine Stufe weiter und nimmst zum Beispiel wie so ein New England IPA und da steigt dir eh schon die Hälfte aus aber du kannst einfach zeigen was Bier kann und das ist halt immer so diese Gratwanderung du weißt halt dass du mit den Leuten mit denen du da zu tun hast die musst du jetzt nicht in die tiefen Beine der Bierkunde einführen sondern da ist eben so dieses erste Aha Erlebnis was kann Bier außer hellen Pilz und was kann das noch alles und damit sind die auch hellauf zufrieden und mit viel zu viel Informationen überfrachtet man die Leute dann halt auch insofern also Hastings im gestützten Umfeld ich habe auch nie Geld für genommen war mir steuerlich dann wäre mir das schon wieder viel zu heikel gewesen das ist dann echt eine ganz witzige Geschichte und die Leute freuen sich und haben meinen Spaß und dann habe ich auch meinen Spaß wenn von den 20 Leuten die dann drin gewesen sind nachher 10 deinen Kanal noch abonnieren dann hast davon gehabt definitiv ja also dann gehe ich einfach mal so in der Ansicht nach dass dir das Ganze halt eben schon in die Tiefe was bringt auch für dich persönlich und so auch für die Sensorik weiß ich jetzt nicht weil Sensorik ist ja wirklich so ein Ding das machst du das machst du halt eben wirklich mit der mit der Erfahrung mit den Jahren mit mehr trinken mit dann auch mal andere Früchte essen andere Gewürze mal probieren und so die man so gar nicht kennt und was kann es sein das ist ja auch wirklich individuell ich weiß nicht ob das dahingehend viel jetzt vor allem als Online Kurs weiß ich nicht es gibt ja es gibt ja einfach Materialien an die Hand wie dieses Aromarat zum Beispiel aber das musst du jetzt bei dem Kurs machen aber dieses Aromarat findet man im Internet irgendwo und ausdrucken und das hilft halt einfach wenn du für dich ein Bier verkostest und denkst was ist denn das jetzt du hast da irgendwas Fruchtiges und dann guckst halt einfach auf dem Aromarat und dann sind es ja meistens nicht so viele verschiedene Aromen die es sein können und dann gehst du so zwei Stufen weiter und dann warst grüner Apfel ja natürlich und das ist sicher was was man da mitnehmen kann und was man dann auch sich hier und da mal neben dran legt wenn man ein Bier mal auch ausführlicher beschreiben soll da tut es einfach leichter das auch wie der Karl gesagt hat am Ende des Tages ist es einfach nur Übung 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 genau und ich habe auf internationalen Wettbewerben die Erfahrung gemacht meine Lieblingsgeschichte war jetzt letzten Oktober in Brüssel bei der Brussels Beer Challenge und da sitzt mir jemand gegenüber den ich auch schon Jahre kenne und weiß der hat wahrscheinlich schon 80, 90 Wettbewerbe hinter sich und wir trinken Fruchtbiere du kriegst aber nicht gesagt welche Frucht es ist und wir trinken so und was war es er hat glaube ich Wassermelone gesagt und ich habe Vabarber gesagt und also wir haben uns so angeschaut und Watermelon ist ein Rhybrard und er sagte Wassermelone in dem Augenblick war ich sofort der Meinung na klar es ist Wassermelone und er hörte von mir Rhabarber und sagte nee klar du hast recht Rhabarber wir haben dann quasi die Meinung über den Tisch getauscht und das war dann ganz lustig weil ich weiß was was ganz anderes und also du siehst die Leute kochen dann auch noch mit Wasser und wenn man die auf dem falschen Fuß erwischt dann finden die halt auch keinen Hals gerade mit ihrem Fuß alles Menschen Ja jetzt nochmal auf das Thema du hast eben gesagt du nimmst kein hast bis jetzt kein Geld dafür genommen aber hast du es denn jetzt vielleicht angedacht in dem Bereich vielleicht irgendwas zu machen so als Nebenverdienst oder sagst du immer noch du sagst nee Hobby zum Beruf hast du ja schon mal gemacht und ist definitiv nicht so meins das eine ist Hobby und das andere ist ist halt Beruf und ja aber so als Nebenverdienst vielleicht weiß ich nicht bei mir ist das ja aktuell auch so eine Geschichte wo ich sage ja wohin gehst du Freunde sagen immer halt so du hast jetzt dieses Seil in der Hand und bist ein bisschen bekannt da irgendwo vielleicht und ja mach doch mal noch ein bisschen mehr aber dann ist bei mir dann immer so die Überlegung ja was bringt es mir oder wohin gehe ich wirklich damit lasse ich lasse ich das sage ich mal dass das als Hobby ist dass das dann Überhand nimmt und weiß ich nicht ob ich da Bock drauf habe wie siehst du es jetzt genau was du sagst also ich hab also eins war bei mir von Anfang an klar mit dem Block werde ich nie Geld verdienen also ich bekomme kein Geld für die Biere ganz im Gegenteil ich gebe Geld für Biere aus ich sag mal jetzt 90% der Biere die ich auf meinem Kanal verkostet habe ich mir auch selber gekauft 5% hat mir irgendein Freund Bekannter sonst irgendwas beschenkt und die anderen 5% tatsächlich die kriege ich dann auch mal von Brauereien zugeschickt und mache auch kein Geheimnis drauf Brauereien schicken dir ab und zu mal was aber es sind meistens nicht die Brauereien die dich besonders interessieren manchmal überraschen sie sich tatsächlich damit wir aber ich möchte schon die Sachen trinken die einfach weil es mir Spaß macht und Werbung kriegst permanent von irgendjemandem was angeboten dürfen wir bei dir einen Beitrag schalten oder was kostet Werbung bei dir auf der Seite interessiert mich in Wahrheit nicht es ist keine Arroganz aber wenn ich damit anfange die werden ich jetzt auch nicht mit tausenden von Euro überschütten und mir da jetzt eine steuerliche Geschichte anzutun Gewerbe anzumelden dass ich da noch Nebenverdienst machen kann was ich hier machen müsste da ist der Aufwand zu dem was ich damit verdienen kann in keinem Verhältnis deswegen stand das für mich nie zur Diskussion und so Sachen mit Hastings muss ich sagen ja da glaube ich da kann man Geld verdienen weil der Aufwand nicht so besonders hoch ist man macht diese Programme also ich habe jetzt tatsächlich drei Programme fertig wo ich sage das ist immer so ein Einsteiger Thema ein bisschen fortgeschrittene und einmal habe ich Hackbiere oder sowas habe ich gemacht und wenn du das mal fertig hast dann kannst du das natürlich relativ einfach wieder reproduzieren und könntest dann da vom Tennis Club zum Kaninchen Züchter Verein und zum Fußball Club nachher gehen und könntest die alle mal irgendwie an ihrem Vereinsabend mit einem Biertasting beglücken ja also wenn jeder von denen ich sage jetzt mal ich habe mir das mal ausgerechnet wenn jeder von denen 20 25 Euro dafür bezahlt dafür die Biere kriegt du bringst die Gläser mit da bleibt auch nicht was hängen also für so einen Abend wenn du das so nebenbei machst glaube ich da kann mal schon mit Geld verdienen ich habe immer das den Leuten überlassen die tatsächlich wir verkaufen und hier in Wien gibt es ein paar Bier Shops und wenn ich so Anfragen gehabt habe dann habe ich gesagt nee fragt mal die und die haben dann diese Tastings auch gemacht und die Leute waren alle zufrieden ich denke halt immer ich habe einen Job ich habe eine Familie ich habe Freunde und ein zeitintensives Hobby um da dann noch irgendwie zwei Abende die Woche irgendwo auf einem Tasting rumzuhängen wenn es mein Job wäre ja klar ich kenne auch Leute die die leben von YouTube und hohen Respekt also ein Freund in Polen der lebt davon und der lebt nicht schlecht davon das weiß ich auch und ja wenn man das kann also der hat hart dafür gearbeitet und oft auch der Simon Martin glaube mittlerweile ich glaube der kann jetzt auch so langsam davon leben in Wales lieber Freund aber es ist nicht das was ich mir als Beruf vorstelle und ich habe dann irgendwann für mich mal gedacht das ist Hobby und das bleibt Hobby und dann aber auch konsequent geblieben ja das ist halt eben wirklich so im Moment das Thema du bist halt von vielen bei mir die sagen halt ja komm du musst jetzt du investierst schon viel Zeit dafür auch am Abend wo du jetzt auch gerade sagst mit Familie und so was das ist ja bei mir genau das Thema auch mit Job und auch einen zeitintensiven Job der auch wirklich auch kippsmäßig was abverlangt und ja das ist das ist das ist das ist halt wirklich so das Thema wo dann manche sagen so ja da weiß ich halt eben nicht so ganz genau und deswegen bin ich da auch ganz ganz ohr was diese Infos da angeht auch zu dem Bier sommelier den ich aber vielleicht für mich persönlich auch irgendwann dann doch mal anstreben würde aber das ist halt eben dann auch wirklich das Zeitthema wenn man es jetzt halt eben vielleicht online dann so wie du machst aber das ist halt dann geht vieles also es fallen andere Dinge wieder irgendwo runter um dich und ja wenn jetzt kein Corona wäre hätte ich ja auch noch zweimal die Woche Tischtennistraining was ich ja auch noch nebenbei mache und die Spiele am Wochenende von daher das ist ja dann auch so das Hobby deswegen man weiß es nicht die Familie ist auf jeden Fall das Wichtigste auch und die ist immer da und die Freunde die deine Bier Blogs lesen die sind halt eben ja die sind da die geben dir vielleicht mal eine Rückmeldung aber ja das ist aber genauso wie diese Hobbybrauer Geschichte wie viele Leute die Hobbybrauer sind und Freunde die sagen hey der ist so super das solltest du professionell machen so jetzt gibt es zwei Dinge die Leute die die sagen mach das professionell die haben in aller Regel wenig Ahnung vom Bier also die sind auch Konsumenten aber es sind keine Bierexperten ja kann ganz gemein für mich sagen ich weiß nicht es ist sicher 50 Leute die man gesagt nee das solltest du professionell machen wenn ich überlege was ich da für Bier gebraut habe das war alles trinkbar und das war alles gut aber das ist was ich vorhin gesagt da gibt es Leute die studieren das die machen eine dreijährige Ausbildung Bierbrauen ist so kompliziert in Wahrheit weil wenn alles glatt läuft dann ist Bierbrauen einfach Bierbrauen fängt dann an wenn es Probleme gibt ich sehe das bei Freunden die sich tatsächlich mal selbstständig gemacht haben vom Hobbybrauer zum professionellen Brauer und die stehen dann relativ schnell an wenn es im Brauen mal irgendwo Probleme gibt und eben nicht so 50 Liter Heimbrau suht den kippst auch mal einen Bulli rein und sagst komm nächstes Wochenende wieder aber das machst du nicht mit 10 oder 20 Hektar weil es jetzt schief gelaufen ist da stecken ja auch massische Rohstoffe drin und insofern ist das ja also da gibt es Leute die das besser können und meine Biere waren auch immer sehr durchschnittlich glaube ich gut trinkbar aber nicht das was ich hätte machen wollen und dann nee das sollen andere machen da schrecke ich dann auch von dem Investment zurück ja ja Selbstständigkeit ist ein Thema vor allen Dingen wenn man jetzt überlegt was passieren kann Martin ich glaube mein Countdown geht gleich durch wir haben noch einen ja ja genau ich warte ich warte du bist bereit wir haben vielleicht noch ein paar Sekunden jetzt also der Countdown ist noch nicht da aber der wird jeden Moment kommen ich hoffe du hast noch ein bisschen Zeit weil wir haben noch was von mir ja wir haben vor allen Dingen noch ein Bier und da habe ich jetzt auch richtig Lust drauf weil das ist so ein ja so ein Ding für schönere Stunden die wir jetzt dann vielleicht noch ja hast du noch hast du noch Lust ob im Moment tatsächlich wenige Zuschauer sind aber wir machen das ein Zoller für uns ja richtig genau ja ich bereite das Ganze dann auch nochmal im Nachgang durch ich habe tatsächlich gesehen dass es ja die Möglichkeit gibt das irgendwie technisch zu lösen ich habe die ganze Woche hier deswegen habe ich auch relativ wenige Biertests online gestellt ich war da an dieser technischen Geschichte dran den Mitschnitt vom letzten Mal da irgendwo ja das ist nicht so ganz einfach über Instagram tatsächlich habe ich festgestellt weil du hast kann man das runterladen nochmal ja du kannst es mit mit einer Google Chrome Erweiterung runterladen aber dann in zwei geteilten Spuren also du hast einmal die Videospur dann hast du die Tonspur dann musst du das Ganze natürlich dementsprechend dann schneiden du hast aber auch drei Videoteile weil du ja halt eben oder drei oder vier Videoteile weil du dann jeweils die Stunde immer machst und das ist ein bisschen Schneiderei und dann passt das dann wieder nicht es hat zum Beispiel nicht gepasst in den Format für dieses Instagram TV und da war ich ja war ich tatsächlich jetzt teilweise abends dran und ja weil ich halt eben auch so ein Lesertechnikfreak bin und mich dann sowas aufregt wenn es dann nicht funktioniert ja ich habe es tatsächlich bis jetzt nicht hinbekommen für Instagram TV ein passendes Format von diesen drei Videos die es waren beim letzten Mal zu finden also es hat es hat bei YouTube hat es tatsächlich funktioniert aber bei Instagram TV hat es nicht funktioniert ich muss sagen ich stehe mit Instagram TV auch ein bisschen auf Klicks Post das hat bei mir auch nie so richtig funktioniert ich habe da mal eine Zeit lang meine Videos auch hochgeladen aber das war dann ja hat nur noch mehr Arbeit verursacht ja genau es ist irgendwo ein bisschen mühselig gewesen so mein Countdown ist jetzt da 15 Sekunden haben wir ich lade dich gleich nochmal ein ich gehe tatsächlich jetzt auch nochmal auf Toilette und dann gucken wir vielleicht wenn die Einladung kommt dass dann noch der ein oder andere gleich noch unser zweites Bier so tatsächlich haben wir es zum vierten Teil geschafft heute Abend durch hatte ich glaube ich auch noch nicht ich weiß nicht wie es beim ersten Video war es zwar auch relativ lang und da war auch der Martin quasi der letzte Gast und ja ich bin mal gespannt ob noch jemand gleich uns zuschaut wie wir hier online ja ich will den Martin einfach nochmal dazu bin froh dass er immer noch die Zeit aufbringt und ja hat geklappt wunderbar ich bin wieder da du bist wieder mit frischem Glas weil ja ich habe auch tatsächlich ich habe ja gut ich habe jetzt natürlich ein Branding Glas ja gut bekomme ich halt hier und ja was trinken wir denn da oder was ja ein Triple genau das ist ein belgisches Triple oder Triple der Stefan der bei mir auch letztes Bier Talk zu Gast war ist ein auch ein kleiner Fan der belgischen Bierszene du hast ja auch erzählt du warst schon drüben und hast da bei diversen Festen oder Verkostungen was gesehen und dir wird sicherlich der Bierstil belgisches Triple bekannt sein ja sag mal sag mal wie kann man es in einem deutschen Biersstil vergleichen mit einem ja vielleicht einem malzigen Doppelbock ja aber das ist wieder ein bisschen das ist spezieller ja diese belgische Häfen die bringen ja immer diese leicht fruchtigen Noten auch noch mit rein genau das ist ja was wenn du das in einem Doppelbock hast dann schauen dich alle anderen wie gut ist ja genau ich würde sagen das ist wahrscheinlich ist es dann tatsächlich dein erstes Kraftwerk nein nein Kraftwerk habe ich schon getrunken aber die sind ja tatsächlich nicht in Österreich zu haben richtig ich habe mal mit dem es war ein sehr netter Mitarbeiter dessen Namen der hat einen sehr spannenden Namen gehabt aber ich komme nicht mehr drauf wie er hieß der den Vertrieb gemacht hat okay also ich kenne die Jungs ja also es gibt der Tom hat eben tatsächlich auch mal zugeschaut Tom Paul dann gibt es den Bastian dann gibt es natürlich den Jan den wirst du ja aber mit Sicherheit auch kennen ja und der Stefan hat auch natürlich noch einen Braumeister dabei hat er auch letztes Mal erzählt ich war auch jetzt tatsächlich schon in dieser Versuchsbrauerei und habe mir da eine Sonderführung von Stefan angetan das ist also sehr sehr interessant und ich glaube er hat auch beim letzten Mal so ein bisschen mit diesen Vorurteilen ja so Bitburger wollen wir in der Draft Bersene irgendwie nicht haben so ein bisschen aufgeräumt und das war eigentlich auch so der Hintergrund daran dass ich ihn eingeladen habe ich wollte ihn eigentlich auch schon mal öfters aber er ist auch hier bei den Tastings vom Nico Weiler in Trier was auch wieder aktuell parallel läuft der macht das jeden Samstag der hat halt seinen Bottleshop in Trier ein Jahr aufgemacht genau oh ja das hört sich interessant an ja das hört sich interessant an ja da bin ich mal gespannt also er ist auf jeden Fall Fan von diesen belgischen Bieren und ich glaube wir haben hier ein ganz gutes Pendant mit neun Prozent ja also das ist ich finde das immer so gemein ich würde mir manchmal wünschen dass die Brauereien so diese Bierbeschreibung dass das so ein Abziehbildchen ist oder zum Freirubbeln weil manchmal würde ich gerne wissen okay Alkohol Bittereinheiten und sowas das würde ich gerne wissen aber so Sachen wie Gewürznelge Karamell und Honig das hätte ich gerne mal wenn man den Finger drauf halten es ist leider so es steht drauf aber es ist aber auch tatsächlich es ist genau richtig richtig also die Nelke ist Hammer und das ist eben glaube ich genau das was wir vorhin gesagt haben deswegen ist es so schwer ein deutsches Pendant zu finden von der Stärke her vielleicht ja Doppelbrock genau aber du hast eben diese fruchtigen Aromen drin okay jetzt nehmen wir uns Weizen Doppelbrock her vielleicht aber das ist nicht vergleichbar finde ich das sind einfach diese speziellen belgischen Häfen die dann eben noch Aromen erzeugen die du halt eben in einem heimischen Weißbier zum Beispiel dann eben im Nied drin hast und das macht die Sache sehr speziell das muss man auch mögen also diese Abteilbiere das ist sicher jetzt nicht jedermanns Sache und auch so 9% ist auch schon das ist das ist quasi der wieder der Rausschmeißer nach dem Vintage vor heute Abend natürlich also ich habe tatsächlich nach langer Zeit mal wieder letzte Woche oder vorletzte Woche mit meiner Frau und deswegen habe ich es auch bei dir ins Paket gepackt weil ich einfach gedacht habe das ist eigentlich so das Ding die anderen sind natürlich auch toll mein Lieblingsbier immer noch von Kraftwerk das ist immer noch das IPA und das hast du ja auch dabei wirst du auch sehen aber ich finde dieses Ding hier so wenn ich sage okay ich mache einen belgischen Braustier den versuche ich mit dir über die Grenze zu nehmen und mache es in Deutschland und ich glaube der also der Stefan hat da der hat sowieso ein absolutes Know-how was Hopfen angeht das das hörst du bei dem in jeder Sekunde raus also er weiß da ganz genau Bescheid egal was was Neues und was welche Hopfen wie gesagt er hat da drüber promoviert von daher er hat seinen Spitznamen Hoppit doch da hopft genau ja oder Hoppit genau wie er in Facebook heißt das ist ein absoluter aber mit dem kannst du dich auch wirklich auf den Messen dann stehst du da als als Biergeek und ja du stehst da und hörst einfach nur noch zu und bist einfach nur ruhig und der der redet eine halbe Stunde und ja du hörst zu und du kriegst unheimlich viel mit und deswegen finde ich also diese diese Vorurteile sind eigentlich unbegründet wenn man nicht mal die Biere probiert hat von Kraftwerk wenn man sie mal bekommt also ich habe jetzt gerade auch eine letzte Brauereibesichtigung war die Strecherter Brauerei hier die für uns ums Eck ist gehört zum Heinrichen Konzern und ist eigentlich muss man jetzt auch sagen sehr sehr lange Zeit also jetzt mal in der Neuzeit gesprochen nicht dafür bekannt gewesen so das Nonplusultrabier zu machen ist leider historisch gesehen die Geburtsstätte des Lagerbieres also da ist ein Braustandort der ist von mir aus gesehen 15 Kilometer weit weg da ist das Lagerbier erfunden worden also das ist ziemlich historischer Grund heutzutage ist das echt eine ziemlich unromantische Industriebrauerei ist nämlich auch das Dosenkompetenzzentrum wie es so schön heißt für die Brauunion in Österreich also Heineken Konzern das heißt alles was in Österreich aus der Warte in Dosen kommt über Radler Stider eben aber auch alle Biere wird dort abgefüllt und das ist schon ziemlich beeindruckend sowas zu sehen aber hat halt dann eben so mit dem was was wir so kennen und lieben mit diesen diesen Grafbieren nicht mehr so ganz viel zu tun also ich habe zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben ein Nullmann Sudhaus gesehen also ein Sudhaus wo keiner mehr arbeitet also da gibt es das ist automatisiert oder das ist voll automatisiert und aus diesem der Braumeister dort der natürlich viele andere Dinge macht außer Brauen weil eben Braumeister in so einer Brauerei ist halt auch nicht mehr mit Bart und Holzpaddel am Kessel stehen die machen seit vier fünf jahre haben die das Wiener Lager in so einer Vintage Flasche aufgelegt und machen ein Zickel Bier das sind richtig richtig gute Biere und wir haben uns ich hoffe dass ich vielleicht morgen dazu komme oder nächste Woche zumindest das Video zu schneiden uns da noch online zu stellen aber wir haben genau über das geredet und sie machen jetzt so ein Industrielager aber haben halt eben auch zwei Biere die wirklich also ungeschaut sagen da kannst dich mit jeder Craftbeer Brauerei kannst dich da messen und da ist der Spagat halt einfach so riesengroß und sie sagen einfach damit ja sie können das noch sie haben die Möglichkeiten noch und das Know-how ist nicht verloren gegangen was ich zum Beispiel auch nicht wusste ist dieses originale Lagerbier Rezept das gibt nicht mehr also man weiß nicht wie Anton Dreher damals sein erstes Wiener Lager gebraut hat und es ist nur so sensorisch überliefert wie das geschmeckt haben muss und sie haben es dann halt eben wieder nach empfunden das Rezept aber ja war auch mal die weltgrößte Brauerei auch kaum zu glauben einfach dass man hier gestanden ist und da erkennt man aber so die Ups und Downs in so Brauereileben was so zwischen 1841 und 2020 aus dem Standort werden kann auch der beeindruckende ja was sagst du zum Bier du hast ja eben schon gerade gesagt Melke ist allgegenwärtig definitiv Karamellmalz ja es ist was was ich irgendwo gesehen habe bittersweet am Gaumen kann man eigentlich so genau kann man eigentlich so unterschreiben aber ich würde noch ein bisschen mehr dazu nehmen weil wir haben da auch tatsächlich auch noch ein paar bitereinheiten von dem Bier hallo Bier Kaffee West was mir an dem Bier unheimlich gut gefällt ist dass das unfassbar weich ist also das ist dieses bittersweet ja auf der einen Seite vom reinen Geschmack her aber wenn das im Mund liegt das ist so richtig weich samtig und auf der anderen Seite ich habe so ein bisschen das Gefühl der Alkohol ist so der ist aber wirklich genauso auf das Messers schneidet also ein Stückchen mehr und das wäre zu viel das wäre zu viel also der ist genau auf dem Ende vom gelben Bereich und das finde ich sehr spannend dass man das da echt so gut hingelegt hat dann macht es nämlich den Rest nicht kaputt also genau ist ja nichts schlimmeres als so ein Bier was über den Alkohol dann auf einmal die restlichen Aromen einfach alle platt macht weil dann kommt so eine Schärfe rein und das hat das Bier echt gut geschaffen richtig finde ich auch so du hast hier eine gefährliche ja es ist tatsächlich gefährlich ich finde es gerade tatsächlich schade dass ich dir nur eine Flasche geschickt habe ich hätte ganz gerne ein 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 Video gehabt von diesem Bier von dir muss ich jetzt ganz ehrlich sagen weil ich habe heute Mittag schon so überlegt eigentlich fände ich es total spannend wenn du dieses Bier ich glaube da muss ich dir noch mal was nachschicken machen wir dann irgendwann ich kann hier auf meinen Bierkühlschrank gucken und ich habe von dir von dem Dominik aus Salzburg ja habe ich gesehen ja und noch einen Bekannten aus Nürnberg der hat mir fränkische Biere geschickt ach das kam alles irgendwie jetzt so auf drei Tage gesund der ist auf einen schnapp ja und wir machen das einfach mal wieder mit unserem Bier austauschen definitiv dann nehme ich gerne eine Flasche davon nochmal um es dann auf dem Kanal zu verkosten aber jetzt möchte ich erstmal die Sachen die da drin sind na klar weil ich finde das immer so schade wenn du Biere hast super hopfen lastig ja fränkische Biere da habe ich noch nie Ausfälle gehabt also wenn mir Leute Bier aus Franken geschickt haben es war durch den durch den Garten egal was das Brauereien waren die meisten Namen haben wir nie gehört aber das war echt immer gutes Zeug und auch lustigerweise kleine Brauereien die dann mal angefangen haben rumzuexperimentieren also ich meine klar dass du dort gute klassische Bierstile kriegst aber gibt es auch kleine Brauereien die eher für ihr helles bekannt ist oder vielleicht für ein Rauchbier und die machen auf einmal dann ein super Pale Ale oder auch eine IPA und das ist dann sehr sehr lustig finde ich weil da trifft dann so die klassische Bierbrauchkunst auf moderne Bierstile und es kommen ganz neue Interpretationen raus und auch der Schorsch von Schorsch Breu also das bedauere ich ja echt sehr wir versuchen ja seit ich weiß nicht wie lange versuchen wir uns mal persönlich kennenzulernen das sind für mich echt Biere und der ist ja nun wirklich nicht dafür bekannt dass er leichte Biere hat eigentlich passen seine Biere überhaupt nicht so in mein Beutelschema rein aber das was der macht ist wirklich wirklich großes Kino und was der Biercafé West schreibt Top Qualität das ist es absolut du bist in einem du musst sagen in Deutschland bist du die anderen Regionen mögen mögen jetzt ihre Ohren zuspällen aber du bist in einem Eldorado das ist für mich die Region um tatsächlich um Bamberg und Bayreuth egal sagen wir mal rund 100 Kilometer drumherum du hast überall irgendwas du gehst in einen kleinen Ort du gehst wandern du machst von mir aus diese eine der Bierwanderungen die kannst du da auch dir gut selber zusammenstellen und du bist jeden Abend bist du in irgendeinem richtig guten Brauhaus wo du richtig gutes Essen bekommst du kriegst ein richtig gutes Bier überall ja ich würde direkt wieder fahren also wenn ich jetzt sage mir wird jetzt die Kreta-Reise wird mir weggecancelt ja warum denn nicht ist definitiv ein Anlaufpunkt vielleicht wo auch nicht direkt jetzt jeder sagt okay ja da verbringe ich ich bin sofort dabei und ich fahre sofort hin und ja also wir sind jetzt gerade aktuell heute Mittag dabei gewesen haben gesagt so weg unser normaler Sommerurlaub den wir was weiß ich auch irgendwo hingeflogen werden das macht man Haken und jetzt ist eben so die Frage wo machen wir tatsächlich Sommerurlaub machen wir Sommerurlaub wir haben einen großen Garten wir haben einen Pool draußen also wir sind wirklich privilegiert wir haben wir haben da wirklich ein bisschen die Möglichkeit auch Urlaub zu Hause zu machen aber wir haben jetzt echt gesagt wir werden wahrscheinlich mal so 3-4 Tage irgendwo hinfahren und ich werde mal versuchen dass wir da auch für die ein oder andere Brauerei nimmt man dann mal so mit was ist das da vorne oh eine Brauerei das kann kein Zufall sein ich glaube wir müssen Mittag essen ich kenne das aber wie gesagt meine Frau ist da auch relativ Gott sei Dank relativ offen für und auch sehr zugewandt zu dem Thema und von daher gibt es da eigentlich kein Problem da gibt es dann nur das Problem dass man dann halt eben je nachdem gucken muss wie das mit den Kindern halt eben ist weil du kannst dich so durch probieren dass du dann sagst okay wir machen das nicht was ich habe die Erfahrung gemacht immer kriegst du immer über das Essen zum Bier also die Berger und mein Problem war in den USA immer wenn wir rumgereist sind abends möchte ich dann schon irgendwo dann halt irgendwie kombinieren wie kombinierst du das besser als wenn du dann einfach zu mal schaust dass du dann einfach gescheite Gaststätte dazu kriegst das haben die in den USA definitiv und das ist ja genau das was du auch über Franken sagst genau die Brauereien da wirst selten im Stich gelassen was das Essen angeht genau dann darfst du nur keinen Vegetarier zu Hause haben weil da wird es glaube ich auch schwierig aber Da kannst du dann auch mit der Familie hingehen und gut abends essen und wenn es noch warm ist jetzt den Biergarten perfekt Absolut deswegen ich sag eine der meiner mittlerweile tatsächlich favorisierten Urlaubsregionen wenn es Inland geht wobei ich auch sagen muss wo wir auch beim Karl schon so ein bisschen abgemacht haben dass wir demnächst dann uns alle mal in Berlin sehen und das habe ich tatsächlich gestern ich sag's nochmal gestern war der Geburtstag meiner Frau und der Hochzeitstag von uns und ich habe hier tatsächlich mit dem Micha abgemacht eine Frauhaustour in Spandau und im Brewhouse also Spandau kennt er mir auch noch aus da war ich jetzt auch noch nicht von daher wird das für mich dann auch nochmal Neuland sein und Brewhouse wie gesagt dann auch definitiv mit essen weil ja da da muss man definitiv hin glaube ich hast du schon mal gegessen dort ja ich habe mit Axel habe ich war ich ja im Oktober dort und dann hat uns da auch ein netter Kollege durchgeführt im Brewhouse allerdings ohne ohne Zwickeln weil kein Braumeister leider da dabei war da war ich jetzt noch in Kontakt mit dem Mischer was ich was ich ja jetzt bin aber absolute Empfehlung vom Essen das ist wenn Berlin wenn Craft Beer glaube ich ja führt glaube ich mittlerweile kein Weg dran vorbei dann mal sich ans Gleistreieck zu setzen und dann da auch mal dieses Veggie Konzept vom ja wie heißt er noch gleich genau von Ben Pommer da ja also wie gesagt ich bin absolut kein vegetarisch Freund oder Vegetarier aber ich liebe Fleisch in allen Variationen aber da muss ich sagen okay dann also das muss ich auch sagen und der Michi schaut gerade zu aus dem Schweizer Haus also auch einer der Orte wo in Wien so das ein oder andere Tier stirbt damit es dann gegessen wird aber was sie dort machen mit vegetarischer Küche also ich habe damals man hat mir gesagt du kannst es vegetarisch essen du kannst aber auch Fleisch dazu haben das ist damit dann separat man hat mir damals empfohlen also ja nimm auch Fleisch dazu weil auch das Fleisch ist eingepiecht und ich habe es nachher fast ein bisschen bereut das Fleisch genommen zu haben weil dieses vegetarische Essen diese Fermentations Küche die er macht unfassbar gut und ich habe jetzt so vielen Leuten auch schon wieder gesagt wenn ihr mal in der Nähe seid und Bock auf ein Bier habt und Bock auf was Gutes zu essen habt und das habe ich noch nie erlebt dann geht dahin und du kriegst dann immer so die Rückmeldung das war wirklich gut Barlow Brewhouse das Restaurant das kann wirklich was und das ist einfach so eine Küche die du eben nicht überall kriegst genau da musst du dich drauf einlassen und dann macht das richtig Spaß und das ist genau wie ein gutes Bier das kannst du nicht im Vorbeigehen machen da haben sie ihren Bereich Tome Kopyrast my friend from from poland from the eifel and from vienna das sind immer lustig das sind die leute die am abend durch zappen es ist ganz 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 witzig dass tatsächlich wenn wir zu hinten heraus sehen es war ja heute tatsächlich beim Sebastian war es noch glaube ich waren auch mal teilweise so 12 13 14 danach war es dann wobei ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich dann so jemanden habe wie den Christian und Sebastian das hätte definitiv mehr Publikum verdient was unseren Bereich angeht weil die Dinge sind wirklich also für mich mega spannend du hast ja auch der Christian muss mal bei dir rein und definitiv war eine absolute das immer so die Erfahrung und der mich schreibt das auch gerade die letzten jahre wurden jeweils eingerichtet im veggie Bereich erweitert also im schweizer Haus nur kurze Erklärung wie das schweizer Haus in Wien nicht kennen das ist glaube ich man möge mich korrigieren aber das ist so eines der größten Budweiser Outlets außerhalb von Tschechien man geht da hin und trinkt einen Budweiser oder mehrere und eine Stelze also Deutschland das Eisbein aber da gibt es auch Wiener Spitzel da gibt es Cevap Ce alles was der Cholesterinspiegel verboten hat aber es ist halt einfach alles ein Biergarten mitten im Prater und das ist die wie die Institution und also selbst da offensichtlich funktioniert Veggie Küche auch aber das ist einfach diese Kombination wirklich ein Budweiser ist ja auch kein wirklich kompliziertes Bier aber das ist auch ein Bier wenn du da mal anfängst zu trinken das läuft wie die Hölle absolut sogar weltweit das größte okay dann Respekt nochmal größte Outlet für Budweiser Bier also wer das einmal erlebt hat wenn das Schweizer Haus eröffnet beziehungsweise ich glaube auch der letzte Tag das sind volksfest ähnliche Zustände dort du kriegst keinen Platz die Leute stehen draußen und kann man sich nicht vorstellen und ich glaube auch ich weiß gar nicht ob die jetzt am 15. Centen auch wieder aufsperren aber man liest wahrscheinlich auch nichts davon weil wenn die das offiziell schreiben würden also Social Distancing und solche Geschichten wären völlig unmöglich das 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 ja sowieso so eine Sache ruhig bei euch macht er jetzt tatsächlich am Wochenende und dann haben wir jetzt hätte ich jetzt bei meinem Talk mit dem Karl am Montag noch nicht damit gerechnet dass wir sogar jetzt früher die Gastro öffnen am nächsten Mittwoch tatsächlich sogar Innen und Außen Gastronomie aber mit natürlich mit den bekannten Regelungen was Social Distancing angeht und Mund-Nasen-Schutz bis zum Platz und wenn du dann sitzt darfst du dann abnehmen und Kellner natürlich ich bin sehr sehr gespannt wie und auch sogar Spontanbesuche sind möglich das heißt du kannst also auch hingehen ohne zu reservieren du reservierst natürlich dann da genau und der Wirt sagt dir dann ja okay ich habe jetzt noch den Slot von zwei Stunden habe ich Zeit also ich habe die Verordnung nicht ganz durchgelesen die kam heute morgen tatsächlich und in der Schweiz ab 11.05 krass also es ist es ist ja wirklich sehr 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 interessant wie da dann auch diese Konzepte sind und ich wusste ja schon von Anfang an habe ich ja schon gesagt diese ganze Geschichte die Leute sind ja total kreativ was das angeht und dem muss man dann auch entgegenkommen ich glaube jetzt vorhin da warst du schon mit Sebastian zugange gewesen Deutschland ist jetzt wieder irgendwie aber das ist noch nicht so ganz sicher ob das auf den richtigen Zahlen auch basiert aber man befürchtet dass Deutschland was diesen Reproduktionsfaktor angeht jetzt wieder über die Eins gerutscht ist ich muss ganz ehrlich sagen ich habe heute noch außer heute morgen eben diese Corona Bekämpfungsverordnung nennt man das das ist länderspezifisch also Rheinland-Pfalz wir sind ja hier wirklich sage ich jetzt nochmal hier im Eifelkreis Bitburg-Prünnen der der größte Landkreis in ganz Rheinland-Pfalz ist also auf 100.000 Einwohnern die wir hier ungefähr haben kann man diese Zahl ja dann ganz gut rechnen wir haben im Moment glaube ich so um die 20 noch die im Moment aktuell krank sind so und wir sind ja tatsächlich dann doch auch ein relativ ländlicher Raum wo du dann sagen musst im Moment ist so meine Angst und so weiter ist relativ gering was ansteckt muss ich ganz ehrlich so sagen ja ich glaube man muss es halt eben immer dann im Gesamtkomplex sehen also ich verstehe dass man jetzt in diesem Druck nachgeben musste und letztendlich auch vermutlich mal versuchen musste weil ich glaube alles was passiert basiert jetzt nicht so auf übermäßig viel wissenschaftlichen Erkenntnissen sondern das ist jetzt eher so auch wir geben jetzt einfach auch diesem Druck mal ein bisschen nach genau ich hoffe dass das halt einfach ohne großen Funkenflug funktionieren wird die Zahlen werden ein bisschen nach oben gehen damit rechnen alle aber dass es eben alles so weit im Zaun bleibt dass dass wir nicht jetzt in diese zweite Welle reinrutschen als der Sprecher da von Robert-Koch-Institut schon von der dritten Welle gesprochen hat da habe ich mir gedacht okay also aber also ich denke der Herbst wird nochmal richtig spannend werden deswegen fand ich das vorhin sehr sehr spannend mit der Information dass das Frankfurter Craft Beer Festival im Oktober ist ich habe gehört Roswaff also Breslau die suchen auch gerade noch einen Termin im Herbst also jetzt wird es dann alles in den Herbst reingeschoben naja schauen wir mal also ich bin da auch noch sehr sehr vorsichtig was das angeht weil vor allen Dingen wir gucken jetzt erstmal wirklich vielleicht was was geht jetzt alles im Sommer oder was geht aktuell wenn jetzt nächste Woche dann diverse Dinge mehr aufmachen was wir hier auch haben ist diese Kontaktbeschränkungserweiterung ab dem 13.05. haben sie natürlich logischerweise den Muttertag noch ausgeschlossen von der Pressemitteilung am letzten Donnerstag hier was ich sage jetzt ich rede jetzt einfach tatsächlich von Rheinland-Pfalz war das anders war für mich oder für viele auch anders rübergekommen weil dann hieß es ja gut jetzt können mittlerweile Familien eines also eine Familie in einem Hausstand und eine Familie eines weiteren Hausstandes nicht deklariert wie groß dieser Hausstand sein muss also da gibt es dann keine Beschränkung dürfen dann wieder so und dann war für mich gut okay das ist aktuell weil da wurde kein Termin genannt aber heute kam dann tatsächlich erst diese öffentliche Verordnung diese Corona Bekämpfungsverordnung dass es dann ab Mittwoch dann gilt gleich zeitig mit dem Öffnung der Gastronomiebetriebe mit Einhaltung von den bekannten Abstands- und Hygieneregeln und Toiletten und Toiletten absperren und was weiß ich was sie dann machen ich bin auch ganz ehrlich ich finde einen Gastronomie Start an den Mittwoch finde ich fast sinnvoller als an einem Freitag weil ich vermute also ich bin mir ziemlich sicher dass nächsten Freitag wenn dann wirklich die ganzen Gastronomien wieder aufsperren nicht nur die 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 eben froh sind dass es wieder auf ist sondern eben auch die Gäste dass man wieder weggehen kann ich habe heute mal bei Facebook oder Twitter meine Timeline mir angeschaut und eigentlich so jedes mir liebe lokal hat geschrieben also nächsten Freitag da geht es wieder los und ja selbst ich überlege mir auch wo gehe ich denn hin am nächsten Freitag ich habe auch schon überlegt aber auf der anderen Seite denkt man sich auch dann bist du halt wieder einer von 48 die die da möglicherweise vor der Tür stehen und ei 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 also ich kann es auch gerade gar nicht einschätzen ich muss nur ganz ehrlich sagen so seit ich sag mal so seit 14 Tagen ist diese diese ganze Geschichte man hat sich so langsam an Geschichten gewöhnt jetzt auch mit mit der Maske wobei für mich das immer noch so ein Ding ist wo ich sage auch als Brillenträger ich denke du kennst es auch ja arbeiten ist schon ja ja genau genau so im unteren Bereich wenn du dich dann wücken musst also es läuft erstens läuft es dann irgendwann mal an auch egal ob du Bügel hier oder ich mach auch ich glaube du hast auch ja so du bist auch eher so der Tuchtyp der dann irgendwo so ein so ein Ding ich habe so eine ganz normale also meine meine Mutter hat mir eine genäht ach ich habe mir ein zwei Masken gekauft und ich habe einen relativ großen Kopf also das merke ich immer wenn ich die Kappen oder Hüte mal aufsetzen soll also mir passt in Wahrheit hier oben nicht und das geht hier unten weiter und die hat mir dann eine Maske genäht was ich sehr lieb fand von ihr und dann habe ich aber auch gemerkt also das ist irrsinnig kompliziert und gerade mit der Brille die läuft permanent an und ich habe sie auf natürlich aber ich bin froh dass ich in einem Büro arbeite wo viel Platz ist dass ich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren muss also ich fahre im Augenblick mit dem Auto in die Firma mit dem Stress der U-Bahn zu nehmen und ja aber wie gesagt ich bin sehr gespannt was das da am 15. bei uns dann los sein wird und vor allem wie es dann in den Wochen danach aussehen wird für den Zahlen ja genau das wird ja der Gradmesser am Ende Tage sein wo wir vorhin diese Kurven hatten ich habe es irgendwann gesehen bei den Themen Kurven sind ja allgegenwärtig mit Absatz und so weiter und so fort geht wieder hoch und pH-Werte gehen hoch und runter ich sehe der Christian ist auch tatsächlich noch nicht im Bett ja das sind die älteren Leute die müssen abends mal raus dann nachts auf jeden Fall wenn er auch zuguckt zum Wohlen es ist tatsächlich so also bei mir ist es ja seit ich war noch keinen Tag quasi zu Hause außer dass ich jetzt drei halbe Tage Kinderbetreuung übernommen habe ja Gott sei Dank haben wir das ganz gut gemanagt was das angeht in den Wochen aber es ist eine absolute Herausforderung und ich habe da auch riesen Respekt vor meiner Frau zum Beispiel die ja wo viele jetzt sagen wir sind wieder in den 50ern irgendwo zurück wo dann sagst du ja so Frau ist daheim und passt aufs Kind auf und ja leider ist es irgendwo tatsächlich bei den meisten Fällen ist es so oder oder das Kind ist halt eben wie bei uns auch ist auch trotzdem durchbetreut von den Großeltern jetzt habe ich noch den großen Vorteil dass meine Schwester in genau dieser Kindertagesstätte arbeitet wo meine Tochter ist und die eigentlich doch auch mittlerweile mit 52 Jahren zur Risikogruppe gehört und teilweise ins Homeoffice geschickt worden ist als Erzieherin und dann die Betreuung übernehmen soll aber das ist ja mal eine ganz andere Sache es ist ich glaube es ist mittlerweile wichtig dass irgendwie die Kinder wieder ihre Sozialkontakte bekommen oder ihre Bildung das ist genau so das es betrifft ja gar nicht nur die Kinder sondern also ich war jetzt die Woche war meine erste Woche wo ich wieder komplett im Büro war und allein die Tatsache mal wieder montags im Büro zu sein und dir in der Früh den Kaffee runterzulassen noch mal wir haben ein Büro wo wir uns wirklich aus dem Weg gehen können am Montag gehen bei Biarena ich glaube der war aus der Schweiz glaube ich ja genau er hatte eben was von 11. auf 5. mit mit GAP gesagt gesagt und bei uns machen die Schulen offiziell auch am 15. wieder auf de facto heißt aber dann am Montag also am 15. treffen sich glaube ich die Lehrer das erste Mal und besprechen was sie dann am Montag mit den Schülern machen und bei uns haben jetzt die Schüler das ist jetzt sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland hier in Niederösterreich wo ich im Augenblick gerade bin die haben drei Tage drei Tage also die die Klassen sind halbiert einfach um die Klassengröße klein zu halten die haben drei Tage drei Tage unter in Wien ist es im Tageswechsel glaube ich und ja aber am Ende des Tages die müssen noch die Zeit bis zum Sommerferien rumbringen das ist ja irgendwie irgendwie schon also das sind jetzt vier Wochen fünf Wochen sechs Wochen die sie dann noch irgendwie durchkriegen müssen und ja und dann haben wir ja hier in Österreich neun Wochen neun Wochen Sommerferien ja genau ja wir haben relativ lange Sommerferien da ist dann auch nochmal Luft und dann glaube ich das neue Schuljahr ist dann das wo es dann gilt aber es ist halt irgendwo wo ich auch gerade egal ob das Schule oder Kita ist es sind es sind so diese Zwischenstufen die vielleicht wahrscheinlich wirklich schwierig werden so wo es um einen Wechsel geht wo es um einen Abschluss geht wo es in der Kita vielleicht sogar um einen Wechsel aktuell auch hier bei unseren Freunden ist eine der Töchter ist geht tatsächlich ab Sommer dann in die Grundschule und das sind alles so Sachen oder auch kleinere Kinder wo ich jetzt überlege ich war bei uns haben ja am Sonntag die Spielplätze geöffnet ganz kurz mein Gott zu später Stunde noch die schönsten Gäste oder wie wie war bis später Abend desto die Gäste ja genau so Prost nach Berlin und nach Wien aber den den Colin müssen wir dann auch reinnehmen wenn wir unseren Berlin Trick machen definitiv da müssen wir dann bei BroDock auch mal vorbeischauen ja willst du Herr Colin ja Herr Colin und ich haben wir auch nochmal versucht uns zu treffen und es hat nicht funktioniert damals noch zu Stone Zeiten und die nächsten Einladungen zu BroDock Events die haben bei mir nie geklappt und also wenn wir da wirklich unseren Trip nach Berlin zustande bringen dann jetzt zumindest Prenzlauer Berg oder die Brau ja ja aber ja es ist er möge uns steinigen er möge uns steinigen wenn wir eben so über Börlow und so weiter philosophiert aber es ist es ist eine geile Location da in Mariendorf das mal weg davon wir waren ja auch im Oktober da da war der Colin auch leider nicht da sondern seine Kollegen und wir waren relativ später und wurden da ja wie gesagt wir wurden aufs Beste aufs Beste verköstigt und versorgt von daher war das das alles im grünen Bereich aber es ist wirklich ich muss immer noch sagen es ist es ist weit vom Schub ich kann uns in meine erste Begegnung mit Greg Koch damals vom Stone Brewing war bei Berlow im Biergarten und da saß er selber im Biergarten und hat ein Bier getrunken also ich war Moment mal was macht denn der da und er hat auch eine super Location und sind auch super Biere und bei aller Lästerei über den Typen also ich war ja immer hier in Wien und es war echt total lustig wie sehr der gestresst war dass ihn keiner hier kannte es gab einen offiziellen Tap Takeover von Stone und wir sind dann abends da hingegangen und seine Frau war noch mit da gewesen und wir sind da gesessen und du hast ja gesehen der wird von Minute zu Minute wird er wird er nervöser und sagt Greg was ist denn los warum man ist denn so nervös ich spreche dir keiner an und die müssen doch wissen dass ich hier der Brauer bin und Greg mal ganz im Vertrauen wir sind hier in Wien ich kenne hier keine Sau und was gibt es ja gar nicht also war ein extrem lustiger Abend und er ist dann tatsächlich aufgestanden und ist von Tisch zu Tisch gegangen und hat sich dann vorgestellt bei den Leuten was dann wieder dazu geführt hat dass die Leute gesagt haben also der Wiener ist ja nicht so der derjenige der mit Fremden sofort ins Gespräch kommt und wenn es dann noch ein Ami ist und dann kam dann halt ein langhaariger bärtiger Amerikaner der kam dann an den Tisch und sagt Servus wir machen hier ein Tab Take Over das sind meine Biere ich bin der Greg ich komme aus Amerika und die haben alle gedacht was ist denn das für ein Tüch aber wir hatten alle unseren Spaß und es war ein sehr langer Abend also super super ja wie gesagt ich habe ihn leider ich habe ihn leider noch nicht getroffen und wie gesagt leider auch zu Stones halt nicht geschafft auch wenn der Colin uns da auch schon eingeladen hatte mal hochzukommen hat es nicht gereicht aber dann halt für Pudok hat es gereicht und ja aber wie gesagt so im Vergleich ich finde es ich finde es echt krass wie weit weg diese 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 eigentlich wirklich geile Location vom Schuss weg ist und das ist für mich glaube ich so die Frage wie kriege ich genau diese diese Geschichte da kompensiert dass ich da auch Leute hinkriege die da aus der Szene in Berlin hinkommen sollen also ich glaube zu Berlin kann man das also ich kenne jetzt auch die Berliner ich bin ja kein übertriebener Berliner Szene-Kenner aber mit den Leuten mit denen ich geredet habe kann man sich die Frage wie kriegt man die Leute dorthin ziemlich klar beantwortet mit gar nicht ja genau es ist einfach wenn ich überlege wenn ich über Prenzlauer Berg stolpe an wie viele tollen Brauereien und Group Hubs ich vorbeikomme also da würde mir wirklich der Grund fehlen da rauszufahren also da muss schon echt ein super Event sein und das ist halt einfach glaube ich der die Achillesperse von dieser Location dass sie einfach so weit draußen ist und man dort sich da super Bier trinken kann auf jeden Fall aber es ist halt einfach katastrophal angebunden und wenn Brodog selber jetzt auch eine Bar in in Mitte ja in Mitte selber hat ja also ja deswegen also es ist es war für uns wir haben auch da tatsächlich dann auch gefragt und ja es war eigentlich schon klar woran ist Stone hier gescheitert und so ja sie sagten bei Brodog sagten sie dann tatsächlich so ja gut das Essen lief das war die Aussage mehr war die Aussage nicht sondern tatsächlich das Essen lief da wurden auch Zahlen genannt aber ja warum warum lief nur das Essen nicht das Bier gut klar Stone Biere sind natürlich ja sind natürlich krass aber ich hätte jetzt trotzdem gesagt die Location alleine hier da hat man sich vielleicht wirklich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt dass dann gesagt wird wie in den USA dass diese Dinge da irgendwo draußen liegen und die Leute pilgern hin weil das kann ich mir konnte ich mir tatsächlich in Berlin nicht vorstellen wir sind hingefahren du fährst ja wirklich von Charlottenburg glaube ich aus eine halbe Stunde fährst du erstmal mit dem Bus oder mit der Bahn S-Bahn fährst du ja genau oder S-Bahn und du gehst aber trotzdem immer noch obwohl auch du Bus oder S-Bahn fährst du gehst immer noch eine Viertelstunde da bist du schnell gegangen ganz genau also ich kann mich mal hin also Viertelstunde 20 Minuten bin ich sicher hingelaufen und ich habe das ein oder andere Bier getrunken ich glaube der Rückweg war deutlich länger aber das ist es ja auch ich war damals da war Donnerstag war Himmelfahrt oder Frohn Leichnam also an diesen Fenchertagen ich war freitags dort und wir saßen zu acht im Gastgarten also ich war alleine und dann saß ein Tisch mit vier Leuten und ein Tisch mit drei Leuten und ich es wäre eigentlich ein Tag gewesen wo du sagst das Ding muss brummen das Ding muss brummen ja also da kam ich glaube da waren zwei Leute im Merch Geschäft mit T-Shirt verkauft beschäftigt aber es war halt keiner da der T-Shirts kaufen wollte und drin in jeder Bar hat sich irgendwer gelangweilt also das war ja da wurde auch im Vorfeld viel versprochen was die Entwicklungsprojekte betrifft bis heute sind es passiert naja klar aber das ist das Risiko was du natürlich also ich komme jetzt da kann ich jetzt wieder als Immobilienentwickler sprechen das ist tatsächlich ein Problem also ich komme aus der Immobilienbranche wir machen Immobilienprojekte wir versuchen Leute zu finden die investieren wir versuchen Leute zu finden die nachher nutzen und das ist genau dieses Spagat in dem du drin bist du hast einen Standort wo vielleicht ein Grundstück günstig ist wo es auch spannend ist habe ich jetzt auch gerade hier in Wien wir hatten vor anderthalb Jahren hier ein Projekt da hätten wir sehr gerne wir haben auch sehr intensiv mit denen verhandelt einen amerikanischen ich würde sagen Versandriesen dort reinbringen können es war eine Halle die ein Traum gewesen wäre auch für die war alte Industriearchitektur und da hätte wirklich total gut gepasst aber am Ende des Tages haben dann finanzielle Gründe auf der einen Seite Logistik Gründe auf der anderen Seite Standort Gründe da gibt es dann Leute die die auf einmal doch mehr Geld wollen und dann bricht da eine ganze Kalkulation zusammen und da gibt es immer viele Gründe warum so ein Standort super ist aber am Ende des Tages nicht funktioniert nur der Marienfeld Standort da draußen aus meiner Sicht die müssten eine S-Bahn-Haltestelle vor der Tür haben damit das Ding funktioniert und selbst dann und selbst dann sage ich ganz offen selbst dann glaube ich nicht dass das Ding rum wird weil nochmal ich setze mich in die U-Bahn fahren Prenzlauer Berg oder ich wohne da in der Nähe und kann zu Fuß die geilsten Group-Hubs abklappern dafür setze ich mich in die U-Bahn oder die S-Bahn das mache ich nicht aber natürlich das ist immer Risiko und ja ich ich war von Anfang an eigentlich auch überzeugt und ich weiß nicht wie das so der eine oder andere sieht diese Übernahme von BlueRock kam für mich auch relativ spontan und ich habe mir gedacht warum machen die das jetzt so aus einer ohne Not eigentlich und für mich war damals die einzige Erklärung damals war ja gerade Brexit ein ganz heißes Thema und also ich war fest davon überzeugt die brauchen eine Produktionsstätte in Kontinentaleuropa um um eben irgendwo produzieren zu können im großen Maßstab auch nach Brexit und da war Berlin halt gerade gerade recht die waren mit Greg Buch gut befreundet und das hat gut gepasst einfach und da war die Gastronomie glaube ich nie so wirklich im Vordergrund bis jetzt ausschaut ob sie sich da was anderes erhofft haben ich glaube auch eher dass es genau diese Schiene war dass sie irgendwo in Deutschland Zentraleuropa irgendwo eine Braustätte gesucht haben die passt und wie gesagt ich denke dass dass Craig da jetzt auch nicht die größten Türen zugemacht hat für irgendwelche Übernahmen und weil er gesehen hat dass da das Ding für den war das glaube ich einfach das Geld was der dort versenkt haben muss war fantastisch also das war eine Summe und von daher war wahrscheinlich jedes Exit-Szenario am Ende des Tages ein Gewinn für ihn Absolut genau das aber wie gesagt also es ist trotzdem aber auch wieder ein Thema wenn wir dann doch nach Berlin fahren dass wir dann mit Colin dann da vielleicht dass er uns dann doch an Zahlen heranführt die das dann wieder legen wo wir dann sagen okay okay habt ihr gut gemacht weil bei uns war das eher so das Credo als wir da waren wir haben da auch wirklich nachgefragt weil wir haben gesagt Leute ihr müsst hier heizen ihr müsst das ist ein riesen Ding heiz das mal über den ganzen Winter wo du heizen musst du hast hier Betriebskosten ohne Ende die haben hier Dattelautomaten und außen da sagt er mir ja gut sonntags machen sie so ein Frühstück Kaffee Seniorenkaffee teilweise und die Kinder können spielen ja hallo ja okay kann ich mir vorstellen aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen dass ich ja als Berliner aus weiß ich nicht aus Kreuzberg oder Prenzlauer Berg von mir aus jetzt sage ja Sonntagmorgen komm cool fangen wir zu Seniorenkaffee bei Blue Dog genau fangen wir zu Blue Dog frühstücken kann ich mir definitiv absolut nicht vorstellen haben wir auch offen gelassen und auch die Aussagen waren da halt eben relativ schwammig wie gesagt mir fand es wirklich das ist eine geile Location definitiv sieht geil aus das ist riesengroß aber wir saßen da an dem Abend dann auch okay es war spät es war auch ich weiß gar nicht mehr was es für ein Wochentag war ich glaube es war ein Freitagabend wir saßen da mit drei Handel so ja wir waren diejenigen quasi die noch den das dem Personal halt eben die Überstunden da bewährt hatten dass wir da länger saßen weil wir halt eben einfach dann sehr sehr spät kamen und dann auch bewirtet wurden von denen und wie gesagt alles gut und von den Hellen her und vom Bier her alles als tippitoppi aber selbst da ist es ja schade ich meine ja wenn du nicht die Drehung drauf hast auf den auf den Leitungen genau dann wird dein Bild dein Bier wird dann nicht besser sag ich mal und genau Brudock ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt dass sie hopfenarme Biere machen ja und ja die leben auch nicht davon dass sie die Fässer nachher wegschütten richtig und wenn ich dann weiß okay ich habe eine Brudockbar in Berlin-Mitte wo ich hingehen kann wo ich dann sag ich mal genau denselben Kram bekomme und vielleicht sogar jetzt mittlerweile auch diese Overworks-Geschichten die auch total spannend und interessant sind ja dann fahre ich nicht hinten raus nach Marienburg wo wo sie sie noch Mariendorf 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 genau wo sie jetzt noch gesagt haben ja wenn der BER aufmacht dann sollte es mehr werden das war auch noch so eine Aussage die kam dann hat ich gesagt okay ja wenn der BER aufmacht dann geht über Berlin die Sonne auf also richtig aber was ist jetzt Oktober ist jetzt glaube ich also das ist ein ziemlich sicherer Termin soll tatsächlich mittlerweile fix sein ja aber ja dann schießt dann mal noch irgendein Brandschutz Guthaben dazwischen das glaube ich das Thema haben wir jetzt vom Tisch also das könnte ich ja aus meinem Nähkästchen in meinem beruflichen plaudern ich habe tatsächlich vor fünf sechs sieben Jahren da war ich noch in der Beratung tätig und da haben wir tatsächlich uns mal um einen Auftrag beworben am BER einen Beratungsauftrag zu machen ich hatte da auch einen Bekannten das war jetzt kein Steigbügelhalter aber der hatte mich darauf aufmerksam gemacht dass die jemand suchen der genau die also dass die genau die Beratung gesucht haben die wir angeboten haben und dann war ich noch im Gespräch dort und ich glaube schon so naja fünf sechs Monate später war ich höllisch froh dass wir diesen Auftrag nie gekriegt haben weil also ja das wäre in den Leere gelaufen das ist ein Terrain gewesen wo du dir hast nur die Finger verbrennen können da war es schon also da hat das Ding schon Schieflage gehabt und da haben sie halt Leute gesucht die halt für einzelne Projekte da die Karre wieder aus dem Dreck ziehen aber da musst du schon glaube ich Nerven wie Drahtseile und vor allem politische Vernetzung haben dass du da nicht auf die Nase gefallen bist also ich bin sehr gespannt ob ich jemals wieder nach Tegel fliege also ja genau vielleicht ich wollte gerade sagen vielleicht können wir wo wir jetzt wieder bei unserer Berlin Tour sind können wir tatsächlich dann ich hoffe dass es vielleicht sogar noch ein bisschen früher geht weil ich habe meiner Frau jetzt auch versprochen sobald das wieder geht nehmen wir das in Angriff irgendwie dass wir das machen und ich habe auch gesagt dass wir da auch schon gesprochen haben und ich fände das sehr sehr interessant wenn wir uns da ja wäre lustig aber Tegel ist im Augenblick zu also da geht im Augenblick nichts ja ja Tegel ist komplett dicht ja bis auf diese Regierungsfluggestichten ach ja und alles wird im Augenblick über Schönefeld abgewickelt ich meine klar macht ja keinen Sinn für wenig Flugbewegungen zwei Flughäfen offen zu halten was ich aber jetzt mitgekriegt habe ist dass sie Tegel länger offen halten müssen weil also das finde ich völlig abstrus aber ist dann wohl so diese Regierungshubschrauber mit denen die 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 Regierung durch die Gegend geflogen wird die können nicht mit umziehen an den BER weil der BER wohl irgendwelche technischen Voraussetzungen nicht hat und sie müssen mindestens weitere was waren es drei Jahre zumindest diesen diesen militärischen Nordbereich in Tegel offen halten was fünf Millionen im Jahr kostet damit diese Hubschrauber dort fliegen können und dann steht irgendwie in dem Bericht stand 67 Flüge hätten die im vergangenen Jahr gemacht also ich habe das nochmal ausgerechnet wenn das 67 Flüge sind bei fünf Millionen pro Jahr dann kostet jeder Flug 75.000 Euro super an Infrastrukturkosten also herzlich willkommen ja fällt aber wahrscheinlich beim BER nicht mehr so ganz auf herzlich willkommen in Deutschland so ich glaube wir wollen jetzt langsam wieder auf die Stunde genau ich wollte gerade sagen der Countdown ist noch nicht da aber wir haben jetzt noch ein paar drei Hanseln teilweise die auch unterhalten sonst war das ein Monolo also ein Duo hier was wir gemacht haben hat trotzdem wieder riesengroßen Spaß gemacht ich hoffe du machst jetzt demnächst dann die WhatsApp Gruppe auf Berlin mit den entsprechenden Kollegen weil wie gesagt bei uns ist es definitiv klar sobald es geht irgendwo suchen wir einen Termin mit Berlin absolut und ob wir den Matthias Schneidl noch dazu bringen das ist auch ein super gut den Karl haust du auch noch rein auch wenn der Flieger dann wahrscheinlich dann irgendwann die Corona-Kurve macht ganz lieber Kerl um Gottes Willen also riesengroßen Spaß gemacht mit dem jetzt die letzten Wochen jeden Abend großen Respekt jeden Abend so ein Live-Video zu starten immer Gäste dabei zu haben also ich muss sagen ich habe mich auch wieder vorbereitet und ja zwei Zettel hier voll geschrieben mit Sachen ich bin da sowieso dann auch verrückt nach sowas und naja es macht schon ein bisschen Arbeit du kennst das ja aber du hast heute Abend Gäste gehabt also der Sebastian mega Gäste das sind so Leute denen gibt es zwei Stichworte und dann ist die nächste richtig bumm lass sie erzählen brauche ich gar keinen Zettel den Zettel hätte ich auch können da hinten in die Papierablage bringen weil einwandfrei wunderbar genauso wollte ich das jetzt haben wir tatsächlich noch einen mehr an Zuschauern ja wie gesagt Martin vielleicht treffen wir uns in vier Wochen nochmal dass du sagst wir treffen uns in vier Wochen nochmal ich mache dir immer den Rausschmeißer wir machen immer ein Update und vielleicht ja sehr gerne und wir halten uns auch was die Termine angeht was Frankfurt angeht vielleicht da vorher vielleicht ist das einfacher na genau Wien auf jeden Fall ist bei mir das das können wir vielleicht zusammen organisieren auch irgendwo du hast da mit Sicherheit auch vielleicht einen Herbergstipp für uns wo wir sagen können wir können da vielleicht hin mal gucken vielleicht wäre das auch so ein Ding vielleicht sogar mit Familie weil weiß ich nicht Berlin machen wir auf jeden Fall erstmal als Pärchen das ist schon mal ganz ganz klar das habe ich auch gestern gesagt weil da will ich ihr dann auch weil ich im Oktober selber da war da wollen wir dann auch mal zu zweit dann da was machen und ja schauen wir einfach was die nächsten Wochen bringen und schauen wir die Situation sich entspannen und ja genau ja wünschen wir allen die noch zuschauen eine gute Nacht und wir haben jetzt super super Bier wenn du den Stefan siehst liebe Grüße das war wirklich ein ein echtes Bier was auch so den Abend ich habe heute Abend gegrillt wir haben heute ja in größerem Stil mit der Familie auf der Terrasse gesessen war auch das erste Mal dass man länger als so 18 Uhr 18.30 Uhr draußen sitzen konnte bin tatsächlich so 20.30 Uhr hast du angefangen 20.15 Uhr bin ich reingegangen da war es noch draußen dicke warm also der Sommer steht vor der Tür das war ein schöner Abschluss für so einen Sommerabend perfekt Martin wir haben 15 Sekunden ich wünsche dir alles Gute deiner Familie deinen Freunden und wir sehen uns liebe Grüße bei dir ich freue mich auf Biere von dir bei bei dir im Video und wie gesagt ich spoiler kurz das war ein schöner das war ein schöner das war ein schöner